Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams Weit draußen in den unerforschten Einöden eines total aus der Mode gekommenen Ausläufers des westlichen Spiralarms der Galaxis leuchtet unbeachtet eine kleine gelbe Sonne. Um sie kreist in einer Entfernung von ungefähr 98 Millionen Meilen ein absolut unbedeutender kleiner blaugrüner Planet, dessen vom Affen stammende Bioformen so erstaunlich primitiv sind, dass sie Digitaluhren noch immer für eine unwahrscheinlich tolle Erfindung halten. Dieser Planet hat, oder besser gesagt, hatte ein Problem. Die meisten seiner Bewohner waren fast immer unglücklich. Zur Lösung dieses Problems wurden viele Vorschläge gemacht, aber die drehten sich meistens um das hin und her kleiner bedruckter Papierscheinchen. Und das ist einfach drollig, weil es im Großen und Ganzen ja nicht die kleinen bedruckten Papierscheinchen waren, die sich unglücklich fühlten. Und so blieb das Problem bestehen. Vielen Leuten ging es schlecht, den meisten sogar miserabel, selbst denen mit Digitaluhren. Viele kamen allmählich zu der Überzeugung, einen großen Fehler gemacht zu haben, als sie von den Bäumen heruntergekommen waren. Und einige sagten, schon die Bäume seien ein Holzweg gewesen. Die Ozeane hätte man niemals verlassen dürfen. Und eines Donnerstags dann, fast 2000 Jahre nachdem ein Mann an einem Baumstamm genagelt worden war, weil er gesagt hat, wie fantastisch er sich das vorstelle, wenn die Leute zur Abwechslung mal nett zueinander wären, kam ein Mädchen, das ganz allein in einem kleinen Café in Rickmansworth saß, plötzlich auf den Trichter, was die ganze Zeit so schiefgelaufen war. Und sie wusste endlich, wie die Welt gut und glücklich werden könnte. Diesmal hatte sie sich nicht getäuscht. Es würde funktionieren und niemand würde dafür an irgendwas genagelt werden. Nur brach traurigerweise, ehe sie ans Telefon gehen und jemanden davon erzählen konnte, eine furchtbar dumme Katastrophe herein und ihre Idee ging für immer verloren. Das hier ist nicht die Geschichte dieses Mädchens. Es ist die Geschichte dieser furchtbar dummen Katastrophe und einige ihrer Folgen. Außerdem ist es die Geschichte eines Buches, eines Reiseführers mit dem Titel Per Anhalter durch die Galaxis. Keines Erdenbuches. Es wurde nie auf der Erde veröffentlicht und bis die schreckliche Katastrophe eintrat, hat auch kein Erdenmensch je etwas davon gehört oder gesehen. Trotzdem, ein äußerst bemerkenswertes Buch. Wahrscheinlich das bemerkenswerteste, das die großen Verlage von Ursa Minor je herausbrachten, von denen ebenfalls kein Erdenmensch je etwas gehört hat. Und dieses Buch ist nicht nur außerordentlich bemerkenswert, es ist auch außerordentlich erfolgreich. Populärer als der himmlische Heimschützer Alma nach. Es verkauft sich besser als 53 neue Sachen, die man bei Schwerelosigkeit machen kann und ist streitlustiger als Olon Kulifids drei philosophische Bombenerfolge, wo Gott sich irrte. Noch ein paar von Gottes größten Fehlern und wer ist denn dieser Gott überhaupt? In vielen der etwas lässigeren Zivilisationen am äußersten Ostrand der Galaxis hatte der Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis die große Enzyklopädie Galactica als Standard Nachschlagewerk für alle Kenntnisse und Weisheiten inzwischen längst abgelöst. Denn obwohl er viele Lücken hat und viele Dinge enthält, die sehr zweifelhaft oder zumindest wahnsinnig ungenau sind, ist er dem älteren und viel langatmigaren Werk in zweierlei Hinsicht überlegen. Erstens ist er ein bisschen billiger und zweitens stehen auf seinem Umschlag in großen freundlichen Buchstaben die Worte keine Panik. Doch die Geschichte dieses furchtbar dummen Donnerstags, die Geschichte seiner außerordentlich bemerkenswerten Folgen und die Geschichte darüber, wie unentwirrbar diese Folgen mit jenem außerordentlich bemerkenswerten Reiseführer verknüpft sind, beginnt ganz einfach. Sie beginnt in einem Haus. Erstes Kapitel Das Haus stand auf einer kleinen Anhöhe, genau am Rand des Ortes. Es stand alleine da und überblickte das weite Ackerland im Westen. Absolut kein bemerkenswertes Haus. Es war ungefähr 30 Jahre alt, plump, viereckig, aus Ziegelsteinen erbaut und hatte vier Fenster an der Vorderseite, der es nach Größe und Proportion mehr oder weniger misslang, das Auge zu erfreuen. Der einzige Mensch, der das Haus in jeder Hinsicht bemerkenswert fand, war Arthur Dent. Und das auch nur, weil er zufällig darin wohnte. Er wohnte schon seit ungefähr drei Jahren hier, nachdem er von London weggezogen war, weil die Stadt ihn nervös und reizbar gemacht hatte. Auch er war ungefähr 30 Jahre alt, groß, dunkelhaarig und nie ganz mit sich im Reinen. Was ihm am meisten verdross, war die Tatsache, dass er ständig gefragt wurde, warum er so verdrossen gucke. Er arbeitete beim Rundfunk, bei dem es, wie er seinen Freunden steht, zusammenpflegte, viel interessanter zuginge, als sie sich vermutlich dächten. Und so war das auch. Die meisten seiner Freunde arbeiteten in der Werbung. Mittwochnacht hatte es sehr stark geregnet und der Weg zum Haus war nass und matschig. Aber die Donnerstags-Morgensonne schien hell und klar auf Arthur Dents Haus, zum letzten Mal, wie sich bald herausstellte. Es war Arthur immer noch nicht richtig klar, dass die Gemeindeverwaltung es abreißen und an dieser Stelle eine Umgehungsstraße bauen lassen wollte. Donnerstagmorgen um 8 fühlte Arthur Dent sich nicht sehr gut. Er wachte benommen auf, schlurfte benommen in seinem Zimmer herum, machte ein Fenster auf, sah einen Bulldozer, fand seine Pantoffeln und schlurfte ins Badezimmer. Zahnpasta auf die Zahnbürste. So, bürsten. Rasierspiegel zur Zimmerdecke gedreht, er stellte ihn richtig ein. Ein Augenblick lang spiegelte er durchs Badezimmerfenster einen zweiten Bulldozer wieder. Richtig eingestellt spiegelte er Arthur Dents Badezimmern wieder. Arthur rasierte sie weg, wusch sich, trocknete sich ab und schlurfte in die Küche, wo er was Schönes zu finden hoffte, dass er sich in den Mund schieben könnte. Teekessel, Stecker, Kühlschrank, Milch, Kaffee. Gähnen. Einen Augenblick ging ihm das Wort Bulldozer im Kopf herum. Er suchte nach einer Gedankenverbindung. Der Bulldozer vor dem Küchenfenster war ganz schön groß. Er starrte ihn an. Gelb, dachte er, und schlurfte wieder in sein Schlafzimmer, um sich anzuziehen. Als er am Badezimmer vorbeikam, blieb er stehen und trank ein großes Glas Wasser, dann noch eins. Es kam ihm der Verdacht, dass er einen Kater hat. Warum hatte er einen Kater? Hatte er sich letzte Nacht betrunken? Er hatte den Verdacht, dass er das wohl getan haben musste. Er erspähte ein Schimmern im Rasierspiegel. Gelb, dachte er, und schlurfte in das Schlafzimmer. Er stand da und überlegte. Der Papp, dachte er. Du liebe Güte, der Papp, vage erinnerte er sich, wahnsinnig wütend gewesen zu sein, wütend über irgendwas, das wohl wichtig war. Er hatte den Leuten davon erzählt. Er hatte den Leuten lang und breit davon erzählt, vermutete er beinahe. Woran er sich noch am deutlichsten erinnerte, das war der glasige Blick in den Gesichtern der Leute. Irgendwas über eine neue Umgehungsstraße hatte er gerade herausgefunden. Sie war schon monatelang geplant, bloß hatte offenbar niemand was davon gewusst. Lächerlich. Er trank einen Schluck Wasser. Das Problem würde sich von selbst erledigen, hatte er beschlossen. Niemand wollte eine Umgehungsstraße. Die Gemeindeverwaltung würde kein Bein an die Erde kriegen. Es würde sich von selbst erledigen. Meine Güte, was für einen fürchterlichen Kater ihm das trotzdem eingebracht hatte. Er besah sich im Kleiderschranksspiegel. Er steckte die Zunge raus. Gelb, dachte er. Das Wort Gelb ging ihm im Kopf herum und suchte nach einer Gedankenverbindung. 15 Sekunden später war er draußen und lag vor einem großen gelben Bulldozer, der den Gartenweg heraufgefahren kam. Mr. L. Prosser war, wie man so schön sagt, auch nur ein Mensch. Mit anderen Worten, er war eine auf Kohlenstoff basierende zweifüßige, vom Affen ab stammende Bioform. Genauer gesagt, er war 40, fett und mies und arbeitete in der Gemeindeverwaltung. Außerdem war er komischerweise, obwohl er es nicht wusste, in männlicher Linie ein direkter Nachfahre von Genghis Khan, wenn auch die vielen Generationen und Rassenmischungen seither seine Gene so verheddert hatten, dass er keine eindeutig mongolische Eigenschaft mehr besaß. Und die einzigen Überreste seiner mächtigen Vorfahren äußerten sich bei Mr. L. Prosser in ausgesprochener Fettleibigkeit und einer Vorliebe für kleine Pelzhüter. Er war absolut kein großer Krieger. Im Gegenteil, er war ein nervöser, ängstlicher Mann. Heute war er besonders nervös und ängstlich, denn irgendwas an seinem Auftrag war ernstlich schiefgelaufen und dieser Auftrag war dafür zu sorgen, dass Dants Haus noch vor Ende des Tages aus dem Weg geräumt wäre. Hören Sie doch auf damit, Mr. Dent, sagte er. Sie wissen, damit kommen Sie nicht durch. Sie können ja nicht ewig hier vor dem Bulldozer rumliegen. Er versuchte mit seinen Augen aggressiv zu blitzen, aber das taten sie einfach nicht. Arthur lag im Matsch und hackte zurück. Macht mir nichts aus, sagte er. Mal sehen, wer er rostet. Tut mir leid, aber Sie müssen den Tatsachen ins Auge sehen, sagte Mr. Prosser. Er packte seinen Pelzhut und drehte ihn auf seinem Kopf herum. Diese Umgehungsstraße muss gebaut werden und sie wird gebaut. Ich höre zum ersten Mal davon, sagte Arthur. Warum muss sie denn gebaut werden? Mr. Prosser drohte ihm ein kleines bisschen mit dem Finger. Dann ließ er das und steckte ihn wieder weg. Was soll das heißen? Warum muss sie denn gebaut werden? fragte er. Es ist eine Umgehungsstraße und Umgehungsstraßen baut man eben. Umgehungsstraßen sind sinnreiche Gebilde, die es einigen Leuten erlauben, sehr schnell von Punkt A nach Punkt B zu sausen, während andere Leute sehr schnell von Punkt B nach Punkt A sausen. Leute, die am Punkt C wohnen, der genau in der Mitte dazwischen liegt, fragen sich oft verzweifelt, was an Punkt A so fantastisch ist, dass so viele Leute von Punkt B so versessen darauf sind, unbedingt dahin zu wollen. Und was an Punkt B so fantastisch ist, dass so viele Leute von Punkt A so versessen darauf sind, unbedingt dahin zu wollen. Oft wünschen sie sich, die Leute würden sich einfach mal endgültig entscheiden, wo sie denn verdammt nochmal sein möchten. Mr. Prosser wünschte sich, er wäre an Punkt D. Punkt D war nichts Spezielles. Er war ganz einfach jeder annehmbare Punkt, der sehr weit weg von den Punkten A, B und C entfernt war. Er würde am Punkt D ein hübsches kleines Häuschen haben, mit Äxten über der Tür und erfreulich viel Zeit am Punkt E verbringen, was der dem Punkt D am nächsten gelegene Papp wäre. Seine Frau wünschte sich natürlich Kletterhosen, aber er wollte Äxte. Er wusste nicht warum, er mochte einfach Äxte. Unter dem höhnischen Gegrinse der Bulldozerfahrer errötete er heftig. Er verlagerte sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen, aber es war auf beiden genauso unbequem. Ganz offenbar hatte jemand grauenhaft versagt und er hoffte bei Gott, er wäre es nicht selber, Mr. Prosser sagte. Sie hatten ja durchaus das Recht, zu geeigneter Zeit Vorschläge und Proteste zu äußern. Zu geeigneter Zeit? schimpfte Arthur. Zu geeigneter Zeit? Zum ersten Mal habe ich was davon gehört, als gestern ein Arbeiter bei mir aufkreuzte. Ich fragte ihn, ob er zum Fensterputzen gekommen wäre und er sagte nein, er sei gekommen, um das Haus abzureißen. Natürlich hat er mir das nicht gleich gesagt, nein. Erst hat er ein paar Fenster geputzt und auch noch fünf Pfund dafür verlangt. Dann erst hat er es mir gesagt. Aber Mr. Dent, die Pläne lagen die letzten neun Monate im Planungsbüro aus. Oh ja. Als ich davon hörte, bin ich gestern Nachmittag gleich rüber gegangen, um sie mir anzusehen. Man hatte sich nicht gerade viel Mühe gemacht, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Ich meine, dass man es jemandem gesagt hätte oder so. Aber die Pläne lagen aus. Lagen aus? Ich musste schließlich erst in den Keller runter. Da werden sie immer ausgehängt mit einer Taschenlampe. Tja, das Licht war wohl kaputt. Die Treppe auch. Aber die Bekanntmachung haben sie doch gefunden, oder? Ja, ja, sagte Arthur. Ja, das habe ich. Ganz zuunterst in einem verschlossenen Aktenschrank, in einem unbenutzten Klo, an dessen Tür Vorsicht, bissiger Leopard stand. Über ihn zog eine Wolke vorbei. Sie warf einen Schatten auf Arthur Dent, der auf seinen Ellenbogen gestützt im kalten Matsch lag. Sie warf einen Schatten auf Arthur Dents Haus. Mr. Prosser saß missbilligend an. Es ist ja auch nicht so, dass es ein besonders schönes Haus wäre, sagte er. Tut mir leid, aber mir gefällt es zufällig. Die Umgehungsstraße wird Ihnen auch gefallen. Ach, halten Sie Ihre Klappe, sagte Arthur Dent. Halten Sie Ihre Klappe und hauen Sie ab und nehmen Sie Ihre verdammte Umgehungsstraße gleich mit. Die kriegen Sie hier nicht durch und das wissen Sie auch. Mr. Prosser klappte den Mund mehrere Male auf und zu, während ihm einen Moment lang unerklärliche, aber irrsinnig sympathische Bilder von Arthur Dents Haus, dessen Flammen aufgingen und von Arthur Dent selbst durch den Kopf ging, wie er mit mindestens drei mächtigen Speeren im Rücken schreiend aus der lodernden Ruine rannte. Mr. Prosser quäten oft solche Visionen und sie machten ihn sehr nervös. Mr. Dent, sagte er. Ja bitte, fragte Arthur. Ein paar Tatsachen zu Ihrer Information. Können Sie sich vorstellen, welchen Schaden dieser Bulldozer hier nehmen würde, wenn ich ihn einfach über sie wegrollen ließe. Welchen denn? fragte Arthur. Überhaupt kein, sagte Mr. Prosser, stürmte nervös davon und wunderte sich, warum sein Kopf mit tausendhaarigen Reitern angefüllt war, die alle auf ihn schimpften. Durch einen seltsamen Zufall entspricht überhaupt keinen, genau dem Verdacht, den der vom Affen stammende Arthur hatte, dass einer seiner besten Freunde, nicht vom Affen, sondern in Wirklichkeit von einem kleinen Planeten in der Nähe von Beta Goethe und also auch nicht aus Guildford stammen könnte, was er immer behauptet hatte. Nie und nimmer wäre Arthur Dent dieser Verdacht gekommen. Sein Freund war erst vor ungefähr 15 Erdenjahren auf den Planeten gekommen und hatte sich große Mühe gegeben, sich in die Erdengesellschaft einzugliedern. Mit einigem Erfolg, das muss man sagen. Er hatte sich zum Beispiel diese 15 Jahre als arbeitslosen Schauspieler ausgegeben, was ziemlich plausibel klang. Dennoch hatte er sich einen fahrlässigen Schnitzer geleistet, weil er bei seinen Erkundungen vorher etwas geschlampt hatte. Aufgrund seiner Information war er auf die Idee verfallen, sich den Namen Fort Prefect zuzulegen, weil er so hübsch unabfällig sei. Er war nicht auffallend groß, seine Gesichtszüge waren eindrucksvoll, aber nicht auffallend hübsch. Sein Haar war drahtig und rötlich und von den Schläfen nach hinten gebürstet. Die Haut sah aus, als wäre sie von der Nase nach hinten gezogen. Irgendwas an ihm war ein ganz klein bisschen merkwürdig. Aber es war schwer zu sagen, was? Vielleicht lag es daran, dass seine Augen offenbar nicht oft genug zwinkerten. Und wenn man sich länger mit ihm unterhielt, begann einem aus diesem Grund unweigerlich die Augen zu tränen. Vielleicht lag es daran, dass er ein bisschen zu breit lächelte und auf die Leute den innervierenden Eindruck machte, erging ihn im nächsten Augenblick an die Gurgel. Die meisten Leute, die er sich auf der Erde zu Freunden gemacht hatte, hielten ihn für einen Exzentriker. Aber einen harmlosen. Für einen unbändigen Zecher mit ein paar drolligen Angewohnheiten. Zum Beispiel erschien er oft uneingeladen auf Universitätspartys, betrank sich total und machte sich dann über jeden Astrophysiker, der ihm in die Quere kam, so lange lustig, bis er vor die Tür gesetzt wurde. Manchmal sah man, wie er völlig geistesabwesend in den Himmel starrte, als wäre er hypnotisiert, bis ihn jemand fragte, was er da tue. Dann schreckte er für einen Moment schuldbewusst hoch, fasste sich wieder und grinste. Ach, ich halte nur nach fliegenden Untertassen Ausschau, witzelte er dann und alles lachte und fragte, was für fliegende Untertassen das denn wären. Grüne, antwortete er mit boshaftem Lächeln, lachte einen Moment lang unbändig und stürmte darauf plötzlich in den nächstbeste Bar, wo er allen eine riesige Runde Drinks spendierte. Abende wie diese endeten normalerweise verheerend. Ford betrank sich dann bis zur Besinnungslosigkeit mit Whisky, hockte sich mit irgendeinem Mädchen in die Ecke und setzte ihr in genuschelten Sätzen auseinander, dass ehrlich gesagt die Farbe der fliegenden Untertassen wirklich keine so große Rolle spiele. Danach torkelte er halb besinnungslos durch die nächtlichen Straßen und fragte vorbeikommende Polizisten immer wieder, ob sie nicht wüssten, wie man nach Betaygoi zu komme. Die Polizisten sagten dann gewöhnlich sowas wie, meinen sie nicht, dass es an der Zeit für sie ist nach Hause zu gehen, Sir? Na, das versuche ich ja, Mann, das versuche ich ja, war, was Ford bei solchen Gelegenheiten gleichbleibend antwortete. Wonach er in Wirklichkeit Ausschau hielt, wenn er so geistesabwesend in den Himmel starrte, das war praktisch jede Art fliegender Untertassen und grüne sagte er nur deshalb, weil grün traditionell die Farbe der Raumdienstanzüge des Handelsagenten von Betaygoi zu war. Ford Prefect hatte wenig Hoffnung, dass überhaupt bald eine fliegende Untertasse erscheine, denn 15 Jahre sind überall eine lange Zeit, wenn man irgendwo hängen bleibt, besonders wenn es sowas geistestötend langweiliges wie die Erde ist. Ford wünschte sich, dass bald eine fliegende Untertasse käme, denn er wusste, wie man fliegende Untertassen runterflackt und von ihnen ein Stück mitgenommen wird. Er wusste, wie man die Wunder des Universums für weniger als 30 Ather-Dollars pro Tag zu sehen kriegt. Denn in Wirklichkeit war Ford Prefect ein wandernder Kunstschafter für das durch und durch bemerkenswerte Buch Per Anhalter durch die Galaxis. Menschliche Wesen sind ungeheuer anpassungsfähig und bis zur Mittagszeit hatte sich das Leben um Arthur Dents Haus herum bereits wieder normalisiert. Es war Arthas allseits anerkannte Rolle, platschend im Matsch zu liegen und gelegentlich nach seinem Anwalt, seiner Mutter oder einem guten Buch zu verlangen. Es war Mr. Prossers allseits anerkannte Rolle, Arthur ab und zu mit neuen Finden zu attackieren. Etwa der für das öffentliche Wohl rede oder der die Entwicklung des Fortschritts rede oder der auch mir haben sie eines Tages das Haus abgerissen, aber das Leben geht weiter rede und mit verschiedenen anderen Schmeicheleien und Drohungen. Und es war die allseits anerkannte Rolle der Bulldozerfahrer, rumzusitzen, Kaffee zu trinken und Gewerkschaftssatzungen ins Spiel zu bringen, um mal zu sehen, was sich aus der Situation finanziell herausschlagen ließe. Die Erde bewegte sich langsam auf ihrer täglichen Strecke. Die Sonne trocknete den Matsch, in dem Arthur lag. Wieder wanderte ein Schatten über ihn weg. Hallo Arthur, sagte der Schatten. Arthur sah auf und erkannte, in die Sonne blinzeln, zu seinem Erstaunen Ford Prefect über sich stehen. Hallo Ford, wie geht es dir? Prima, sagte Ford. Sag mal, hast du viel zu tun? Ob ich viel zu tun habe, rief Arthur. Tja, ich muss bloß vor all diesen Bulldozern uns so liegen, weil sie mir sonst das Haus abreißen, aber ansonsten, nö, nicht besonders. Warum? Ironie ist auf Bittergeuse unbekannt. Und Ford Prefect nahm sie oft nicht wahr, es sei denn, er passte sehr auf. Er sagte, gut, kann ich irgendwo mit dir reden? Was? fragte Arthur Dent. Ein paar Sekunden lang schien Ford keine Notiz von ihm zu nehmen und starrte gebannt in den Himmel wie ein Kaninchen, das unbedingt von einem Auto überfahren werden möchte. Dann kauerte er sich plötzlich neben Arthur hin. Ich muss unbedingt mit dir reden, sagte er eindringlich. Okay, sagte Arthur, rede. Und einen trinken, sagte Ford. Es ist ungeheuer wichtig, dass wir miteinander reden und einen trinken. Und zwar jetzt. Wir gehen in den Pub im Dorf. Wieder guckte er zum Himmel hinauf, nervös und erwartungsvoll. Hör mal, kapierst du eigentlich nicht? schrie Arthur. Er zeigte auf Prosser. Der Kerl da will mein Haus abreißen. Ford sah ihn verdutzt an. Ja und? Kann er das nicht auch, wenn du weg bist? fragte er. Aber ich will das nicht. Ach so. Sag mal, was ist eigentlich mit dir, Ford? fragte Arthur. Nichts, nichts ist mit mir. Hör mal zu. Ich muss dir unbedingt das Allerwichtigste erzählen, was du je gehört hast. Ich muss es dir unbedingt jetzt sofort erzählen. Und ich muss es dir unbedingt im Horse & Groom erzählen. Aber wieso denn? Weil du einen kräftigen Schluck nötig haben wirst. Ford starrte Arthur an. Und Arthur stellte erstaunt fest, dass seine Willenskraft allmählich nachließ. Er hatte keine Ahnung, dass das auf ein altes Kneipenspiel zurückzuführen war, das Ford in den Hyperraumhäfen des maderantischen Minendistrikts des Sternensystems von Oriambeta gelernt hatte. Das Spiel war dem Erdenspiel Indianischer Ringkampf nicht unähnlich und wurde folgendermaßen gespielt. Die zwei Gegner saßen sich an einem Tisch gegenüber, jeder hatte ein Glas vor sich stehen. Zwischen ihnen stand eine Flasche Jenksgeist, der in dem alten Bergwerkslied von Orion unsterblich besungen wird. Oh, gib mir nichts mehr von dem alten Jenksgeist. Nein, gib mir nichts mehr von dem alten Jenksgeist. Denn mein Kopf, der wiegt, meine Zunge lügt, meine Augen fliegt. Und ich werde verrückt, ach, gieß mir noch ein, ein von diesem Teufels Jenksgeist. Jeder der beiden Spieler musste dann seinen ganzen Willen auf die Flasche konzentrieren und versuchen, sie zum Kippen zu bringen und Schnaps in das Glas des Gegners zu gießen, den dieser dann trinken musste. Die Flasche wurde dann wieder gefüllt. Das Spiel begann von Neuen und vom Neuen. Wenn man mal angefangen hatte zu verlieren, verlor man wahrscheinlich weiter, denn eine der Wirkungen des Jenksgeist war, die telepsychischen Kräfte herabzusetzen. Sobald eine vorher festgelegte Menge gekippt war, musste der endgültige Verlierer zur Strafe etwas tun, was normalerweise etwas ganz schweinisch-biologisches war. Ford Prefekt war normalerweise aus Verlieren aus. Ford starrte Afer an. Und er dachte so langsam, dass er vielleicht doch ins Horse & Groom gehen wolle. Aber was ist mit meinem Haus? fragte er kläglich. Ford guckte zu Mr. Prosser rüber und da ging ihm plötzlich ein boshafter Gedanke durch den Kopf. Er will dein Haus abreißen? Ja, er will eine Umgehungskraft. Und er kann nicht, weil du vor seinem Bulldozer liegst. Ja, und? Ich denke, wir werden da was machen können, sagte Ford. Verzeihung? rief er. Mr. Prosser, der mit einem Sprecher der Bulldozer-Fahrer darüber diskutierte, ob Afer Dent eine Bedrohung ihrer seelischen Gesundheit darstelle oder nicht und wie viel sie dafür bekämen, wenn das der Fall wäre, drehte sich um. Er war erstaunt und auch ein bisschen irritiert, dass Afer inzwischen Gesellschaft hatte. Ja, bitte? rief er. Ist Mr. Dent doch noch zur Vernunft gekommen? Können wir für den Augenblick mal voraussetzen? rief Ford, dass er das nicht getan hat. Na und? seufzte Mr. Prosser. Und können wir ebenfalls mal voraussetzen, sagte Ford, dass er den ganzen Tag hier liegen bleiben wird. Und? Und all ihre Leute den ganzen Tag rumstehen und nichts tun können. Könnte sein, könnte sein. Okay, wenn sie sich sowieso damit abgefunden haben, dann müssen sie ihn hier doch nicht die ganze Zeit liegen haben, oder? Was? Sie brauchen ihn noch nicht unbedingt hier, sagte Ford geduldig. Darüber dachte Mr. Prosser nach. Nein, nicht unbedingt, sagte er. Also brauchen würde ich nicht sagen. Prosser war das nicht geheuer. Er dachte, einer von ihnen dächte nicht gerade sehr logisch. Ford sagte, wenn sie also einfach mal annehmen, er wäre eigentlich hier, dann könnten er und ich uns doch schnell mal auf eine halbe Stunde in den Papp vorziehen. Wie finden Sie das? Mr. Prosser fand das komplett verrückt. Das hört sich vernünftig an, sagte er in beruhigendem Ton und fragte sich, wen er wohl zu beruhigen versuche. Und wenn sie dann später auch auf einen kleinen Schluck abhauen wollen, sagte Ford, können wir ja die Stellung so lange für sie halten. Vielen herzlichen Dank, sagte Mr. Prosser, der inzwischen überhaupt keine Ahnung mehr hatte, wie er sich verhalten sollte. Vielen herzlichen Dank, ja, sehr freundlich von Ihnen. Er runzelte die Stirn, dann lächelte er. Dann versuchte er beides zugleich, schaffte es nicht, griff dann nach seinem Pelzhut und drehte ihn unablässig auf seinem Kopf rum. Er konnte sich nur vorstellen, er habe gerade gesiegt. Bitte, fuhr Ford Prefekt fort, wenn Sie eben mal hier rüber kämen und sich hinlegten. Was? sagte Mr. Prosser. Oh, ich bitte um Verzeihung, sagte Ford, vielleicht habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt, aber irgendjemand muss doch jetzt vor dem Bulldozer liegen, nicht wahr? Sonst würden Sie ja nichts davon abhalten, in Mr. Dent's Haus hineinzufahren. Was? sagte Mr. Prosser schon wieder. Es ist ganz einfach, sagte Ford. Mein Klient, Mr. Dent, sagt, dass er aus dem Matsch hier nur unter der Bedingung aufsteht, dass Sie herkommen und ihn ablösen. Was redest du denn da? sagte Arthur, aber Ford gab ihm mit einem leicht Fußtritt zu verstehen, dass er den Schnabel halten solle. Sie möchten, sagte Mr. Prosser wie er sie kannte. Er seufzte. Und dafür gehen Sie mit Mr. Dent rüber in den Pub. So ist es, sagte Ford. Genau so ist es. Mr. Prosser machte ein paar nervöse Schritte vorwärts und blieb wieder stehen. Ehrenwort, sagte er. Ehrenwort, sagte Ford und drehte sich zu Arthur um. Los, sagte er zu ihm. Steh auf und lass diesen Menschen sich hierher legen. Arthur stand auf. Er hatte das Gefühl, er befinde sich in einem Traum. Ford nickte Prosser zu, der sich traurig und unbeholfen in den Matsch setzte. Mr. Prosser hatte das Gefühl, sein ganzes Leben sei so etwas wie ein Traum. Und manchmal fragte er sich, wer ihn gerade träume und ob der Träumer sich wohl amüsiere. Der Matsch legte sich um seinen Hintern und seine Arme und quoll ihm in die Schuhe. Ford sah ihn streng an. Und nicht etwa heimlich Mr. Dans Haus abreißen, während er weg ist. Verstanden? sagte er. Nicht mal der Gedanke daran, knurrte Mr. Prosser, als er sich zurücklegte. Würde mir auch nur am entferntesten in den Sinn kommen. Er sah dem Vertreter der Bulldozer-Fahrer-Gewerkschaft näher kommen, ließ den Kopf zurücksinken und schloss die Augen. Er versuchte, seine Argumente zu ordnen, um zu beweisen, dass er nun nicht selber eine Bedrohung ihrer seelischen Gesundheit darstelle. Er war sich da absolut nicht sicher. Sein Kopf schien voller Geräusche zu sein, Pferdegetrappe, Rauch und Blutgeruch. Das passierte immer, wenn er sich mies oder übertölpelt vorkam und nie hatte er sich das erklären können. In einer hohen Dimension, von der wir nicht das geringste wissen, brüllte der mächtige Kahn vor Wut. Mr. Prosser aber zitterte nur ein bisschen und wimmerte. Hinter seinen Liedern fühlte er, wie ihn ein paar Tränen zwickten. Bürokratische Spitzfindigkeiten, wütende Leute im Matsch, undefinierbare Fremde, die unbegreifliche Demütigung austeilten und eine unbekannte Reiterarmee in seinem Kopf, die ihn auslachte. Was für ein Tag! Was für ein Tag! Ford Prefect wusste, dass es so egal war, wie sechs oder ein halbes Dutzend, ob Arfers Haus nun abgerissen würde oder nicht. Arfa war noch immer sehr besorgt. Können wir ihm denn auch trauen? fragte er. Ich für meinen Teil würde ihm bis ans Ende der Welt trauen, sagte Ford. Na klar, sagte Arfa, aber wie weit ist das noch weg? Ungefähr zwölf Minuten, sagte Ford. Los, komm, ich brauch einen Drink. Kapitel 2 Folgendes ist der Enzyklopädie Galactica über Alkohol zu entnehmen. Das steht, dass Alkohol eine farblose, leicht verfliegende Flüssigkeit ist, die durch Vergären von Zucker entsteht und auf bestimmte Bioformen auf Kohlenstoffbasis giftig wirkt. Auch der Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis erwähnt den Alkohol. Da steht, der beste Drink, den es gibt, ist der pangalaktische Donnergurgler. Da steht, die Wirkung eines pangalaktischen Donnergurglers ist so, als wäre einem mit einem riesigen Goldbaren, der in Zitronenscheiben gehüllt ist, das Hirn aus dem Kopf gedroschen. Der Anhalter gibt einem auch Auskunft darüber, auf welchem Planeten die besten pangalaktischen Donnergurgler gemixt werden, wie viel man über den Gaumen gepeilt dafür bezahlen muss und welche freiwilligen Organisationen einem hinterher wieder auf die Beine helfen. Der Anhalter verrät einem sogar, wie man ihn sich selber mixen kann. Man nehme den Inhalt einer Flasche alten Jenksgeist, heißt es da, man füge einen Teil aus den Meeren von Santraginus V hinzu. Oh, diese santraginesische Meerwasser, heißt es da. Oh, diese santraginesischen Fische. Man lasse drei Würfel Arcturanischen Megajin in der Mischung zergehen. Sie muss gut gefroren sein, sonst verfliegt das Benzin darin. Nun lasse man vier Liter falianische Suntfgas hindurchperlen, zur Erinnerung an all die glücklichen Anhalter, die vor Freude in den Sünfen von Valia starben. Über einen umgedrehten Silberlöffel lasse man nun einen Teil qualaktinischen Hyperminzextrakt tröpfeln, der nach allen Dunkeln zu Kopf steigenden qualaktinischen Zonen duftet. Zart, süß und mystisch. Man werfe den Zahn eines algolianischen Sonnentigers hinein, schau zu, wie er sich auflöst und sich die Feuer der algolianischen Sonne tief im Herzen des Drinks verteilen. Ein Spritzer Samphor, zum Schluss eine Olive, trinken, aber sehr vorsichtig. Der Reiseführer, der Anhalter durch die Galaxis, verkauft sich etwas besser als die Enzyklopädie Galactica. Sechs Gläser Helles, sagte Fort Prefect zum Barmann im Horse & Groom und ein bisschen Dali, die Welt geht gleich unter. Der Barmann im Horse & Groom verdiente keine solche Behandlung. Er war ein würdiger, alter Mann. Er schob seine Brille auf der Nase zurecht und sah Fort Prefect blinzend an. Fort nahm keine Notiz von ihm und starrte aus dem Fenster. Also sah der Barmann Ather an, der hilflos mit den Schultern zog und nichts sagte. Der Barmann sagte, Ach wirklich, Sir? Prima Wetter für sowas! und machte sich ans Zapfen der Biere. Dann versuchte er es nochmal. Sehen Sie sich das Spiel heute Nachmittag an, Sir? Fort drehte sich zu ihm um. Nein, hat keinen Zweck, sagte er und guckte wieder aus dem Fenster. Was denn? Ausgemachte Sache für sich, Sir? fragte der Barmann. Hast du eine ohne Chance? Nein, nein, sagte Fort. Es ist nur, dass die Welt gleich untergeht. Oh ja, Sir, das sagten Sie, sagte der Barmann und guckte über seine Brille diesmal zu Ather rüber. Glück für Arsenal, wenn's stimmt! Fort sah ihm wieder an, aufrichtig erstaunt. Nein, eigentlich nicht, sagte er. Er zog die Stirn raus. Der Barmann atmete hörbar ein. So, bitteschön, Sir, sechs heller, sagte er. Ather lächelte ihn verlegen an und zog erneut die Schultern. Er drehte sich um und lächelte verlegen ins Lokal. Einfach für den Fall, dass jemand zugehört hatte. Das hatte aber keiner und darum begriff auch keiner, warum er sie anlächelte. Ein Mann, der neben Fort an der Bar saß, sah die beiden Männer an, sah die sechs Gläser Helles an, machte schnell eine kleine Überschlagsrechnung im Kopf, kam zu einem Ergebnis, das ihm gefiel und schenkte ihnen ein dämlich hoffnungsvolles Grinsen. Denkste, sagte Fort, die sind für uns und warf dem Mann einen Blick zu, der selbst einen algolianischen Sonnentiger dazu gebracht hätte, sich wieder um seinen eigenen Kram zu kümmern. Fort knallte eine Fünf-Pfund-Note auf die Bar. Er sagte, der Rest ist für Sie. Was, für einen Fünfer? Vielen Dank, Sir. Ihnen bleiben noch zehn Minuten, es auszugeben. Der Barmann hielt es fürs Beste, erstmal für eine Weile beiseite zu gehen. Fort, sagte Arthur, würdest du mir bitte mal sagen, was zum Teufel eigentlich los ist? Trink aus, sagte Fort, du musst die drei Bier noch schaffen. Drei Bier, fragte Arthur, zur Mittagszeit. Der Mann neben Fort grinste und nickte fröhlich. Fort übersah ihn. Er sagte, die Zeit ist eine Illusion. Die Mittagszeit erst recht. Sehr tiefsinnig, sagte Arthur. Das solltest du an Reader's Digest schicken. Die haben da extra eine Seite für Leute wie dich. Trink aus. Warum denn drei Bier und so schnell? Zur Muskelentspannung, die wirst du noch brauchen. Muskelentspannung, Muskelentspannung. Arthur glotzte in sein Bier. Habe ich heute irgendwas verkehrt gemacht, sagte er. Oder war die Welt schon immer so und ich war bloß zu sehr mit dir beschäftigt, um es zu bemerken. Okay, sagte Fort. Ich werde es dir zu erklären versuchen. Wie lange kennen wir uns? Lange, dachte Arthur. Ungefähr fünf Jahre, vielleicht sechs, sagte er. Die meiste Zeit kam mir eigentlich ganz normal vor. Okay, sagte Fort. Was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass ich gar nicht aus Guildford bin, sondern von einem kleinen Planeten irgendwo in der Nähe von Betai Goitze. Arthur zuckte unentschlossen mit den Achseln. Weiß nicht, sagte er und trank einen Schluck Bier. Warum solltest du denn sowas sagen? Fort gab's auf. Sich damit rumzuquälen war jetzt wirklich müßig, wo die Welt sowieso gleich unterging. Er sagte bloß, trink aus. Er fügte völlig ernst hinzu, die Welt geht gleich unter. Arthur lächelte wieder verlegen ins Lokal. Die Lokalgäste sahen ihn finster an. Ein Mann machte ihm ein Zeichen, dass er gefälligst aufhören solle zu lächeln und sich um seinen eigenen Kram kümmern. Heute muss Donnerstag sein, sagte sich Arthur und beugte sich tief über sein Bier. Mit Donnerstagen kam ich noch nie zur Rande. Kapitel 3 An diesem ganz speziellen Donnerstag bewegte sich viele Meilen über dem Planeten etwas lautlos durch die Ionosphäre. Mehrere Etwasse, um genau zu sein. Mehrere Dutzend riesige, gelbe, plumpe, scheibenartige Etwasse, riesig wie Bürohäuser, leise wie Vögel. Sie segelten gemächlich dahin, sonnten sich in den elektromagnetischen Strahlen des Sterns Sohle, warteten ab, bezogen Stellung hielten sich bereit. Der Planet unter ihnen hatte so gut wie keine Ahnung von ihrer Anwesenheit und das entsprach im Augenblick genau dem, was sie wollten. Die riesigen gelben Etwasse flogen unbemerkt nach Goon Hilli, schwebten ohne jedes Echo-Signal über Capge-Naveral weg, Woomora und Jodrell Bank sahen schlicht und einfach durch sie durch, was schade war, weil das genau die Dinge waren, nach denen sie die ganzen Jahre Ausschau gehalten hatten. Als einziges registrierte sie ein kleiner schwarzer Apparat namens Sub-Ether-Sentomatic, der seelenruhig vor sich hin tickerte. Er ruhte in der Dunkelheit eines Lederbeutels, den Fort Prefect gewöhnlich um den Hals trug. Die Sachen in diesem Beutel waren wirklich hochinteressant, und hätten jedem Physiker auf der Erde die Augen aus dem Kopf treten lassen, weshalb er sie auch immer unter ein paar zerflederten Stückmanuskripten versteckte, von denen er so tat, als studiere er sie. Außerdem Sub-Ether-Sentomatic und den Stücken besaß Fort einen elektronischen Daumen, einen kurzen, kompakten, schwarzen Stab, glatt und matt glänzend, mit einer Reihe flacher Schalter und Skalen an dem einen Ende. Außerdem hatte er ein Gerät, das fast wie ein etwas groß geratener Rechenschieber aussah. An ihm befanden sich ungefähr 100 winzig kleine flache Köpfe und ein etwa 10x10 cm großer Bildschirm, auf dem blitzschnell jede einzelne von einer Million Buchseiten eingespielt werden konnten. Es sah wahnsinnig kompliziert aus, was auch einer der Gründe war, weshalb die genau passende Plastikhülle, in der es steckte, mit großen, freundlichen Buchstaben die Worte keine Panik gedruckt waren. Der andere Grund war der, dass dieses Gerät in Wirklichkeit das bemerkenswerteste aller Bücher war, die bei den großen Verlagen von Ursa Minor je erschienen sind, per Anhalter durch die Galaxis. Man hatte es in der Form einer Mikrosubmission Elektronikeinheit herausgebracht, denn, wenn man es in normaler Buchform gedruckt hätte, wäre der interstellare Anhalter gezwungen gewesen, mehrere unhandliche Lagerhallen mit sich herumzuschleppen. Ganz zuunter erst in Fort Prefax Beutel lagen ein paar Kugelschreiber, ein Notizblock und ein ziemlich großes Badetuch von Marx und Spencer. Der Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis enthält ein paar Angaben zum Thema Handtücher. Ein Handtuch heißt es da, ist so ungefähr das Nützlichste, was der interstellare Anhalter besitzen kann. Einmal ist es vom großen praktischen Wert. Man kann sich zum Wärmen darin einwickeln, wenn man über die kalten Monde von Jagdlambeter hüpft. Man kann an den leuchtenden Marmorsandstränden von Santraginus 5 darauf fliegen, wenn man die berauschenden Dämpfe des Meeres einatmet. Man kann unter den zu rot glühenden Sternen in den Wüsten von Krakrafon darunter schlafen. Man kann es als Segel an einem Minifloß verwenden, wenn man den trägen bedächtig strömenden Motfluss hinunter segelt und nass ist es eine ausgezeichnete Nahkampfwaffe. Man kann es sich vors Gesicht binden, um sich gegen schädliche Gase zu schützen oder dem Blick des gefräßigen Plapperkäfers von Tral zu entgehen, einem zum verrückt werden dämliches Vieh. Es nimmt an, wenn du es nicht siehst, kann es dich auch nicht sehen, bescheuert wie eine Bürste, aber sehr sehr gefräßig. Bei Gefahr kann man sein Handtuch als Notsignal schwenken und sich natürlich damit abtrocknen, wenn es dann noch sauber genug ist. Was jedoch noch wichtiger ist, ein Handtuch hat einen immensen psychologischen Wert. Wenn zum Beispiel ein Strack dahinter kommt, dass ein Anhalter sein Handtuch bei sich hat, wird er automatisch annehmen, er besäße auch Zahnbürste, Waschlappen, Seife, Keksdose, Trinkflasche, Kompass, Landkarte, Bindfadenrolle, Insektenspray, Regenausrüstung, Raumanzug und so weiter und so weiter und der Strack wird dann dem Anhalter diese oder ein Dutzend andere Dinge bereitwilligst leihen, die der Anhalter zufällig gerade verloren hat. Der Strack denkt natürlich, dass ein Mann, der kreuz und quer durch die Galaxis trammt, ein hartes Leben führt, in die dreckigsten Winkel kommt, gegen schreckliche Übermächte kämpft, sich schließlich an sein Ziel durchschlägt und trotzdem noch weiß, wo sein Handtuch ist. Eben ein Mann sein muss, auf den man sich verlassen kann. Daher der Satz, der in den Anhalter-Jargon übernommen worden ist. Hey, hast du den Huppie vor Prefect gesagt? Das ist ein Fruit, der weiß echt, wo sein Handtuch ist. Sassen ist gleich Wissen, durchblicken, treffen. Sex haben mit. Huppie ist gleich echt irrer Typ. Fruit ist gleich total echt irrer Typ. Das Sub-Ether-Sansomatic, das friedlich auf dem Badetuch in Fort Prefects Beutel rote, begann schneller zu ticken. Viele Meilen über der Oberfläche des Planeten schwärmten die riesigen gelben Etwasse fächerförmig auseinander. In Yachtville Bank beschloss jemand, es wäre Zeit für eine schöne erholsame Tasse Tee. Hast du auch dein Handtuch bei dir? sagte Ford plötzlich zu Arthur. Arthur, der sich durch sein drittes Bier müde drehte sich zu ihm um. Was? Wieso? Was? Nein! Sollte ich das? Er hatte es aufgegeben, sich noch über irgendwas zu wundern. Das hatte offenbar sowieso keinen Zweck. Ford schnalzte nervös mit der Zunge. Trink aus, drängte er. In diesem Augenblick drang ein dumpfes polterndes Krachen von draußen durch das leise gemurmel im Papp, durch die Musik der Suchbox und durch den Schluck auf des Mannes neben Ford, der dem Kerl schließlich doch noch einen Whisky spendiert hatte. Arthur verschluckte sich an seinem Bier und sprang auf. Was ist schrie er? Keine Bange, sagte Ford. Sie haben noch nicht angefangen. Gott sei Dank, sagte Arthur und setzte sich erleichtert wieder hin. Es ist wahrscheinlich bloß dein Haus, das abgerissen wird, sagte Ford und kippte sein letztes Glas heiles. Was? schrie Arthur. Forts Bann war plötzlich gebrochen. Arthur sah sich wütend um und rannte ans Fenster. Mein Gott, tatsächlich, sie reißen mein Haus ab. Was zum Teufel tue ich denn hier am Pub fort? Das macht doch jetzt kaum noch was aus, sagte Ford. Lass ihn doch ihren Spaß. Spaß, kreischte Arthur, Spaß. Schnell vergewisserte er sich durch das Fenster, dass sie beide über das gleiche sprachen. Zum Teufel mit ihrem Spaß, schimpfte er, rannte aus dem Pub und schwenkte wütend sein fast leeres Bierglas. An diesem Mittag machte er sich in den Pub weiß Gott keine Freunde. Halt ihr von da ein ihr Haus zerstörer, brüllte Arthur. Ihr übergeschnappten Barbaren werdet ihr wohl aufhören. Ford musste unbedingt schnell hinter ihm her. Er drehte sich rasch zu dem Barmann um und verlangte vier Tüten Erdnüsse. So, bitte Sir, sagte der Barmann und knallte die Tüten auf die Bar. 28 Pents, wenn sie so nett wären. Ford war sehr nett. Er gab dem Barmann eine zweite Fünf-Fund-Note und sagte ihm, dass er den Rest behalten könne. Der Barmann sah auf das Geld, dann sah er Ford an. Plötzlich fröstete ihn. Vorübergehend verspürte er ein Gefühl, das er sich nicht erklären konnte, weil es noch niemand zuvor auf der Erde verspürt hatte. In Augenblicken großer innerer Anspannung sendete jede existierende Bioform unbewusst ein winziges Signal aus. Dieses Signal übermittelt ein exaktes und geradezu erschütterndes Gefühl davon, wie weit das betreffende Wesen von seinem Geburtsort entfernt ist. Auf der Erde ist es unmöglich, weiter als 20.000 Kilometer von seinem Geburtsort entfernt zu sein, was wirklich nicht sehr weit ist. Darum sind die Signale auch zu schwach, um überhaupt bemerkt zu werden. Ford Prefect stand in diesem Augenblick unter großer innerer Spannung und der war 600 Lichtjahre entfernt in unmittelbarer Nähe von Betai Golze geboren. Der Barmann schwankte einen Moment, getroffen von einem schrecklichen, unfassbaren Gefühl der Ferne. Er wusste nicht, was es bedeutete, aber er sah fort plötzlich mit Respekt, ja, beinahe mit Ehrfurcht an. Ist das ernst Sir? fragte er und flüsterte so leise, dass der ganze Pub ins Schweigen versank. Sie meinen, die Welt geht unter? Ja, sagte Ford. Heute Nachmittag. Ford hatte sich wieder gefasst. Er war gut gelaunt, wie schon lange nicht mehr. Ja, sagte er fröhlich. In weniger als zwei Minuten würde ich schätzen. Der Barmann traute dieser Unterhaltung nicht, aber dem Gefühl, das er gerade spürt hatte, traute er auch nicht. Und können wir denn gar nichts dagegen tun? fragte er. Nein, nichts, sagte Ford und stopfte die Erdnüsse in seine Tasche. Irgendeiner der verstummten Bar lachte plötzlich heiserlos darüber, wie albern sie sich alle benähmen. Der Mann neben Ford war mittlerweile ziemlich blau. Seine Augen schlingerten zu Ford drauf. Ich dachte, sagte er, wenn die Welt untergeht, müssten wir uns auf den Boden legen oder eine Papiertüte über den Kopf ziehen oder so. klar, wenn es ihnen Spaß macht, sagte Ford. Das haben sie uns in der Armee beigebracht, sagte der Mann. Und seine Augen begaben sich auf die lange Reise zurück zu seinem Whisky. Und hilft das? fragte der Barmann. Nein, sagte Ford und schenkte ihm ein freundliches Lächeln. Entschuldigen Sie mich bitte, sagte er, ich muss gehen. Er winkte kurz und ging hinaus. Die Leute im Pub schwiegen noch eine Weile, dann lachte wieder der Mann mit dem heiseren Lachen, was alle peinlich berührte. Dem Mädchen, das er in dem Pub mitgeschleibt hatte, war es während der letzten Stunde reichlich widerlich geworden und es wäre ihr wahrscheinlich eine große Genugtuung gewesen, wenn sie gewusst hätte, dass er in ungefähr anderthalb Minuten plötzlich zu einer Wolke aus Wasserstoff, Ozon und Kohlenmonoxid verdampfen würde. Leider würde sie in diesem Moment zu sehr mit ihrer eigenen Verdampfung beschäftigt sein, um sich noch darüber zu freuen. Der Barmann räusperte sich, er hörte sich sagen, die letzten Bestellungen bitte. Die riesigen gelben Maschinen gingen allmählich tiefer und flogen schneller. Ford wusste, jetzt waren sie da. Aber so hatte er sich nicht gewünscht. Arthur war die Straße entlang gerannt und fast an seinem Haus angekommen. Er merkte nicht, wie kalt es plötzlich geworden war. Er bemerkte den Wind nicht, er bemerkte auch nicht die plötzliche und völlig widersinnige Regenböe. Er bemerkte nichts außer den Planierraupen, die über die Trümmer krochen, die einmal sein Haus waren. Ihr Barbaren, schrie er, ich verklage die Gemeindeverwaltung auf jeden Penny, den sie hat. Ich lasse euch hängen, strecken und vierteilen und auspeitschen und gar kochen, bis ihr die Nase verlappt. Ford rannte sehr schnell hinter ihm her, sehr, sehr schnell. Und dann mache ich nochmal, schrie Arthur. Und wenn ich damit fertig bin, nehme ich die ganzen kleinen Stückchen und trample da auf rum. Arthur bemerkte nicht, dass die Männer von den Bulldozern wegrannten. Er bemerkte nicht, dass Mr. Prosser wie gebannt in den Himmel starrte. Als Mr. Prosser bemerkte, das waren riesige gelbe Etwasse, die durch die Wolken heulten. Unwahrscheinlich riesige gelbe Etwasse. Und ich werde drauf rumtrampeln, schrie Arthur und lief immer weiter, bis ich Blasen kriege oder bis mir noch was furchtbar es einfällt und dann werde ich. Arthur stolperte und fiel kopfüber hin, überschlug sich und landete auf dem Rücken. Endlich bemerkte er, dass etwas vor sich ging. Was ist das denn? kreischte er. Egal was es war, es raste in seiner monströsen Gelbheit über den Himmel, zerriss ihn mit einem wahnsinnigen Knall und verschwand in der Ferne, während die klaffende Luft sich hinter ihm mit einem Peng schloss, als sie wussten wirklich selber nicht, was sie eigentlich taten. Nichts jedenfalls war sehr vernünftig. Sie rannten in die Häuser hinein, sie rannten aus den Häusern heraus, sie schrien lautlos bei all dem Krach. Auf der ganzen Welt waren die Straßen der Städte zum bärsten voll mit Menschen, die Autos fegten ineinander, als der Donner auf sie heruntersackte und dann wie eine Flutwelle über Hügel und Täler, Wüsten und Ozeane davonrollte und alles niederzuwalzen schien, was er traf. Nur einer stand da und beobachtete den Himmel, stand da mit schrecklicher Traurigkeit im Auge und Gummistöpseln in den Ohren. Er wusste genau, was jetzt passierte und wusste es schon die ganze Zeit, seit seinen Zapifa Sansomätik plötzlich mitten in der Nacht zu ticken begann und ihn aus dem Schlaf riss. Das war's, worauf er all die Jahre gewartet hatte. Als er aber allein in seinem kleinen dunklen Zimmer den Signalkot entziffert hatte, da hatte Kälte ihn erfasst und ihm das Herz zusammengepresst. Von allen Rassen in der ganzen Galaxis, die hätten zu Besuch kommen und dem Planeten Erde ihr gigantisches Hallo zurufen können, dachte er, mussten es dann nicht ausgerechnet die Vogonen sein. Trotzdem wusste er, was er zu tun hatte. Als das vogonische Raumschiff hoch über ihm durch die Luft kreischte, öffnete er seinen Lederbeutel. Er warf das Exemplar von Josef und der wunderbare Technikolor Traummantel weg, er warf das Exemplar von der Gottes Zauber weg, wo er hinging, brauchte er sie nicht mehr. Alles war fertig, alles war bereit. Er wusste, wo sein Handtuch war. Eine plötzliche Stille fiel auf die Erde. Womöglich war sie noch schlimmer als der Krach. Eine Weile passierte überhaupt nichts. Die riesigen Raumschiffe hingen reglos am Himmel über jedem Land der Erde. Reglos hingen sie am Himmel riesig, mächtig, unerschütterlich. Eine Lästerung gegen die Natur. Viele Leute traf einfach der Schlag, als sie mit ihrem Verstand zu fassen versuchten, was sie sahen. Die Raumschiffe hingen so am Himmel, wie Ziegesteine es nicht tun. Und immer noch passierte nichts. Dann hörte man ein leises Wispern. Ein plötzliches weltweites Wispern. Durchdringend und allumfassend. Jede Hi-Fi Anlage der Welt, jedes Radio, jeder Fernseher, jeder Kassettenrekorder, jeder Bass, Mittel und Hochton Lautsprecher auf der Erde schaltete sich friedlich von selbst ein. Jede Konservendose, jeder Mülleimer, jedes Fenster, jedes Auto, jedes Weinglas, jedes rostige Stück Metall wurde zum akustisch perfekten Resonanzträger. Bevor die Erde von der Bildfläche verschwand, sollte sie wenigstens noch in den Genuss des allerletzten Schreis der Tontechnik kommen, des größten öffentlichen Endverstärkers, der je gebaut wurde. Aber es gab kein Konzert, keine Musik, keine Fanfare, nur eine simple Botschaft. Bewohner der Erde, bitte herhören, sagte eine Stimme und es war einfach fantastisch. Ein einfach fantastisch perfekter Quadrosound mit einem so niedrigen Klärfaktor, dass einem anständigen Menschen das Heulen kommen konnte. Hier spricht Prostetnik Vogon Yelts vom galaktischen Hyperraum Planungsrat, fuhr die Stimme fort. Wie ihnen zweifellos bekannt sein wird, sähen die Pläne zur Entwicklung der Außenregion der Galaxis dem Bau einer Hyperraum Expressroute durch ihr Sternensystem vor und bedauerlicherweise ist ihr Planet einer von denen, die gesprengt werden müssen. Das Ganze wird nur etwas weniger als zwei ihrer Erden Minuten in Anspruch nehmen. Danke! Der Endverstärker verstummte. Verständnisloser Schrecken senkte sich über die lauschenden Menschen auf der Erde. Der Schrecken zog langsam durch die versammelten Menschenmengen, als wären sie Eisenspäne auf einem Brett, unter dem ein Magnet entlang gezogen wird. Panik schoss wieder hoch, eine verzweifelte Panik zu fliehen, aber es gab nichts, wohin man fliehen konnte, das Bemerkten, schalteten die Vogonen ihre Superanlage wieder ein. Die Stimme sagte, Es gibt überhaupt keinen Grund, dermaßen überrascht zu tun. Alle Planungsentwürfe und Zerstörungsanweisungen haben 50 ihrer Erden jahrelang in ihrem zuständigen Planungsamt auf Alpha Centauri ausgelegen. Sie hatten also viel Zeit, formell Beschwerde einzulegen, aber jetzt ist es viel zu spät, so ein Gewese darum zu machen. Wieder verstummte der Endverstärker und sein Echo heilte über das Land. Die riesigen Raumschiffe machten am Himmel mit langsamer Kraft gemächlich kehrt. Auf der Unterseite eines jeden ging eine Luke auf, ein leeres schwarzes Viereck. Währenddessen musste irgendwo irgendjemand eine Radiostation besetzt, die richtige Frequenz gefunden und eine Botschaft an die vogonischen Raumschiffe gesendet haben, um sich für den Planeten einzusetzen. Niemand hörte jemals was gesagt wurde. Man hörte nur die Antwort. Der gewaltige Endverstärker erwachte wieder zum Leben. Die Stimme war gereizt. Sie sagte Was soll das heißen? Sie sind niemals auf Alpha Centauri gewesen? Ja du meine Güte, ihr Erdlinge, das ist doch nur vier Lichtjahre von hier. Tut mir wirklich ihr Problem. Vernichtungsstrahlen einschalten! Licht ergoss sich aus den Luken. Ich weiß nicht, sagte die Stimme von oben. Ein lahmer Drecksplanet ist das. Ich habe nicht das geringste Mitleid. Sie verstummte. Es folgte eine wahnsinnige grauenhafte Stille. Es folgte ein wahnsinniger grauenhafter Krach. Es folgte eine wahnsinnige grauenhafte Stille. Die Bauflotte der Vogonen glitt davon in hier rabenschwarze bestiernte Leere. Kapitel 4 Weit weg im genau gegenüberliegenden Spiralarm der Galaxis 500.000 Lichtjahre vom Stern Sol entfernt raste Safot Beble Brox der Präsident der Regierung des Galaktischen Imperiums über die Meere von Damogran sein iongetriebenes Deltaboot blinkte und glitzerte in der damogranischen Sonne. Damogran der Heiße Damogran der Entlegene Damogran der fast total unbekannte Planet Damogran der geheime Stützpunkt der Herz aus Gold. Das Boot raste weiter über das Wasser. Es würde einige Zeit dauern, bis es sein Ziel erreichte. Denn Damogran ist ein furchtbar unpraktisch angelegter Planet. Er besteht aus nichts anderem als mittelgroßen bis großen Wüsten einlanden, die durch wunderschöne aber nervierend riesige Wasserflächen voneinander getrennt sind. Das Boot raste weiter. Wegen dieser topografischen Unbewähmlichkeit ist Damogran immer öd und leer geblieben. Das ist aber auch der Grund, weshalb die Regierung des galaktischen Imperiums Damogran für das Herz aus Gold Projekt wehte. Denn der Planet war so wahnsinnig öd und leer und das Herz aus Gold Projekt war so wahnsinnig geheim. Das Boot sierte und schwörte über das Meer. Das Meer, das sich zwischen den Hauptinseln der einzigen Inselgruppe des Planeten erstreckte, die von brauchbarer Größe war. Safod Beblebrox befand sich auf dem Weg von dem winzigen Raumflughafen auf der Osterinsel, das die Insel so hieß, war ein vollkommen bedeutungsloser Zufall, auf galaktisch heißt Oster klein, flach und hellbraun, zur Herz aus Goldinsel, die aufgrund eines weiteren vollkommen bedeutungslosen Zufalls Frankreich hieß. Einer der Nebeneffekte der Arbeit an der Herz aus Gold war eine ganze Reihe vollkommen bedeutungsloser Zufälle. Aber es war absolut kein Zufall, dass der heutige Tag, der Tag des Höhepunkts des ganzen Projekts, der große Tag der Entschüllung, der Tag, an dem die Herz aus Gold endlich der staunenden Galaxis vorgestellt werden große Tag des Höhepunkts von Zafot Beblebrox war. Vor allem dieses Tages wegen hatte er beschlossen, sich um die Präsidentschaft zu bewerben. Eine Entscheidung, die Schockwellen der Verwunderung durch das ganze Galaktische Imperium verbreitet hatte. Zafot Beblebrox Präsident doch nicht als der Präsident eine Fußnote Präsident voller Titel Präsident der Regierung des Galaktischen Imperiums Die Bezeichnung Imperium in Klammern Kaiserreich wird beibehalten, obwohl sie mittlerweile anachronistisch ist. Der rechtmäßige Kaiser ist beinahe tot, das schon seit vielen Jahrhunderten. In den allerletzten Momenten seines Komas wurde er in ein Blutstockungsfeld eingeschlossen, das ihn im Zustand ewiger Unwandelbarkeit hält. All seine Erben sind inzwischen tot und das bedeutet, dass sich die Macht ohne jede drastische politische Umwälzung einfach und erfolgreich eine oder zwei Sprossen auf der Stufenleiter nach unten bewegt hat und jetzt bei einem Gremium liegt, das früher schlicht und einfach als kaiserliche Berater fungiert hat. Eine gewählte Regierungsversammlung, der ein aus ihrer Mitte gewählter Präsident vorsteht. In Wirklichkeit jedoch liegt die Macht bei keiner dieser Stellen. Vor allem der Präsident ist eigentlich nur ein Strohmann. Er übt keine, aber auch wirklich gar keine Macht aus. Er wird zwar von der Regierung gewählt, aber die Qualitäten, die er vorzuweisen hat, haben weniger was mit Führung zu tun, als vielmehr mit subtil dosierter Unverschämtheit. Aus diesem Grunde ist der Präsident stets eine widersprüchliche Persönlichkeit, ein aufreizender, doch faszinierender Charakter. Seine Aufgabe besteht nicht darin, Macht auszuüben, sondern die Aufmerksamkeit von ihr abzulenken. In dieser Hinsicht ist Zappert Beblebrox einer der erfolgreichsten Präsidenten, die die Galaxis je hatte. Zwei seiner zehn Präsidenten Jahre verbrachte er bereits wegen Unterschlagung hinter Gittern. Ganz ganz wenige Leute wissen, dass der Präsident und die Regierung eigentlich gar keine Macht haben und von diesen wenigen wissen nur sechs von wem die allerhöchste politische Macht ausgeht. Fast alle anderen glauben im Stillen, die letzten Entscheidungsbefugnisse habe ein Computer inne. Sie könnten nicht falscher liegen. Doch nicht der als Präsident! Viele hatten das als schlagenden Beweis dafür gesehen, dass die Gesamtheit der bekannten Schöpfung endgültig übergeschnappt war. Zappert grinste und gab dem Boot einen Extra-Tacken drauf. Zappert Beblebrox, manischer Selbstbeweihräucherer in persönlichen Beziehungen ein grauenhafter Versager oftmals für total bescheuert gehalten. Präsident? Niemand war übergeschnappt, zumindest nicht so. Nur sechs Leute in der gesamten Galaxis kapierten das Prinzip, nachdem die Galaxis regiert wurde. Und sie wussten, dass in dem Moment als Zappert Beblebrox verkündet hatte, dass er sich um die Präsidentschaft bewerben werde, die ganze Sache mehr oder weniger ein Fair Accompli war. Zappert Beblebrox war das ideale Präsidentschaftsfutter. Was sie absolut nicht kapierten, das war, warum Zappert das tat. Er ging in eine scharfe Kurve und schoss einen mächtigen Schwall Wasser gegen die Sonne. Heute war der Tag. Heute war der Tag, an dem sie dahinter kommen würden, was Zappert im Schilde führte. Heute war der Tag, um den allein es bei Zappert Beblebrox Präsidentschaft ging. Heute war außerdem sein 200. Geburtstag, aber das war nur ein weiterer vollkommen bedeutungsloser Zufall. Während er sein Boot über die Meere von Damok ranzschipperte, lächelte er still in sich hinein, bei der Vorstellung, was für ein fabelhaft aufregender Tag das werden würde. Er machte sich's bequem und ließ seine beiden Arme lässig auf der Rücklehne ruhen. Steuern tat er mit einem Extraarm, den er sich erst vor kurzem gleich unter seinem rechten Arm hatte anbringen lassen, weil er sich damit im Skiboxen zu verbessern hoffte. Hey, gotte er zufrieden in sich hinein. Du bist ein echt cooler Junge, bist du. Aber seine Nerven sangen ein Lied schriller als eine Hundepfeife. Die Insel sandig und wie ein Halbmond geformt. In Wirklichkeit aber schien der Sinn ihrer Existenz nicht so sehr in ihrer Eigenschaft als Insel zu liegen, sondern eher darin, den Schwung und die Rundung einer großen Bucht zu beschreiben. Dieser Eindruck wurde noch dadurch bestärkt, dass die innere Küstenlinie dieses Halbmondes fast ausschließlich aus steilen Klippen bestand. Vom höchsten Punkt der Klippen aus, neigte sich das Land fünf Meilen bis zur gegenüberliegenden Seite sacht abwärts. Auf dem höchsten Punkt der Klippen stand ein Empfangskomitee. Es bestanden größtenteils aus den Ingenieuren und Wissenschaftlern, die die Herz aus Gold gebaut hatten. Vor allem Humanoide, doch hier und dort gab es auch ein paar Reptiloide Atommineure, zwei oder drei grüne silfenartige Maximigalactianer, ein oder zwei achtfüßige Physikturalisten und einen Huluvu. Ein Huluvu ist ein super intelligenter Schatten von blauer Färbung. Alle bis auf den Huluvu pranken in ihren festlichen bunten Laborkitteln. Den Huluvu hatte man zu diesem Anlass vorübergehend in ein freistehendes Prisma hineingespiegelt. Das Gefühl ungeheurer Erregung durchbebte sie alle. Miteinander und untereinander waren sie an die äußersten Grenzen der physikalischen Gesetze und darüber hinaus gelangt, hatten sie die Elementarstruktur der Materie umgebaut und die Gesetze des Möglichen und Unmöglichen verbogen. Verrenkt und gebrochen. Und doch schien das aller aufregendste von allem zu sein, einem Mann mit einer orangefarbenen Scherpe um den Hals gegenüber treten zu dürfen. Eine orangefarbene Scherpe war traditionell das Zeichen des Präsidenten der Galaxis. Es wäre ihnen wahrscheinlich auch völlig egal gewesen, wenn sie gewusst hätten, wie viel Macht der Präsident der Galaxis wirklich hatte, nämlich überhaupt keiner. Nur sechs Leute in der ganzen Galaxis wussten, dass die Aufgabe des Präsidenten der Galaxis nicht daran bestand, Macht auszuüben, sondern die Aufmerksamkeit davon abzulenken. Safot Beblebrox war erstaunlich gut in seinem Job. Die Menge seufzte, durch Sonne und so große Seemannskunst geblendet hörbar auf, als das Präsidentenschnellboot um die Landspitze in die Bucht schwirrte. Es blitzte und glitzerte, während es in weiten, weichen Kurven über das Meer dahergeglitten kam. In Wirklichkeit hatte es überhaupt nicht nötig, das Wasser zu berühren, weil es auf einem Dunstkissen ionisierte Atome ruhte, aber weil es toll wirkte, war es mit dünnen Schwertflossen ausgerüstet, die ins Wasser hinabgelassen werden konnten. Mit in die Luft gefetzt, sie kerbten tiefe Rinnen in die See, die wie wahnsinnig wogte und im Kielwasser des Bootes schäumend wieder niedersank, als es durch die Bucht fegte. Zafott liebte die große Schau, darin war er der größte. Er riss das Steuerrad scharf herum, das Boot schleuderte unter der Felswand in einer wilden sichelförmigen Bremsung herum und tänzelte leicht auf den schaukelnden Wellen. In Sekundenschnelle rannte es Zafott an Deck und winkte und grinste den über drei Billionen Leuten zu. Die drei Billionen Leute waren nicht tatsächlich da, aber sie verfolgten jede seiner Bewegungen über das Auge einer kleinen Robot 3D Kamera, die ganz in der Nähe unterwürfig in der Luft herum schwebte. Die Faxen des Präsidenten machten 3D stets erstaunlich populär. Dazu waren sie auch da. Er grinste wieder. Drei Billionen und sechs Leute hatten keine Ahnung, aber heute würde er noch verrücktere Faxen machen, als sie sich irgendjemand hätte träumen lassen. Die Robot Kamera rückte zu einer Großaufnahme des beliebteren seiner beiden Köpfe heran und er winkte nochmal. Seinem Äußeren nach war er im großen und ganzen Humanoid von seinem Extra Kopf und dem dritten Arm mal abgesehen. Seine blonden zerzauchten Haare standen alle Richtungen vom Kopf ab, in seinen blauen Augen glimmte was durch und durch undefinierbares und seine Kinne waren fast immer unrasiert. Eine sechs Meter hohe transparente Kugel glitt neben seinem Boot. Sie schaukelte und tanzte schimmernd in der gleißenden Sonne. In ihrem Inneren schwamm ein geräumiges halbrundes Sofa mit strahlend roten Lederpolstern. Je mehr die Kugeln schaukelten und tanzte, desto ruhiger stand das Sofa, unerschütterlich wie ein gepolsterter Fels. Wiederum alles nur wegen der großen Show. Zerfort schritt durch die Wand der Kugel und machte es sich auf dem Sofa bequem. Zwei seiner Arme breitete er auf der Rückenlehne aus und mit dem dritten wischte er sich ein Stäubchen vom Kinn. Seine Köpfe blickten lächelnd in die Runde. Seine Füße legte er hoch. Jeden Augenblick dachte er, müsse er losschreien. Unter der Blase kochte das Wasser hoch. Es schäumte und sprudelte. Die Kugel stieg in die Luft, sie schaukelte und tanzte auf der Fontaine. Höher und das Wasser stürzte unter ihr zurück. Es klatschte ins Meer hunderte von Metern unter ihr. Zapfert musste lächeln, als er sich in dieser Kugel vorstellte. Eine durch und durch lächerliche Art, sich vorzubewegen, aber durch und durch schön. Auf dem Gipfel der Klippe zögerte die Kugel einen Augenblick, rollte weiter zu einer Schienrampe und kullerte sie runter bis zu einer kleinen konkaven Plattform, wo sie ruckend zum Stehen kam. Unter gewaltigem Applaus entstieg sofort der Blase, seine orange farbene Scherpe funkelte im Licht. Der Präsident der Galaxis war da. Er wartete, bis der Applaus sich legte, dann erhob er grüßend die Hand. Hi! sagte er. Eine Regierungsspinne krabbelte zu ihm ran und versuchte ihm einen Durchschlag der für ihn vorbereiteten Rede in die Hand zu drücken. Die Seiten 3 bis 7 der Originalfassung schwammen im Moment durchweicht ungefähr 5 Meilen vor der Bucht im Damokranmeer. Die Seite 1 und 2 waren von einem damokranischen Wedelhaubenadler gerettet und bereits einer außerordentlich neuen Nestkreation, die der Adler erfunden hatte, einverleiht worden. Das Nest war vorwiegend aus Pappmaché erbaut und für ein frisch geschlüftes Adlerjunges war es praktisch unmöglich da raus zu brechen. Der damokranische Wedelhaubenadler hatte vom Programm zur Rettung der Arten vernommen, wollte aber nichts damit zu tun haben. Zafott Beblebrox würde seine wohlgesetzte Ansprache nicht brauchen und dem Text, den ihm die Spinne hinhielt, wich er freundlich dankend aus. Hi! sagte er wieder. Alle streiten ihn an, oder zumindest fast alle. Er entdeckte Trillianen der Menge Trillianen war ein Mädchen, das sofort vor kurzem aufgegabelt hatte, als er nur so zum Spaß und Ikognito einen Planeten besucht hatte. Sie war schlank, dunkelhäutig, humanoid, hatte langes welliges Haar, volle Lippen, einen komischen kleinen Kopf als Nase und putzige braune Augen. Mit ihrem roten, auf ganz besondere Weise geknoteten Kopftuch und ihrem langweilenden braunen Seidengleib sah sie fast arabisch aus. Natürlich hatte niemand dort jemals was von Arabern gehört. Die Araber hatten erst vor ganz kurzer Zeit zu existieren aufgehört, aber selbst wenn es sie noch gegeben hätte, wären sie 500.000 Lichtjahre von Damokran entfernt gewesen. Trillian war niemand besonderes, jedenfalls behauptete das sofort. Sie war nur ziemlich viel mit ihm unterwegs und sagte ihm, was sie von ihm hielt. Hallo Honey, sagte er zu ihr. Sie blitzte ihm ein schnelles kurzes lächeln rüber und sah weg. Dann guckte sie einen Moment lang wieder zu ihm hin und lächelte herzlicher. Mittlerweile aber sah er woanders hin. Hi, sagte er zu einem kleinen Pulk von Pressekreaturen, die in der Nähe standen und sich wünschten, er würde mit seinem Hi aufhören und mit irgendwelchen Sprüchen loslegen. Er grinste sie auf ganz besondere Weise an, weil er wusste, was für einen Irrenspruch er ihnen in wenigen Augenblicken servieren würde. Mit dem, was sofort als nächstes sagte, konnten sie trotzdem noch nicht viel anfangen. Eines der Mitglieder des Komitees war gereizt zu dem Schluss gekommen, dass der Präsident ganz offensichtlich nicht in der Stimmung sei, die wundervoll formulierte Rede zu verlesen, die für ihn geschrieben worden war und hatte auf den in seiner Tasche versteckten Schalter der Fernbedienung gedrückt. In einiger Entfernung vor ihm zerriss der Länge nach eine gewaltige weiße Kuppel, die hoch in den Himmel ragte, zerfetzte und sank langsam in sich zusammen. Allem blieb der Atem weg, obwohl sie genau gewusst hatten, dass die Kuppel das machen würde, weil sie sie ja dafür gebaut hatten. Darunter lag für alle sichtbar ein riesiges Raumschiff, 150 Meter lang, wie ein glatter Turnschuh geformt, schneeweiß und zum verrückt werden schön. In seinem Herzen lag unsichtbar ein kleines goldenes Kästchen, das die raffinierteste Erfindung enthielt, die je gemacht wurde. Eine Erfindung, die dieses Raumschiff zu etwas Einzigartigem in der Geschichte der Galaxis machte. Eine Erfindung, die dem Raumschiff seinen Namen gab. Herz aus Gold. Wow, sagte Zapford Bebleprox zur Herz aus Gold. Viel mehr konnte er nicht sagen. Dann sagte er es nochmal, weil er wusste, das würde die Presse ärgern. Wow, die Menge kehrte ihm erwartungsvoll die Gesichter zu. Er zwinkerte zu Trillian rüber, die die Augenbrauen hochzog und ihn mit großen Augen ansah. Sie wusste, was er am nächsten Augenblick sagen würde und hielt ihn für einen wahnsinnigen Angeber. Es ist wirklich fantastisch, sagte er. Es ist wirklich ehrlich fantastisch. Es ist so fantastisch fantastisch, ich glaube, ich würde es gerne klauen. Ein wundervoller Präsidentenausspruch, absolut stilecht. Die Menge lachte anerkennt, die Zeitungsleute drückten erfreut auf die Knöpfe ihrer Sub-Ether-Reportmatics und der Präsident grinste. Während er grinste, schrie sein Herz verzweifelt auf und er befüllte die kleine Paralyse-Matic-Bombe, die friedlich in seiner Taschbote. Schließlich hielt er es nicht mehr aus. Er erhob seine Köpfe zum Himmel, stieß ein wildes Kriegsgeheul aus Dur-3-Klängen aus, warf die Bombe auf den Boden und rannte los durch die Flut plötzlich eingefrorenen strahlenden Lächels. Kapitel 5 Prostetnik Wogon Jelts war kein erfreulicher Anblick, nicht mal für andere Wogonen. Seine hochgewölbte Nase erhob sich hoch über seine kleine Schweinestirn. Seine dunkelgrüne Gummihaut war so dick, dass er das Spiel des Wogonischen Geheimdienstes beherrschte und zwar souverän beherrschte und sie war so wasserdicht, dass er ohne unangenehme Folgen in Wassertiefen bis zu 300 Metern unendlich lange überleben konnte. Natürlich ging er niemals schwimmen. Sein voll getropfter Terminkalender hätte das nicht zugelassen. Er war so wie er war, weil er vor Billionen von Jahren, als die Wogonen aus den trägen Urmeeren von Vox Fähre gekrochen waren und schnaufend und keuchend an den jungfräulichen Gestaden des Planeten gelegen hatten, als an jenem Morgen die ersten Strahlen der hellen jungen Sonne namens Vox Sol sie beschienen, da war es, als hätten die Mächte der Evolution sie dort und damals einfach aufgegeben, sich mit Schaudern von ihnen abgewandt und sie als einen grässlichen und bedauerlichen Fehler abgeschrieben. Sie entwickelten sich nie mehr weiter, niemals hätten sie überleben dürfen. Dass sie es trotzdem taten, verdanken sie gewissermaßen ihrer dickschädlichen schwerfälligen Sturheit, Evolution fragten sie sich, wozu denn? Und was die Natur ihnen vorenthalten hatte, darauf verzichteten sie einfach, bis sie in der Lage waren, die größeren anatomischen Nachteile durch chirurgische Eingriffe zu korrigieren. Inzwischen hatten die Naturkräfte auf dem Planeten Vox Fähre eifrig Überstunden gemacht, um ihre früheren Fehler wettzumachen. Sie brachten flinke wie Edelsteine blinkende Krebse hervor, die die Vogonen fraßen, indem sie ihre Schalen mit Eisenhämmern zerschmetterten. Hohe atmende Bäume von atemberaubender Schlankheit und Farben bracht, die die Vogonen umhackten, um das Krebsfleisch darüber zu brutzeln. Anmutige gazellenhafte Geschöpfe mit seidigem Fell und feuchten Augen, die die Vogonen einfingen, um sich auf sie zu setzen. Sie waren als Beförderungsmittel aber unbrauchbar, weil ihre Rücken augenblicklich durchbrachen, aber die Vogonen setzten sich trotzdem drauf. So brachte der Planet Vox Fähre die traurigen Jahrtausende hin, bis die Vogonen plötzlich hinter die Grundbegriffe des interstellaren Reiseverkehrs kamen. Innerhalb weniger kurzer Vogjahre war auch der letzte Vogone zum Sternenhaufen Megabrantis ausgewandert, dem politischen Zentrum der Galaxis, wo sie nun das ungeheuer einflussreiche Rückgrat des Geheimdienstes der Galaxis bildeten. Sie versuchten sich Bildung anzueignen, sie versuchten sich Stil und gesellschaftlichen Anstand anzueignen, aber in fast jeder Hinsicht unterscheidet sich der moderne Vogone von seinen primitiven Vorfahren nur geringfügig. Jedes Jahr importieren sie von ihrem Heimatplaneten 27.000 flinke wie Edelstein blinkende Krebse und verbringen eine saufselige Nacht damit, sie mit Eisenhämmern zu zerschmettern. Prostetnik Vogonjels war insofern ein ziemlich typischer Vogone, als er durch und durch widerwärtig war. Außerdem mochte er keine Anhalter. Irgendwo tief in den Eingeweiden von Prostetnik Vogonjels Flaggschiff flackerte in einer kleinen dunklen Kabine nervös ein kleines Streichholz. Der Besitzer des Streichholzes war kein Vogone, aber er wusste alles über sie und war mit recht nervös. Sein Name war Fort Prefect. Eine Fußnote? Fort Prefects Eigentlicher Name ist nur an einem obskuren betagoizischen Dialekt auszusprechen, der seit der großen Rung-Explosion Katastrophe in Gal 7 Jahr 03758 praktisch ausgestorben ist. Durch diese Katastrophe wurden auf Betagoize 7 alle alten Praxi-Betel-Siedlungen vernichtet. Fort's Vater war der einzige Mensch auf dem ganzen Planeten, der aufgrund eines merkwürdigen Zufalls, den er nie zufriedenstellend zu erklären vermochte, die große Rung-Explosions Katastrophe überlebt hatte. Überhaupt umgibt den ganzen Vorgang ein tiefes Geheimnis, denn in Wirklichkeit wusste niemand, was ein Rung ist, noch warum er ausgerechnet auf Betagoize 7 explodieren musste. Fort's Vater, der jeden Schatten eines Verdachts, der unvermeidlich auf ihn fallen musste, mit einer großzügigen Handbewegung abtat, wohnte später auf Betagoize 5, wo er fort ein liebevoller Vater und Onkel war. Zur Erinnerung an seine inzwischen ausgestorbene Rasse taufte er ihn in der alten Praxibetel-Sprache. Da Fort nie lernte, seinen eigentlichen Namen auszusprechen, starb sein Vater kurz darauf vor Scham, die in einigen Teilen der Galaxis noch heute eine tödliche Krankheit ist. Die anderen Kinder in der Schule gaben ihm den Spitznamen X, was in der Sprache von Betagoize 5 bedeutet, der Junge, der nicht zufriedenstellend zu erklären vermag, was ein Hung ist, noch warum er ausgerechnet auf Betagoize 7 explodieren musste. Ende der Fußnote. Er sah sich in der Kabine um, konnte aber nur sehr wenig sehen. Seltsame, monströse Schatten erhoben sich und tanzten und tanzten im Licht der winzigen flackernden Flamme, aber es war still. Er hauchte den Dendrassis ein unhörbares Dankeschön zu. Die Dendrassis sind ein aufsässiger Viehfresslerstamm, eine wilde, aber angenehme Horde, die die Vorgonen erst kürzlich auf ihren großen Transportflotten als Kantinenpächter eingestellt hatten, und zwar unter der strikten Bedingung, völlig unter Sicht zu bleiben. Das passte den Dendrassis ausgezeichnet in den Kram, denn sie liebten das vogonische Geld, das eine der härtesten Währungen im Weltsaal ist, aber die Vogonen konnten sie nicht leiden, nur ein verärgerter Vogone gefiel einem Dendrassi. Allein dieser winzigen Information verdankte es Fort Prefect, dass er jetzt kein Wölkchen aus Wasserstoff, Ozon und Kohlenmonoxid war. Er hörte ein leises Stöhnen. Im Licht des Streichholzes sah er einen dunklen Schatten langsam über dem Boden kriechen. Rasch machte er das Streichholz aus, griff in seine Tasche, fand wonach er suchte und nahm es heraus. Er riss es auf und schüttelte es. Er hockte sich auf dem Boden, wieder bewegte sich die Gestalt. Fort Prefect sagte, ich hab ein paar Erdnüsse gekauft. Arthur Dent kroch weiter, stöhnte von Neuem und mormelte irgendwas Unverständliches vor sich hin. Hier, nimm dir ein paar, drängelte ihn fort und schüttelte die Tüte. Wenn du noch nie Stoffumwandlungsstrahlen abgekriegt hast, hast du wahrscheinlich etwas Salz und ein paar Proteine eingebüßt. Das Bier sollte deinen Kreislauf ein bisschen dämpfen. Sagte Arthur Dent. Er öffnete die Augen. Es ist dunkel, sagte er. Ja, sagte Fort Prefect. Es ist dunkel, kein Licht, sagte Arthur Dent. Dunkel, kein Licht. Eins von den Dingen, die Fort Prefect an den Menschen immer sehr schwer begreiflich fand, war ihre Angewohnheit, sich das Allerselbstverständlichste ständig zu bestätigen und zu wiederholen. Zum Beispiel, schöner Tag heute, oder sie sind sehr groß, oder du meine Güte, sie sehen aus, als wären sie in einem zehn Meter tiefen Brunnen gefallen. Geht's ihnen gut? Fort hatte sich eine Theorie zurechtgelegt, um für dieses merkwürdige Verhalten eine Erklärung zu finden. Wenn die Menschen ihre Lippen nicht ständig in Bewegung halten, dachte er, rosten sie wahrscheinlich ein. Nach ein paar Monaten Nachdenken und Beobachten gab er diese Theorie zugunsten einer neuen auf. Wenn sie ihre Lippen nicht ständig in Bewegung halten, dachte er, fangen ihre Gehirne an zu arbeiten. Nach einer Weile verwarf er auch diese Theorie, weil sie ihm allzu zynisch vorkam und er gelangte zu dem Schluss, dass er die Menschen eigentlich ganz gern habe. Trotzdem trieb es ihm manchmal zur Verzweiflung über wie wahnsinnig viele Dinge die Menschen überhaupt nichts wussten. Ja, bestätigte er kein Licht. Er schüttete Afer ein paar Erdnüsse in die Hand. Wie fühlst du dich? fragte er ihn. Wie eine Bridge-Runde, sagte Afer. Verschiedene Teile von mir passen einfach. Fort starrte ihn in der Dunkelheit verdutzt an. Wenn ich dich fragen würde, wo zum Teufel wir eigentlich sind, sagte Afer schwach, würde ich das bedauern? Fort stand auf. Wir sind in Sicherheit, sagte er. Schön, sagte Afer. Wir sind in einer kleinen Kabine, sagte Fort in einem der Raumschiffe der vulgonischen Bauflotte. Oje, sagte Afer, das ist natürlich eine ziemlich merkwürdige Auffassung von Sicherheit, der bin ich bis jetzt noch nie begegnet. Fort zündete wieder ein Streichholz an, in der Hoffnung, einen Lichtschalter zu finden. Wieder erhoben sich Afer rappelte sich hoch und hielt sich ängstlich fest. Bedrohliche fremde Gestalten schienen ihn von allen Seiten zu umdrängen. Die Luft war von Modergeruch erfüllt, der in seine Lungen kroch, ohne dass er feststellen konnte, woher er kam. Und ein leises, lästiges Summen hinderte sein Gehirn daran, sich zu konzentrieren. Wie sind wir denn hierher gekommen? fragte er ein bisschen zitternd. Kein Neiter. Wie bitte? fragte Afer. Willst du mir vielleicht erzählen, wir hätten einfach unsere Daumen in die Luft gehalten und irgendein insektenäugiges Monster hätte den Kopf rausgestreckt und gesagt, Hallo Jungs, springt rein, ich kann euch bis zur Kreuzung am Blazing Stoke mitnehmen. Naja, sagte Ford, also der Daumen ist ein elektronischer Sub-Ipha Winker, die Kreuzung ist der Banastern sechs Lichtjahre entfernt, aber sonst stimmt alles mehr oder weniger. Das insektenäugige Monster ist grün, ja, na toll, sagte Afer, wann kann ich wieder nach Hause? Nie mehr, sagte Ford Prefekt und fand den Lichtscheiter. Halt ihr die Hand vor die Augen? sagte er und knipste das Licht an, selbst Ford war überrascht. Meine Güte, sagte Afer, ist das wirklich das Innere einer fliegenden Untertasse? Prostetnik Vogon Jelz schob seinen widerlichen grünen Leib in der Kommando Zentral herum. Nach der Zerstörung bevölkerter Planeten fühlte er sich immer ein bisschen gereizt. Er wünschte sich, es käme jemand und sagte ihm, alles sei ein Irrtum gewesen, damit er ihn anschreien könne und sich besser fühlte. Er ließ sich, so schwer er konnte, in seinen Kommandosessel fallen und hoffte, er bräche zusammen und gäbe ihm somit einen Grund, wirklich wütend zu sein, aber der Sessel gab nur so etwas wie ein klagendes Ächzen von sich. Hau ab, brüllte er einen jungen vogonischen Wachtposten an, der in dem Moment die Kommandozentrale betrat. Der Posten verschwand sofort wieder und war ziemlich erleichtert. Er war froh, dass jetzt nicht er es war, der die Meldung überbringen musste, die sie gerade erhalten hatten. Die Meldung war eine offizielle Mitteilung, der es hieß, dass in diesem Augenblick auf einem regierungseigenen Forschungsstützpunkt auf Damogran ein fantastischer neuer Raumschiffantrieb vorgestellt werde, der künftig alle Hyperraum Expressrouten überflüssig mache. Eine andere Tür glitt auf, diesmal aber berührte der Kommandant nichts, denn das war die Tür zum Kantinentrakt, wo die Dentracis für ihn kochten. Eine Mahlzeit wäre ihm jetzt hoch willkommen. Eine riesige pelzige Kreatur schob sich mit seinem Essenstablett durch die Tür. Sie grinste, als hätte sie nicht alle. Post Technik Voron Jells war entzückt. Er wusste, wenn ein Dentracis so zufrieden aussah, dann ging irgendwo in dem Raumschiff irgendwas vor sich, über das er wirklich sehr wütend werden würde. Ford und Arthur sahen sich erstaunt um. Na, wie findest du das? fragte Ford. Es ist ein bisschen dreckig, nicht? Ford guckte finster auf die schmuddeligen Matratzen, die unabgewaschenen Tassen und die undefinierbaren Teile fremdartiger stinkender Unterwäsche, die in der engen Kabine rumlagen. Tja, das ist eben dein Arbeitsschiff, sagte Ford. Das hier sind die Schlafräume der Dentracis. Ich dachte, du hättest gesagt, sie heißen Vogonen oder so. Ja, sagte Ford, die Vogonen haben das Kommando auf dem Raumschiff und die Dentracis sind die Köche. Wir haben unterm Bord gelassen. Ich kapiere überhaupt nichts mehr, sagte Arthur. Hier, sieh dir das mal an, sagte Ford. Er setzte sich auf eine Matratze und kramte in seinem Brustbeute herum. Arthur klopfte nervös auf die Matratze und setzte sich dann auch darauf. Er hatte wirklich kaum Grund, nervös zu sein, denn alle Matratzen, die in den Sümpfen von Squancellos Zeta wachsen, werden sehr sorgfältig getötet und getrocknet, bevor sie in Gebrauch genommen werden. Nur sehr wenige sind jemals wieder lebendig geworden. Fort reichte Arthur das Buch rüber. Was ist das denn? fragte Arthur. Der Anhalter durch die Galaxis, das ist sowas wie ein elektronisches Buch. Es sagt einem alles, was man wissen muss. Dazu ist es da. Arthur drehte es nervös in seinen Händen. Der Umschlag gefällt mir, sagte er. Keine Panik, das ist das erste hilfreiche oder vernünftige Wort, das ich heute gesagt bekomme. Ich zeige dir, wie es funktioniert, sagte Fort. Er schnappte es sich von Arthur, der es noch immer in der Hand hielt, als wäre es ein zwei Wochen toter Sperling und nahm es aus dem Schuber. Man drückt auf diesen Knopf hier, siehst du, dann leuchtet der Bildschirm auf und zeigt einem das Inhalts Verzeichnis. Ein ungefähr 10x10 Zentimeter großer Bildschirm leuchtete auf und Buchstaben begannen über seine Oberfläche zu flimmern. Wenn du etwas über die Vogonen wissen willst, gebe ich hier den Namen ein. Seine Finger tippten auf ein paar weitere Knöpfe und da haben wir sie schon. Die Worte Vogonische Bauflotten flimmerten grün über dem Bildschirm. Ford drückte auf einen großen roten Knopf unter dem Bildschirm und Worte begannen darüber hinweg zu ziehen. Zugleich sprach das Buch den Eintrag mit ruhiger und gemessener Stimme. Und das hier erzählte das Buch. Vogonische Bauflotten Was muss man tun, wenn man von einem Vogonen als Anhalter mitgenommen werden möchte? Man kann es sich aus dem Kopf schlagen. Sie sind eine der unausstehlichsten Rassen in der Galaxis nicht direkt böse, aber mies gelaunt, bürokratisch, aufdringlich und gefühllos. Sie würden nicht mal den kleinen Finger rühren, um ihre eigene Großmutter vor dem gefräßigen Klapperkäfer von Traal zu retten, ohne dass Anweisungen in dreifacher Ausfertigung unterschrieben, eingereicht, zurückgereicht, beanstandet, verloren, gefunden, einer öffentlichen Untersuchung unterworfen, wieder und schließlich drei Monate in weichen Torf gesteckt und als Feueranzünder wiederverwendet wären. Der beste Weg, von einem Wogonen einen Dring zu kriegen, ist, ihm den Finger in den Schlund zu stecken und der beste Weg, ihn zu ärgern, ist, seine Großmutter an den gefräßigen Plapperkäfer von Traal zu verfüttern. Auf gar keinen Fall erlaube man einem Wogonen, dass er einem Gedichte vorliest. Afer blinzerte das Ding verwirrt an. Das ist aber ein komisches Buch. Wieso sind wir denn dann trotzdem als Anhalter mitgenommen worden? Das ist eben, das Buch ist inzwischen veraltet, sagte Ford und ließ es wieder in seine Hülle gleiten. Ich mache gerade die Feldforschung für die neue verbesserte Auflage und eine meiner Aufgaben ist es, einen Nachtrag darüber zu schreiben, dass die Wogonen jetzt Dentrassi-Köche beschäftigen, was uns ja diesen ziemlich nützlichen kleinen Unterschlupf beschert hat. Ein gequälter Ausdruck huschte über Afers Gesicht. Aber wer sind denn diese Dentrassis? fragte er. Prima Kerle, sagte Ford. Die allerbesten Köche und Drinkmixer und um alles andere kümmern sie sich einen Dreck. Aber Anhaltern helfen sie immer an Bord. Einmal weil sie gerne in Gesellschaft sind und vor allem aber weil das die Wogonen ärgert. Und solche Dinge muss man halt wissen, wenn man als Anhalter ohne Piepen in der Tasche unterwegs ist und versucht für weniger als 30 Dollar pro Tag die Wunder der Galaxis zu Gesicht zu kriegen. Und genau das mache ich. lustig was? Afer sah ihn hilflos an. Das ist merkwürdig sagte er und guckte finster zu einer der anderen Matratzen rüber. Zu meinem Pech bin ich auf der Erde etwas länger hängen geblieben als ich vor hatte sagte Fort Ich kam für eine Woche und saß 15 Jahre fest. Aber wie bist du denn da überhaupt hingekommen? Ganz einfach ein Fopper hat mich mitgenommen. Ein Fopper sind Kinder reicher Leute die nichts zu tun haben. Sie zischen in der Gegend rum und suchen nach Planeten die noch keine interstellaren Verbindungen haben und besummen sie. Besummen sie? Afer hatte langsam das Gefühl Fort habe seinen Spaß dran ihm das Leben schwer zu machen. Ja sagte Fort sie besummen sie sie suchen sich eine abgelegene Gegend mit wenigen Leuten drumherum dann landen sie direkt vor den Augen irgend so eines nichts ahnenden Trottels dem niemand jemals glauben wird stötzieren mit albernen Antennen auf dem Kopf vor ihm auf und ab und machen piep piep ziemlich kindisch wirklich. Fort lehnte sich die Hände hinter dem Kopf verschränkt auf der Matratze zurück und sah aufreizend zufrieden mit sich aus. Fort beharrte Afer ich weiß nicht vielleicht klingt meine Frage dämlich aber was tue ich eigentlich hier? Aber das weißt du doch sagte Fort ich habe dich von der Erde gerettet und was ist mit der Erde passiert? Och die wurde zerstört Ach ja sagte Afer tonlos Ja sie ist einfach ins Welt verdunstet Weißt du sagte Afer das nimmt mich natürlich ein bisschen mit Fort sah finster vor sich hin und schien den Gedanken im Geist herum zu wälzen Ja das kann ich verstehen sagte er schließlich Verstehen? schrie Afer Verstehen! Fort sprang auf Schau fest auf dieses Buch zischte er beschwörend Was? Keine Panik Ich bin nicht in Panik Doch das bist du Okay Ich bin in Panik Was soll ich denn sonst machen? Du kommst einfach mit mir mit und amüsierst dich Die Galaxis ist eine lustige Sache Du musst ja bloß diesen Fisch hier ins Ohr stecken Wie bitte? fragte Afer ziemlich unhöflich wie er fand Fort hielt ein kleines Glasgefäß in die Höhe in dem gut sichtbar ein kleiner gelber Fisch rumtappelte Afer blindelte sofort hinüber Er wünschte sich er fände was ganz einfaches und wiedererkennbares an dem er sich festhalten könnte Er hätte sich völlig sicher gefühlt wenn er außer der Dentrasi Unterwäsche den Stapel von Squanchel aus Matratzen und dem Mann von Betay Goitze der einen kleinen gelben Fisch in die Höhe hielt und ihn aufforderte ihn sich ins Ohr zu stecken auch ein kleines Cornflakes Paket erblickt hätte aber er sah keins und er fühlte sich nicht sicher plötzlich überfiel sie ein Heiden Lärm von irgendwo her aber er kam nicht dahinter von wo Afa blieb vor Schreck fast die Luft weg denn was er hörte das klang wie ein Mann der zu Gorgeln versucht während er mit einem Rudel Wölfe kämpft sch sagte fort hör genau hin es könnte wichtig sein wichtig das ist der Wugon Kommandant er macht eine Durchsage über den Bordsender du meinst so sprechen die Wugonen hör zu aber ich spreche doch kein Wugonisch das brauchst du auch nicht steck dir einfach den Fisch ins Ohr mit einer blitzartigen Bewegung gab fort Afa einen Klaps auf Ohr und der fühlte ganz plötzlich voller Ekel wie in der Fisch tief in den Gehörgang glitt er schnappte verschreckt nach Luft und fummelte sich eine Sekunde oder so am Ohr rum dann aber drehte er sich mit vor erstaunen weit aufgerissenen Augen langsam um er erlebte das akustische Gegenstück zu der Erfahrung die man macht wenn man sich ein Bild mit zwei schwarzen Gesicht Silhouetten ansieht aus dem plötzlich ein weißer Kerzenleuchter wird oder wenn man auf eine Menge bunter Punkte auf einem Stück Papier guckt die sich plötzlich in eine Sext verwandeln was bedeutet dass einem der Optiker eine Menge Geld für eine neue Brille abknöpfen wird er hörte immer noch dem heulenden gegurgelt zu das war ihm klar nur hatte es jetzt irgendwie die Ähnlichkeit mit einem vollkommen leicht verständlichen Englisch und folgendes hörte er sich amüsieren sollte Wiederholung der Durchsage hier spricht der Kommandant alle Mann Arbeit einstellen und herhören ich sehe an unseren Instrumenten dass wir zwei Anhalter an Bord haben hallo ihr beiden egal wo ihr steckt ich will bloß unmissverständlich klarstellen dass ihr absolut nicht willkommen seid ich habe hart gearbeitet um dahin zu kommen wo ich heute bin und ich bin nicht Kommandant eines vogonischen Bauschiffs geworden um es einfaches Taxiunternehmen vorher runtergekommenes schwarzfahrenes brauchen zu lassen ich habe einen Suchtrupp ausgeschickt und sobald man euch gefunden hat schmeiße ich euch raus wenn ihr großes Glück habt lese ich euch vorher vielleicht nach ein paar von meinen Gedichten vor zweitens steigen wir in wenigen Augenblicken in den Hyperraum auf und fliegen zum Banach Stern nach unserer Ankunft bleiben wir für 72 Stunden im Ausbesserungsdruck niemand verlässt in dieser Zeit das Schiff ich wiederhole jeder Planeten Urlaub ist gestrichen ich habe gerade eine unglückliche Liebesaffäre hinter mir da sehe ich nicht ein warum sich sonst jemand amüsieren sollte Ende der Durchsage der Krach hörte auf Arthur entdeckte zu seinem Befremden dass er die Arme um den Kopf geschlungen zu einem kleinen Ball zusammengerollt auf dem Boden lag er lächelte schwach reizendes Kärchen sagte er ich wünschte ich hätte eine Tochter da könnte ich ihr verbieten so einen zu heiraten das brauchst du gar nicht sagte Ford sie haben so viel Sex Appeal wie ein Verkehrsunfall nein beweg dich nicht fügte er hinzu als Arthur sich langsam aufzuräumen begann du stellst dich jetzt besser auf den Aufstieg in den Hyperraum ein das ist so unangenehm wie betrunken zu sein was ist so unangenehm daran betrunken zu sein man sehnt sich nach einem Glas Wasser darüber dachte Arthur nach Ford sagte er ja was macht eigentlich der Fisch in meinem Ohr er übersetzt für dich es ist ein Babelfisch schlags im Buch nach wenn es dir Spaß macht er schob ihm den Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis rüber dann rollte er sich zu einer embryonalen Kugel zusammen und wartete auf den Aufstieg in diesem Augenblick fiel Arthur der Boden aus dem Hirn seine Augen kehrten das Innere nach außen die Füße sickerten ihm allmählich durch die Schädeldecke der Raum um ihn herum faltete sich flach zusammen er drehte sich um seine Achse flutschte aus dem Sein und ließ Arthur in seinen eigenen Nabel gleiten sie flogen gerade durch den Hyperraum der Babelfisch ließ der Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis mit ruhiger Stimme vernehmen ist kleingelb und blutigel artig und wahrscheinlich das eigentümlichste was es im ganzen Universum gibt er lebt von Gehirnströmen die er nicht seinem jeweiligen Wirt sondern seiner Umgebung entzieht er nimmt alle unbewussten Denkfrequenzen dieser Gehirnströme auf und ernährt sich von ihnen dann scheidet er ins Gehirn seines Wirtes eine telepathische Matrix aus die sich aus den bewussten Denkfrequenzen und Nervensignalen der Sprachzentren des Gehirns zusammensetzt der praktische Nutzeffekt der Sache ist dass man mit einem Bubble Fisch im Ohr augenblicklich alles versteht was einem in irgendeiner Sprache gesagt wird die Sprachmuster die man hört werden durch die Gehirnstrommatrix entschlüsselt die einem der Bubble Fisch ins Gehirn eingegeben hat nun ist es aber verdammt unwahrscheinlich dass sich etwas so wahnsinnig nützliches rein zufällig entwickelt haben sollte und so sind ein paar Denker zu dem Schluss gelangt der Bubble Fisch sei ein letzter und entscheidender Beweis dafür dass Gott nicht existiert die Argumentation verläuft ungefähr so ich weigere mich zu beweisen dass ich existiere sagt Gott denn ein Beweis ist gegen den Glauben und ohne Glauben bin ich nichts aber der Bubble Fisch ist doch eine unbewusste Offenbarung nicht wahr er hätte sich nicht zufällig entwickeln können er beweist dass es dich gibt und darum gibt es dich deiner eigenen Argumentation zufolge nicht quod era demonstrandum ach du lieber Gott sagt Gott daran habe ich gar nicht gedacht und löst sich prompt in ein Logik Wirkchen auf na das war ja einfach sagt der Mensch und beweist kommt wenig später auf einem Zebrastreifen ums Leben die meisten fahrenden Theologen behaupten dieser ganze Streit sei absoluter Humbug aber er hinderte Olon Kulifid nicht ein kleines Vermögen damit zu verdienen dass er ihn zum zentralen Thema seines neuen Bestsellers na lieber Gott das was dann wohl machte mittlerweile hat der arme Bubble Fisch dadurch dass er alle Verständigungs Barrieren zwischen dem verschiedenen Völkern und Kulturen niederriss mehr und blutigere Kriege auf dem Gewissen als sonst jemand in der ganzen Geschichte der Schöpfung Afer gab ein leises Stöhnen von sich er stellte mit Entsetzen fest dass der Satz durch den Hyperraum ihn nicht getötet hatte nun war er sechs Lichtjahre von dem Ort entfernt an dem sich die Erde befände wenn es sie noch gegeben hätte die Erde Visionen von ihr schwammen bis zum Überdrust durch seine gereizten Sinne es überstieg seine Vorstellungskraft die Auswirkungen davon zu erfassen dass die ganze Erde weg war das war einfach zu viel er scheuchte seine Gefühle hoch indem er sich vorstellte dass es seine Eltern und seine Schwestern nicht mehr gebe keine Reaktion er dachte an alle Leute die ihm nah gestanden hatte keine Reaktion dann dachte er an einen völlig fremden Menschen hinter dem er vor zwei Tagen in der Schlange im Supermarkt gestanden hatte und fühlte plötzlich einen Stich der Supermarkt war weg alle anderen darin weg die Nelonsäule war weg die Nelonsäule war weg und es gab keinen entsetzten Aufschrei weil einfach niemand mehr da war der entsetzt aufschreien konnte von jetzt an existierte die Nelonsäule nur noch in seiner Vorstellung England existierte nur noch in seiner Vorstellung die hier in diesem dumpfigen stinkenden stahl ummantelten Raumschiff festsaß ein Anfall von Klaustrophobie überkam England gab es nicht mehr das hatte er kapiert er versuchte es nochmal Amerika dachte er ist weg er kriegte es nicht in seinen Kopf er beschloss wieder kleiner anzufangen New York ist weg keine Reaktion Hier gab es ein leichtes Zittern Alle Bogart Filme sind futsch sagte er sich und das versetzte ihm einen grauen harten Schlag McDonalds dachte er Nie wieder wird es sowas wie ein McDonalds Hamburger geben Da kippte er ohnmächtig um Als er einen Augenblick später wieder zu sich kam bemerkte er dass er nach seiner Mutter schluchzte Mit einem Satz war er auf dem Bein Ford Ford sah auf Er saß in einer Ecke und summte vor sich hin Das eigentliche durch den Weltraum fahren fand er bei einer Weltraum fahrt immer ziemlich quälend Ja fragte er Wenn du Feldforschung für dieses Buch Dings da machst und auf der Erde gewesen bist musst du doch Material über sie gesammelt haben Ja also ich konnte den ursprünglichen Eintrag ein bisschen erweitern Ja Dann lass mich doch mal sehen wie er in dieser Auflage lautet Das muss ich unbedingt sehen Ja natürlich Erreichte ihm das Buch wieder rüber Atha riss es an sich und versuchte seine Hände am Zittern zu hindern Er tippte die Nennung für die betreffende Seite ein Der Bildschirm leuchtete auf flimmerte und zeigte schließlich die Buchseite Atha starrte drauf Da steht ja gar nichts rief er Fort Sein über die Schulter Doch doch sagte er da unten ganz am unteren Bildschirmrand genau unter Exzentrika Galumbits die dreibrüstige Hure von Erotikon 6 Atha folgte Fort's Finger und sah auf was er zeigte einen Moment lang registrierte er es immer noch nicht dann ging er fast in die Luft Was harmlos mehr geht's darüber nicht zu sagen harmlos ein einziges Wort fort zuckte die Achse Ja es gibt 100 Billionen Sternen in der Galaxis und die Kapazität der Mikroprozessoren des Buches ist nur begrenzt sagte er und natürlich wusste kaum jemand was von der Erde Du hast das doch hoffentlich um Gottes Willen ein bisschen korrigieren können Oh ja ich habe dem Herausgeber einen neuen Artikel geschickt Er musste ihn natürlich ein bisschen kürzen aber er stellt sich immer noch eine Verbesserung dar Und was steht jetzt drin fragte Atha Größtenteils harmlos sagte Ford und hüsterte verlegen Größtenteils harmlos rief Atha Was war das für ein Krach flüsterte Ford Das war ich ich habe geschrien schrie Atha Nein halt doch mal den Mund sagte Ford Ich glaube wir sitzen in der Tinte Du glaubst wir sitzen in der Tinte Vor der Tür waren laut und deutlich Marschschritte zu hören Die Dentrasis flüsterte Atha Nein das sind Stiefel mit Stahlkappen sagte Ford Es wurde heftig gegen die Tür gebummert Wer ist denn da fragte Atha Tja sagte Ford Wenn wir Glück haben sind es bloß die Wurgonen die uns in den Weltraum werfen wollen Und wenn wir kein Glück haben sagte Ford grimmig könnte der Kommandant seine Drohung wahrmachen und uns erst noch ein paar von seinen Gedichten vorlesen Kapitel 7 Der Präsident des Mittelgalaktischen Kunstklaubeirats kam nur deshalb mit dem Leben davon weil er sich eines seiner Beine abknabberte Grunthos soll von der Wirkung seines Gedichts enttäuscht gewesen sein und wollte gerade mit der Lesung seines zwölfbändigen Epos meine Lieblingsglückser zur Badezeit beginnen als in einem verzweifelten Versuch Leben und Kultur zu retten der Dickdarm des Dichters sich durch den Hals nach oben stülpte und das Gehirn erwürgte Die allerschlechteste aller Dichtungen ging zusammen mit ihrer Schöpferin Paula Nancy Milstone Jennings aus Greenbridge Essex England bei der Vernichtung des Planeten Erde unter Prostetnik Vogon Jelts lächelte sehr langsam und das nicht so sehr der Wirkung wegen sondern weil er sich an die Reihenfolge der verschiedenen Muskelbewegungen beim Lächeln zu erinnern versuchte Er hatte seine Gefangenen mit einem furchtbar therapeutischen Urschrei traktiert und fühlte sich jetzt ganz entspannt und zu einer kleinen Gefühlsroheit bereit Die Gefangenen saßen auf Poesiewürdigungsstühlen festgeschnallt Die Vogonen gaben sich was die allgemeine Wertschätzung ihrer Werke betraf keinen Illusionen hin Ihre frühen Kompositionsversuche waren als Teil eines gewalttätigen Beharens darauf anzusehen als vollständig entwickelte und kultivierte Rasse akzeptiert zu werden Jetzt aber trieb sie nur noch reine Mordgier Kalter Kalter Schweiß stand fort Prefect auf der Stirn und rann um die Elektroden herum die an seinen Schläfen befestigt waren Die Elektroden waren mit einer ganzen Batterie elektronischer Apparaturen verbunden Bildverstärkern Rhythmusmodulatoren Alliterationsverwertern und Gleichniskippen Die alle dazu dienten das Erlebnis des Gedichts zu steigern und sicher zu stellen dass auch nicht die kleinste Nuance des dichterischen Gedanken verloren Aferdent saß da und zitterte Er konnte sich nicht vorstellen was auf ihn zukam wusste aber dass ihm nichts von all dem was bisher passiert war gefallen hatte und glaubte deshalb auch nicht dass sich daran irgendwas ändern würde Der Vogone fing an zu lesen Eine mistige kurze Passage seines Mach Werks Oh zerbletterter Grunzwanzling begann er Krämpfe gingen zuckend durch Fords Körper das war schlimmer als selbst er es sich vorgestellt hatte Dein Haarngedränge ist für mich wie schnatter Fleck auf Bienenstich machte fort Prefect und warf seinen Kopf zurück den schmerzwellen durch pochten undeutlich konnte er von dem sich wahrnehmen der auf seinem stuhl geflitzt dasaß und sich nachlässig regelte er biß die zähne zusammen grub ich beschwöre dich fuhr erbarmungslos der Vogone fort mein punzig torte drum seine stimme schraubte sich zu grauenhaft erregter schärfe hoch und drängelreif ich mich mit krinkelnden bindelwürden denn sonst werd ich dich rädern in deine goberwarzen mit meinem bürgelkränze warz nur ab schrie fort Prefect in einer allerletzten Zuckung als die elektronische Verstärkung der letzten Zeile ihm mit Volldampf durch die Schläfen fetzte ihm wurde schwarz vor Augen A verrekelte sich also Erdlinge schnarrte der Wurgone er wusste nicht dass fort Prefect in Wirklichkeit von einem kleinen Kaneten irgendwo in der Nähe von Betai Goit zustande und wenn er es gewusst hätte wäre es ihm auch wurscht gewesen ich stelle euch vor eine einfache Wahl entweder ihr sterbt in der luft leeren weite des raums oder er machte der melodramatischen wirkung wegen eine Pause ihr sagt mir sich in einen riesigen ledernem Fledermaus Sessel und sah sie gespannt an er setzte wieder sein Lächeln auf fort rang keuchend nach atem er wälzte seine trockene zunge in der ausgedörrten mundhöhle herum und stöhnte Afer sagte fröhlich eigentlich gefühlt es mir ganz gut fort drehte sich um und starrte ihn fassungslos an hier tat sich eine Möglichkeit auf an die er was höchst wirkungsvoll seine Nase verdeckte und also gar nicht übel war oh schön schnarrte er sichtlich überrascht oh ja sagte Afer ich fand einiges von der metaphysischen Bildsprache wirklich außerordentlich wirkungsvoll fort starrte ihn noch immer an während er sich langsam mit diesem völlig neuen Gedanken vertraut machte sollte es ihnen tatsächlich gelingen sich aus dieser Situation rauszuwinden ja sprich weiter forderte ihn der Wogone auf oh auch die interessanten rhythmischen Erfindungen fuhr Afer fort die sich scheinbar im Gegensatz befinden zum ähm äh wählte er sich rum fort sprang ihm alles auf eine Karte setzend bei zum Surrealismus der Grundmetapher der ähm auch er wusste nicht weiter doch Afer war schon wieder startklar Humanität der Wogonität zischte fort ihm zu ja genau der Wogonität pardon der mitführenden Dichterseele Afer führte jetzt war er auf der Zielgeraden der es mittels der Versstruktur gelingt dieses zu sublimieren jenes zu transzendieren und die fundamentalen Dichotomien miteinander zu verbinden er erreichte ein triumphales Crescendo so dass man einen tiefen und nachhaltigen Einblick in ähm ähm aber der kam ihm plötzlich wieder abhanden fort eilte ihm mit dem Kudegras zur Hilfe alles erhält worum es in dem Gedicht geht schrie er und leise aus dem Mundwinkel gut gemacht Afer das war sehr gut der Wogone sah sie aufmerksam an einen Moment lang war seine verbitterte Rassistenseele gerührt gewesen aber nein dachte er zu wenig zu spät seine Stimme hörte sich plötzlich an wie eine Katze die Nylonstrümpfe zerfetzte ihr wollt also damit sagen dass ich Gedichte schreibe weil ich mich hinter meinem erbärmlichen teilnahmslosen und hartherzigen äußeren einfach nach Liebe sehne sagte er er machte eine Pause habe ich recht fortbrachte ein nervöses lachen zustande naja ich meine ja sagte er sehen wir uns nicht alle tief in uns nicht wahr der Vogone erhob sich nein da irrt ihr euch vollkommen sagte er ich schreibe Gedichte nur um auf mein erbärmliches teilnahmsloses und hertherziges äußeres ausdrücklich hinzuweisen auf der Stelle lasse ich euch aus dem Raumschiff werfen wache bring die Gefangenen zur Druckschleuse drei und schmeiß sie raus was schrie fort ein riesiger junger vogonischer wachtposten trat ein und zerrte sie mit seinen gewaltigen speckarmen aus den gurten sie können uns doch nicht einfach in den Weltraum werfen lassen schrie fort wir sind dabei ein buch zu schreiben widerstand ist zwecklos brötte ihn der vogonische wachtposten an das war der erste Satz den er gelernt hatte als er in das vogonische wachtbataillon eingetreten war der kommandant beobachte das mit gleichgültigem vergnügen und wandte sich ab arfer sah sich wütend um ich will nicht ausgerechnet jetzt sterben schrie er ich hab immer noch kopfschmerzen und ich will nicht mit kopfschmerzen in den himmel kommen da war ich schlecht gelaunt und hätte überhaupt keinen spaß an der sache der posten packte sie beide fest am nacken verbeugte sich ehrerbietig vor dem hinterteil seines kommandanten und zerrte die sich sträubenden aus der kommando zentrale eine stahltür schloss sich und der kommandant war wieder allein er summte in gedanken versunken leise vor sich hin während er gedanken verloren in dem notizbuch mit seinen gedichten blätterte hm sagte er im gegensatz zum surrealismus der grundmetapher er dachte einen augenblick darüber nach dann klappte er das buch mit grimmigem lächeln zu der tod ist wirklich noch zu gut für sie sagte er der lange stählerne korridor heilte von den hilflosen befreiungsversuchen der beiden humanoiden wieder die fest in den gummiartigen achselhöhlen des vogonen klemmten nach fabelhaft stieß arfer hervor einfach fantastisch lass mich los du scheusal der vogonische wachposten schleppte sie weiter nur keine bange sagte fort mir fällt schon noch was ein er hörte sich nicht sehr zuversichtlich an widerstand ist zwecklos bete der posten sag doch nicht sowas stammelte fort wie soll man sich denn seine positive einstellung bewahren wenn du solche sachen sagst großer gott jammerte arfer du quatschst von positiver einstellung dabei ist dir heute noch nicht mal dein planet kaputt gemacht worden als ich heute morgen aufwachte dachte ich ich hätte einen schönen ruhigen Tag von mir könnte ein bisschen lesen den Hund bürsten jetzt ist es gerade mal vier Uhr nachmittags vorbei und da werde ich bereits aus einem fremden Raumschiff geworfen und das auch noch sechs Lichtjahre entfernt von den qualmenden Überresten der Erde er stotterte und wirkte als der Vogone seinen Griff verstärkte ist ja gut sagte fort nur keine Panik wer hat denn was von Panik gesagt schnappte arfer zurück das ist doch bloß der Kulturschock warts ab bis ich mich mit der Situation befreundet habe und wieder weiß wo es lang geht dann fange ich an Panik zu kriegen arfer langsam wirst du hysterisch halt doch mal die Klappe fort versuchte verzweifelt nachzudenken wurde aber von dem Posten unterbrochen der wieder losberührte wieder steigt es zwecklos und du kannst ebenfalls eine Klappe halten kleppte fort wieder steigt es zwecklos hör doch auf sagte fort er drehte seinen Kopf so dass er seinen Bewacher direkt ins Gesicht sehen konnte ihm kam eine Idee macht dir sowas denn wirklich Spaß? fragte er plötzlich der Vogone blieb stehen und der Ausdruck grenzenloser Blödheit verbreitete sich langsam über sein Gesicht Spaß! dräunte er wie meinst du das? ich meine, sagte fort mach dich das so richtig zufrieden rumstampfen, rumbrillen und Leute aus Raumschiff schmeißen der Vogone starrte zu der niedrigen Stahldecke hoch und runzelte die Stirn dass sich seine Augenbrauen beinahe überschlugen der Mund stand ihm offen endlich sagte er also die Arbeitsstunden finde ich okay das ist ja wohl das Wichtigste, stimmte ihm fort zu Ava drehte den Kopf so dass er fort sehen konnte fort, was soll das denn? flüsterte er erstaunt ach, ich versuche halt mich für meine Umgebung zu interessieren wenn du nichts dagegen hast, sagte er so, die Arbeitsstunden findest du also ganz okay nahm er das Gespräch wieder auf der Vogone starrte auf ihn runter, während seine schwerfälligen Gedanken sich in trüben Abgründen herummühten tja, sagte er aber jetzt wo du mich darauf bringst, finde ich die meisten Arbeitsminuten ziemlich mies, nur er dachte wieder nach, was einen Blick an die Decke nötig machte nur das Brüllen mag ich zum Teil ganz gern er pumpte seine Lungen auf und bälte wie das soll das? ja klar, unterbrach ihm fort hastig das kannst du prima, ich weiß aber wenn du das meiste ziemlich mies findest sagte er langsam, um jedes Wort wirken zu lassen warum tust du es dann? was ist es denn? die Mädchen? das Leder? kommst du dir dabei besonders männlich vor? oder meinst du, es ist interessant genug, um mit der geistlosen Langeweile fertig zu werden? Arthur guckte verdattert von einem zum anderen äh, sagte der Posten äh, äh, weiß ich nicht ich glaube ich mache es halt einfach so meine Tante hat gesagt Raumschiffwache wäre ein prima Beruf für einen jungen Vogon verstehst du die Uniformen, der schicke Gürtel für den Betäubungsstrahler, die geistlose Langeweile da siehst du es, Arthur sagte Ford mit der Miene von jemandem der zum Schluss seiner Beweisführung gekommen ist und du glaubst, du hättest Probleme Arthur meinte schon, die hätte er von dieser unerfreulichen Geschichte mit seinem Heimatplaneten mal abgesehen hatte der Vogonische Wachtposten ihn bereits halb erdrosselt und die Aussicht, ins Weltall geworfen zu werden schmeckte ihm auch nicht besonders versuch doch mal, seine Probleme zu verstehen beharrte Ford versetz dich mal in diesen armen Kerl seine ganze Lebensaufgabe besteht darin rumzutrampeln und Leute aus Raumschiffen zu werfen und rumzubrüllen setzte der Wachtposten hinzu und rumzubrüllen, klar sagte Ford und klopfte freundlich herablassend auf den Speckarm der sich um seinen Hals geklemmt hatte und er weiß nicht mal, warum er es tut Arthur musste zugeben, dass das sehr traurig sei er tat das mit einer kleinen, hilflosen Geste denn zum Sprechen fehlte ihm die Luft von dem Posten war ein verwirrtes, tiefes Brummeln zu vernehmen naja, wenn du es so hinstellst, nehme ich an doch, lieber Freund ermunterte ihn Ford na schön, ging das Brummeln weiter wie lautet denn dann die Alternative? ja, sagte Ford heiter, aber bedächtig damit aufhören natürlich sag ihm, fuhr er fort du machst einfach nicht mehr mit er hatte das Gefühl, er müsste noch ein paar Worte hinzufügen aber für den Moment schien der Wachtposten den Kopf mit Gedanken voll genug zu haben ähm, 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 sagte der Posten ähm, naja, das hört sich aber nicht sehr toll an Ford merkte plötzlich, wie ihm die Situation entglitt nur mal langsam, sagte er das ist doch erst der Anfang da hängt noch viel mehr dran, als du denkst aber in dem Moment verstärkte der Wachtposten wieder seine Umklammerung und setzte sein ursprüngliches Vorhaben fort nämlich die Gefangenen zur Druckschleuse zu schleppen er war offenbar ziemlich aufgeregt nein, nein, ich meine, wenn es euch sowieso egal ist, sagte er stecke ich euch eben in die Druckschleuse und brille irgendwo noch ein bisschen weiter Ford Prefekt war es absolut nicht egal also komm, hör doch mal zu, sagte Ford weniger bedächtig, weniger heiter sagte Afer nicht besonders wohltönend warte doch mal, redete Ford weiter ich muss dir doch noch von der Musik und der Kunst und von vielen anderen erzählen Widerstand ist zwecklos, brüllte der Wachtposten und fügte hinzu seht mal, wenn ich weitermache, kann ich noch Oberbrülloffizier werden freie Posten für Nichtbrülloffiziere, die keine Leute rumschubsen gibt's normalerweise kaum und darum meine ich, ich bleibe am besten bei dem, was ich kann sie waren inzwischen bei der Schleuse angekommen einer großen, runden, massiven, schweren Stahlluke, die in die Innenhaut des Raumschiffes eingelassen war der Posten bediente einen Schalter und die Luke glitt lautlos auf vielen Dank für euer Interesse, sagte der vulgonische Wachtposten macht's gut er stieß Ford und Afer durch die Luke in die kleine Schleusenkammer Afer lag nach Luft schnappend am Boden Ford kroch herum und versuchte vergeblich die Schultern gegen diese schließende Schleusentür zu stemmen hör doch mal, rief er dem Posten zu es gibt noch so vieles, von dem du überhaupt nichts weißt hier, wie ist es zum Beispiel damit? verzweifelt griff er nach dem erstbesten Stück Kultur, das ihm einfiel er summte den ersten Takt vom Beethovens Fünfter da 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 berührt dich das nicht irgendwo? nein, sagte der Posten, nicht besonders, aber ich werde es meiner Tante vorsummen wenn er danach noch was gesagt haben sollte, ging es unter die Luke schloss sich und jedes Geräusch bis auf das schwache, ferne Summen der Raumschifftriebwerke verstummte sie befanden sich in einer auf Hochglanz polierten, zylinderförmigen Kammer von ungefähr zwei Metern Durchmesser und drei Metern Länge Ford sah sich keuchend um ich dachte, es wäre was aus ihm zu machen, sagte er und ließ sich gegen die gewölbte Wand fallen Afer lag noch immer so in der Fußbodenbauchung, wie er hingefallen war er sah nicht auf, er lag einfach da und keuchte jetzt sitzen wir in der Tinte, gell? ja, sagte Ford, wir sitzen in der Tinte und wolltest du dir nichts einfallen lassen? ich dachte, du hättest gesagt, du wolltest dir was einfallen lassen aber vielleicht ist dir sogar was eingefallen und ich habe es bloß nicht bemerkt oh doch, ich habe mir was einfallen lassen, keuchte Ford Afer blickte erwartungsvoll nach oben aber leider, sagte Ford, müssen wir dazu auf der anderen Seite dieser luftdichten Luke sein er trat gegen die Tür, durch die man sie soeben geworfen hatte war es denn eine gute Idee? oh ja, eine sehr pfiffige und wie ging sie? na ja, mit den Detailfragen hatte ich mich noch nicht beschäftigt hat ja jetzt auch nicht mehr viel Sinn, nicht? ähm, was passiert jetzt? fragte Afer, ach, äh, tja die Luke vor uns wird sich gleich automatisch öffnen wir sausen in den Weltraum hinaus, nehme ich an und ersticken wenn du vorher nochmal tief Luft holst hältst du es natürlich bis zu 30 Sekunden aus sagte Ford er verschränkte die Hände hinter seinem Rücken zog die Augenbrauen hoch und begann einen alten betalgoizischen Schlachtgesang zu summen Afer erschien ja mit einem Mal sehr fremd das war's dann also sagte Afer wir werden sterben ja, sagte Ford es sei denn nein, warte mal er hechtete sich plötzlich quer durch die Kammer und griff nach etwas, was sich hinter Afer befand was ist denn das für ein Schalter? schrie er was? wo denn? rief Afer und fuhr herum nein, ich hab nur einen Witz gemacht sagte Ford wir müssen sterben er ließ sich wieder gegen die Wand plumpsen und summte die Melodie weiter wo er sie unterbrochen hatte weißt du, sagte Afer in Augenblicken wie jetzt wo ich mit einem Mann von Betai Goitze in einer vulkonischen Druckschleuse gefangen sitze und jeden Moment tief im Weltraum einer Erstickung sterben muss da wünsche ich mir wirklich ich hätte auf meine Mutter gehört als ich noch klein war wieso? was hat sie dir denn gesagt? ich weiß es nicht ich habe nicht zugehört oh Ford summte weiter das ist doch der reine Irrsinn dachte Afer bei sich die Nelson-Säule ist weg McDonalds ist weg alles was noch da ist bin ich und die Worte größtenteils harmlos jeden Augenblick wird alles weg sein bis auf die Worte größtenteils harmlos gestern noch schien alles auf dem Planeten so prima in Ordnung zu sein ein Motor suchte ein leises Tischenschwoll zu einem ohrenbetäubenden Rauschen der entweichenden Luft an als sich die äußere Luke auf die leere Schwärze öffnete die mit winzigen unglaublich hellen Lichtpünktchen übersät war Ford und Afer schossen in den Weltraum hinaus wie Korken aus einem Spielzeuggewehr Kapitel 8 Der Reiseführer Per Anhalter durch die Galaxis ist ein wirklich sehr interessantes Buch er ist über viele Jahre von vielen verschiedenen Redakteuren zusammengetragen und viele Male umgearbeitet worden er enthält die Beiträge unzähliger Reisender und Forscher die Einleitung beginnt folgendermaßen der Weltraum heißt es da ist groß verdammt groß du kannst dir einfach nicht vorstellen wie groß, gigantisch, wahnsinnig, riesenhaft der Weltraum ist du glaubst vielleicht die Straße runter bis zur Drogerie ist eine ganz schöne Ecke aber das ist einfach ein Klacks verglichen mit dem Weltraum pass mal auf und so weiter nach einer Weile beruhigt sich das Buch stilistisch ein bisschen und berichtet nun von Dingen die man wirklich wissen muss wie zum Beispiel die Geschichte von dem sagenhaft schönen Planeten Bezelamin der über seinen immer rapideren Gewichtsschwund an dem 10 Billionen hungrige Touristen jährlich schuld sind dermaßen beunruhigt ist dass einem der Netto-Unterschied zwischen der Menge die man isst und der Menge die man während des Aufenthalts auf dem Planeten wieder ausscheidet vor der Abreise vom Körpergewicht chirurgisch abgezogen wird deshalb ist es so ungeheuer wichtig sich jedes Mal wenn man auf die Toilette geht eine Empfangsbestätigung geben zu lassen fairerweise muss jedoch gesagt werden dass schon größere Geister als der für die Einleitung des Anhalters zuständige Redakteur angesichts der absoluten Ungeheuerlichkeit der Entfernungen zwischen den Sternen ins Stottern geraten ist einige fordern einen auf sich mal einen Moment lang eine Erdnuss in Reading und eine kleine Walnuss in Johannesburg vorzustellen oder anders so schwindelerregendes Zeug Tatsache ist die interstellaren Entfernungen sprengen einfach die menschliche Vorstellungskraft sogar das Licht das sich so schnell bewegt dass die meisten Rassen tausende von Jahren brauchen um dahinter zu kommen dass es sich überhaupt bewegt braucht seine Zeit um von einem Stern zum anderen zu gelangen es benötigt 8 Minuten vom Stern Sol bis dorthin wo einmal die Erde war und weitere 4 Jahre um den nächsten Sterne Nachbar von Sol Alpha Proxima zu erreichen um ans andere Ende der Galaxis zu gelangen zum Beispiel Damogran braucht es etwas länger 500.000 Jahre der Rekord im Zurückliegen dieser Strecke per Anhalter liegt bei etwas unter 5 Jahren aber dann kriegt man unterwegs nicht viel zu sehen im Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis steht man könne im absolut luftleeren Raum ungefähr 30 Sekunden überleben wenn man vorher Tiefluft geholt hat weiter heißt es jedoch dass da der Weltraum Nummer so groß ist die Chancen innerhalb dieser 30 Sekunden von einem anderen Raumschiff aufgelesen zu werden 1 zu 2 hoch 267.709 stehen aufgrund eines total irrwitzigen Zufalls ist das auch die Telefonnummer einer Wohnung in Islington wo Alpha einmal auf einer wirklich duften Party einem wirklich sehr netten Mädchen begegnete an das er einfach nicht rankam sie zog mit einem Kerl ab der gar nicht eingeladen war obwohl es den Planeten Erde die Wohnung in Islington und das Telefon inzwischen nicht mehr gibt ist die Vorstellung doch tröstlich dass an sie auf gewissermaßen bescheidene Weise durch die Tatsache erinnert wird dass Ford und Alpha 29 Sekunden später tatsächlich gerettet wurden Kapitel 9 ein Computer plapperte aufgeregt vor sich hin als er bemerkte wie sich eine Druckschleuse ohne erkennbaren Grund öffnete und wieder schloss und er tat das weil wirklich kein Grund erkennbar war ein Loch hatte sich eben in der Galaxis geöffnet es war exakt ein Nichtsigstel einer Sekunde lang ein Nichtsigstel eines Zentimeters breit und ziemlich viele Millionen Lichtjahre von einem Ende zum anderen als es sich widerschloss fielen jede Menge Papierhütchen und Lampillons heraus und schwebten durch das Universum davon ebenso fiel eine Gruppe von sieben einen Meter großen Marktanalytikern aus dem Loch und starb teils eine Stückung teils vor Überraschung es fielen auch 239.000 leicht angebratene Eier heraus und materialisierten sich in dem hungerleidenden Land Pogrill im Panselsystem als riesiger wabbeliger Klumpen die ganze Bevölkerung von Pogrill war bis auf einen letzten Mann an Hunger ausgestorben und der Mann starb ein paar Wochen später an Cholesterinvergiftung dieses Nichtsigste einer Sekunde währenddessen das Loch existierte halte auf höchst unwahrscheinliche Art und Weise durch die Zeit vorwärts und rückwärts irgendwo in einer weit zurückliegenden Vergangenheit schockierte es eine kleine Ansammlung von Atomen die dort zufällig gerade durch die leere Leblosigkeit des Universums schwebten so ernstlich dass sie sich zu den allergewöhnlichsten Mustern zusammenschlossen diese Muster lernten schnell sich zu reproduzieren das war ein Teil dessen was so ungewöhnlich an ihnen war und verursachten auf jedem Planeten auf dem sie landeten jede Menge Ärger und so begann das Leben im Universum Fünf wilde Ereignismahlströme wirbelten in tückischen Unvernunftstrudeln umeinander und spuckten einen Fußboden aus Auf diesem Fußboden lagen Fort Prefect und Arthur Dent und schnappten wie halbtote Fische nach Luft Da bist du ja keuchte Fort und tastete nach einem Halt auf dem Fußboden der eben durch den dritten Bereich des Unbekannten raste Ich hab dir doch gesagt ich lasse mir was einfallen Ja klar sagte Arthur klar Fantastische Idee von mir sagte Ford ein vorbeifliegendes Raumschiff zu finden und sich von ihm retten zu lassen Das reale Universum krümmte sich zum Übelwerden unter ihnen weg Mehrere Universen die bloß so taten als wären sie welche huschten leise wie Bergziegen an ihnen vorbei Das Uhrlicht explodierte und besprengte das Raumzeitkontinuum mit sowas wie Quarkspritzern Die Zeit blühte auf Die Materie schrumpfte weg Die größte existierende Primzahl verkrümmelte sich geräuschlos in einer Ecke und versteckte sich für immer Na komm sagte Arthur Die Chancen standen doch astronomisch schlecht Nöge nicht rum Es hat doch geklappt sagte Ford In was für einem Raumschiff sind wir eigentlich? fragte Arthur während der Abgrund der Ewigkeit unter ihnen gähnte Ich weiß es nicht sagte Ford Ich habe die Augen noch nicht aufgemacht Ich auch nicht sagte Arthur Das Universum hüpfte in die Höhe gefrohr, zitterte und dehnte sich in alle möglichen unvorhergesehenen Richtungen aus Arthur und Ford machten die Augen auf und sahen sich ziemlich überrascht um Du lieber Gott sagte Arthur Das sieht ja genau wie die Strandpromenade in South Hand aus Himmel Bin ich erleichtert, dass du das sagst sagte Ford Wieso? Weil ich schon dachte, ich werde verrückt Vielleicht wirst du es auch Vielleicht hast du bloß gedacht Ich hätte es gesagt Vielleicht wirst du es auch Vielleicht hast du bloß gedacht Ich hätte es gesagt Ford dachte darüber nach Also hast du es nun gesagt oder nicht? fragte er Ich glaube schon sagte Arthur Tja Vielleicht wären wir beide verrückt Ja sagte Arthur Nach allem, was wir hinter uns haben müssten wir schon verrückt sein wenn wir glaubten das wäre South Hand Glaubst du denn das ist South Hand? Ja klar Ich auch Dann müssen wir verrückt sein Prächtiges Wetter dafür Ja sagte ein Irrer im Vorübergehen Wer war das? fragte Arthur Wer? Der Mann mit den fünf Köpfen und dem Holunderbus voller Bücklinge Ja weiß ich nicht halt irgendjemand Aha Sie saßen auf dem Fußboden und sahen leicht beunruhigt zu wie riesige Kinder vor ihnen schwerfällig den Strand langtapsten und Wildpferde durch den Himmel donnerten und den Stahlgittern Nachschub in die unzuverlässigen Gebiete brachten Weißt du sagte Arthur und hüstete leicht Wenn das hier South Hand ist da ist aber was sehr komisch dran Du meinst dass das Meer feststeht wie ein Felsen und die Häuser auf- und abschaukeln sagte Ford Ja das kam mir auch schon komisch vor tatsächlich Vorher Ford als mit einem gewaltigen Krachen South Hand in sechs gleich große Segmente zerbarst die auf die albernste Tour in obszöne Figuren um sich selber zu tanzen begannen Hier passiert was äußerst merkwürdiges Das wilde Jaulen von Dudelsäcken und Streichinstrumenten senkte durch den Wald Heiße Krapfen zu zehn Pensters Stück hopsten aus der Straße Fürchterliche Fische sausten wütend vom Himmel runter und Arthur und Ford beschlossen sich aus dem Staub zu machen Sie tauchten durch dicke Klangmauern durch Berge archaischer Gedanken durch Täler aus Stimmungsmusik miese Sauforgien und herumalberne Fledermäuse hindurch und hörten plötzlich eine Mädchenstimme Sie hörte sich eigentlich ganz vernünftig an aber sie sagte nur Zwei hoch einhunderttausend zu eins fallend Und das war alles Ford schlitterte einen Lichtstrahl runter und drehte sich im Kreise als er herauszukriegen versuchte woher die Stimme kam Er sah aber nichts an das er ernstlich glauben konnte Was war das für eine Stimme? schrie Arthur Ich weiß nicht berührte Ford zurück Ich weiß es nicht Es klang wie eine Wahrscheinlichkeitsrechnung Wahrscheinlichkeit? Was würdest du damit sagen? Eben Wahrscheinlichkeit Verstehst du? Sowas wie Zwei zu eins Drei zu eins Fünf zu vier Sie sagte Zwei hoch einhunderttausend zu eins Das ist ziemlich Das ist ziemlich Unwahrscheinlich Verstehst du? Ein fünf Millionen Liter Bottich Vanillesoße ergoss sich ohne Warnung über sie Aber was soll das denn? rief Arthur Was? Die Vanillesoße? Nein Die Wahrscheinlichkeitsrechnung Das weiß ich nicht Keine Ahnung Ich glaube wir sind auf sowas wie einem Raumschiff Ich möchte nur annehmen sagte Arthur Das hier ist nicht das erste Klasse Abteil Beulen tauchten im Raum Zeitgefüge auf Große widerliche Beulen Brrrr sagte Arthur als er fühlte wie sein Körper weich wurde und sich in die unwahrscheinlichsten Richtungen bog South End scheint sich aufzulösen Die Sterne wirbeln herum Eine Dunstglocke Meine Beine wandern in den Sonnenuntergang Mein linker Arm ist auch ab Ein entsetzlicher Gedanke durchfrohr ihn Verdammt sagte er Wie bediene ich jetzt bloß meine Digitaluhr? Verzweifelt drehte er die Augen in Ford's Richtung Ford sagte er Du verwandelst dich in einen Pinguin lass das bitte Wieder war die Stimme zu hören Zwei hoch 75.000 zu 1 Fallend Ford watschelte in einem wütenden Kreis um seinen Teich Hey wer bist du fragte er Wo bist du Was ist eigentlich los Kann man das irgendwie anhalten Bitte seien sie ganz unbesorgt sagte freundlich die Stimme die sich wie die einer Stewardess in einem Flugzeug anhörte das nur eine Tragfläche und zwei Motoren hat von denen einer brennt Sie sind absolut in Sicherheit Darum geht's doch nicht kreischte Ford wütend Es geht doch darum dass ich jetzt ein Pinguin bin der absolut in Sicherheit ist und meinem Kumpel hier gehen rapide die Glieder aus Schon in Ordnung habt sie alle wieder sagte Afer Zwei hoch fünfzigtausend zu eins fallend sagte die Stimme Zugegeben sagte Afer Sie sind ein bisschen länger als sie mir normalerweise gefallen aber haben sie nicht das Gefühl quäkte Ford in einer Vogelwut Sie sollten uns vielleicht etwas erklären Die Stimme räusperte sich ein riesenhaftes Petit vor latschte vorbei und verschwand in der Ferne Willkommen sagte die Stimme im Sternenschiff Herz aus Gold Die Stimme sprach weiter Regen Sie sich bitte über nichts auf sagte sie Was Sie um sich herum sehen oder hören Sie werden sich zu Anfang notgedrungen etwas elend fühlen denn Sie sind auf einem Unwahrscheinlichkeitslevel von 2 hoch 267.000 zu 1 möglicherweise noch höher vor dem sicheren Tod gerettet worden Wir reisen jetzt an einer Geschwindigkeit von 2 hoch 25.000 zu 1 fallend und stellen die Normalität augenblicklich wieder her sobald wir wissen was eigentlich normal ist Danke 2 hoch 20.000 zu 1 fallend Die Stimme verstummte Ford und Arthur befanden sich in einer leuchtend rosafarbenen Kabine Ford war total aus dem Häuschen Arthur sagte er Das ist ja fantastisch Wir sind von einem Raumschiff mit dem neuen Unendlich Unwahrscheinlichkeits Drive aufgelesen worden Das ist ja einfach unglaublich Ich habe bisher darüber nur Gerüchte gehört Sie wurden alle offiziell dementiert aber sie müssen es geschafft haben Sie haben den Unwahrscheinlichkeits Drive gebaut Arthur das ist Arthur Was ist denn da los? Arthur hatte sich gegen die Kabinentür gestemmt und versuchte sie zuzuhalten Sie schloss aber nicht richtig Winzige pelzige Hände quetschten sich durch die Ritzen ihre Finger waren mit Tinte beschmiert winzige Stimmchen schnatterten wie verrückt Arthur blickte auf Ford sagte er Da draußen sind unendlich viele Affen die sich mit uns über ihr Hamlet Drehbuch unterhalten wollen Kapitel 10 Der unendliche Unwahrscheinlichkeits Drive ist eine neue hinreißende Methode riesige interstellare Entfernungen ohne das ganze langweilige Herumgehänge im Hyperraum in einem bloßen nichtigste einer Sekunde zurückzulegen Entdeckt wurde er durch einen glücklichen Zufall zu einem brauchbaren Antrieb weiterentwickelt wurde er dann vom galaktisch-staatlichen Forschungsteam auf Damor grahen Das ist in der gebotenen Kürze die Geschichte seiner Entdeckung Das Prinzip kleine Mengen endlicher Unwahrscheinlichkeit herzustellen indem man einfach die Logikstromkreise eines Submaison-Gehirns Typ Bumbleweenie 57 mit einem Atomvektorenzeichner koppelte der wiederum in einem starken braunischen Bewegungserzeuger hing sagen wir mal einer schönen heißen Tasse Tee war natürlich allenthalben bekannt und solche Generatoren wurden oft dazu benutzt auf Partys Stimmung zu machen indem man analog der Indeterminismus Theorie alle Unterwäschemoleküle der Gastgeberin plötzlich einen Schritt nach links machen ließ Viele berühmte Physiker sagten sie könnten nichts von all dem vertreten zum Teil weil es eine Herabwürdigung der Wissenschaft darstelle vor allem aber weil sie zu solchen Partys nie eingeladen wurden etwas anderes was sie nicht ertrugen war das dauernde Scheitern ihrer Bemühungen einen Apparat zu bauen der das unendliche Unwahrscheinlichkeitsfeld erzeugen könnte mit dem ein Raumschiff die ihrwitzigen Entfernungen zwischen den entlegensten Sternen Nullkommanix zurücklegen würde und so verkündeten sie schließlich mörrisch so ein Apparat zu bauen sei im Grunde genommen unmöglich darauf stellte ein Student der nach einem besonders erfolglosen Tag das Labor ausfegen sollte folgende Überlegungen an wenn so dachte er bei sich so ein Apparat im Grunde genommen unmöglich ist dann ist das logischerweise eine endliche Unwahrscheinlichkeit ich brauche also nichts anderes zu tun als genau auszurechnen wie unwahrscheinlich nicht so ein Apparat ist dann muss ich diese Zahl den endlichen Unwahrscheinlichkeit Generator eingeben ihm eine Tasse wirklich heißen Tee servieren und ihn anstellen das tat er und fand zu seinem großen Erstaunen dass es ihm einfach so aus der hohen Hand gelungen war den lange gesuchten unendlichen Unwahrscheinlichkeit Generator zu erfinden sein Erstaunen war freilich noch größer als er kurz nachdem er vom Galaktischen Institut mit dem Preis für äußerste Gerissenheit ausgezeichnet worden war von einer rasenden Horde berühmter Physiker gelünscht wurde die schließlich dahinter gekommen waren dass das einzige was sie wirklich nicht ertragen konnten ein Besserwisser war Kapitel 11 im unwahrscheinlichkeitssicheren Kommandoraum der Herz aus Gold sah es aus wie in jedem vollkommen normalen Raumschiff es war bloß alles picobello sauber weil es zu neu war von einigen Kommandosesseln waren noch nicht mal die Plastikhöhen abgenommen worden der Raum war fast völlig weiß rechteckig und ungefähr so groß wie ein kleineres Restaurant das heißt richtig rechteckig war er nicht die beiden Längswände krümmten sich in einer sanften parallelen Kurve und alle Winkel und Ecken des Raumes waren in enervierend viele Berechnungen zerlegt im Grunde wäre es sehr viel einfacher und praktischer gewesen die Kabine als gewöhnlichen dreidimensionalen rechteckigen Raum zu bauen aber dann wären die Designer sauer gewesen die Kommandozentrale jedenfalls sah ungeheuer zweckmäßig aus an der konkamen Wand hingen große Bildschirme in langen Reihen über den Kontroll- und Leitsystem Schaltpulten und in die konvexe Wand waren lange Computerkolonnen eingelassen in einer Ecke kauerte ein Roboter sein auf hochglanz polierter Stahlkopf baumelte zwischen seinen auf hochglanz polierten Stahlknien auch er war ziemlich neu aber obwohl er schön gebaut und poliert war sah er irgendwie so aus als passten die verschiedenen Teile seines mehr oder minder humanoiden Körpers nicht richtig zusammen in Wirklichkeit passten sie perfekt zusammen nur irgendwas in seiner Haltung legte die Vermutung nah dass sie vielleicht noch besser hätten zusammenpassen können Safod Beblebrox lief nervös in dem Raum hin und her strich mit den Händen über einzelne glänzende Instrumente und kicherte vor Aufregung Trillian saß über eine Unmenge von Geräten gebeugt und las Zahlen ab ihre Stimme wurde über den Bordsender in das ganze Raumschiff übertragen 5 zu 1 fallend sagte sie 4 zu 1 fallend 3 zu 1 2 1 Wahrscheinlichkeitsfaktor 1 zu 1 wir haben Normalität erreicht ich wiederhole wir haben Normalität erreicht sie schaltete ihr Mikrofon ab schaltete es darauf mit einem angedeuteten Lächeln wieder an und fuhr fort alles womit sie jetzt immer noch nicht fertig werden ist folglich ihr Problem bitte entspannen sie sich man wird bald nach ihnen schicken Safod polterte verdrossen los was sind denn das für Leute Trillian Trillian drehte ihren Sessel rum so dass sie ihnen das Gesicht zuwandte und zuckte die Axt hinten halt zwei so Typen die wir im Weltraum aufgelesen haben sagte sie im Sektor ZZ9 Plural Z Alpha naja das ist ja wirklich sehr nett von dir Trillian nur geht es sofort aber hältst du das unter den gegenwärtigen Umständen auch wirklich für klug ich meine schließlich sind wir auf der Flucht und so weiter die Polizei der halben Galaxis ist inzwischen hinter und zäher und wir halten an und nehmen ein paar Einhalter mit ok 10 Pluspunkte von 10 möglichen für guten Stil aber ein paar Millionen Miese für Gutmütigkeit nicht er klopfte gereizt auf ein Schaltpult Trillian schob seine Hand gelassen weg ehe sie auf was wichtiges klopfen konnte ganz gleich welche geistigen Qualitäten Zaffod haben mochte Schneid Tollkühnheit Witz technisch war er total unbedarft und konnte mit einer einzigen unkontrollierten Bewegung leicht das ganze Raumschiff in die Luft jagen Trillian war der Verdacht gekommen der wahre Grund für sein aufregendes und erfolgreiches Leben liege darin dass er den Sinn von allem was er tat nie wirklich verstand Zaffod sagte sie geduldig sie schwebten völlig schutzlos im Weltraum rum hättest du sie etwas sterben lassen also weißt du nein an sich nicht aber an sich nicht sterben an sich nicht aber Trillian neigt ihren Kopf zur Seite naja vielleicht hätte sie später jemand mitgenommen eine Sekunde später und sie wären tot gewesen siehst du hättest du dir die Mühe gemacht über das Problem ein bisschen länger nachzudenken dann hätte es sich von selbst gelöst es hätte dir also Vergnügen gemacht sich sterben zu lassen ja weißt du Vergnügen an sich nicht aber und außerdem sagte Trillian und wandte sich wieder den Kontrollgeräten zu habe ich sie gar nicht mitgenommen was soll es heißen wer hat sie denn dann mitgenommen das Raumschiff hä das Raumschiff hat es von ganz allein gemacht hä während wir im Unwahrscheinlichkeitsstrive waren das ist ja unglaublich nein Zaffod nur sehr sehr unwahrscheinlich ähm ja komm Zaffod sagte sie und tätschelte seinen Armen macht dir wegen der Fremden keine Sorgen ich nehme an das sind halt zwei so Typen ich schicke den Roboter hin er soll sie herholen hey Marvin der Roboter an der Ecke hob rasch den Kopf schüttelte ihn dann aber kaum merklich er rappelte sich mühselig hoch als sei er ungefähr fünf Pfund schwerer als er wirklich war und tat etwas was ein unbeteiligter Zuschauer für den heldenhaften Versuch gehalten hätte den Raum zu durchqueren er hielt vor Trillian an und schien durch ihre linke Schulter hindurch zu starren ihr solltet vielleicht zur Kenntnis nehmen dass ich sehr niedergeschlagen bin sagte er seine Stimme klang leise und hoffnungslos oh Gott murmelte Zaffod und ließ sich in einen Sessel fein na fein sagte Trillian freundlich und mitführend ich hab hier was für dich zu tun das dich ein bisschen auf andere Gedanken bringt das funktioniert ja doch nicht leierte Marvin mir geht viel zu viel im Kopf rum Marvin meinte Trillian schon gut sagte Marvin was soll ich machen geh runter zum Einstiegskanal 2 und bring die beiden Fremden gut bewacht hierher mit einer mikrosekundenlangen Pause und einer fein kalkulierten Mikromodulation in Lautstärke und Tonhöhe nichts woran man wirklich hätte Anstoß nehmen können gelang es Marvin seiner äußersten Verachtung und Abneigung allem menschlichen gegenüber Ausdruck zu verleihen ist das alles fragte er ja sagte Trillian bestimmt macht mir aber bestimmt keinen Spaß sagte Marvin Zafott sprang von seinem Sessel hoch sie verlangt von dir nicht dass es dir Spaß macht berührte er du sollst es einfach tun verstanden tun gut sagte Marvin und es hörte sich an wie das Läuten einer großen geburstenen Glocke ich mach's ja na großartig kleppte es sofort wunderbar vielen herzlichen Dank Marvin drehte sich um und schlug seine dreieckigen roten Augen zu ihm auf ich gehe euch doch nicht etwa auf die Nerven sagte er kläglich nein nein Marvin trellerte Trillian überhaupt nicht wirklich ich hätte nicht gerne das Gefühl dass ich euch auf die Nerven ginge nein macht dir darüber keine Sorgen gegen das Getrellere weiter verhalte dich einfach ganz natürlich dann ist alles in bester Ordnung und es macht euch auch ganz bestimmt nichts aus forschte Marvin weiter aber nein Marvin flötete Trillian das ist schon okay wirklich das gehört doch einfach mit zum Leben Marvin blitzte ihr einen elektronischen Blick rüber der sich gewaschen hatte Leben sagte Marvin erzähl mir bloß nichts vom Leben er machte niedergeschlagen auf dem Absatz kehrt und schlurfte aus der Kommandozentrale mit einem zufriedenen Summen und einem Klick schloss sich die Tür hinter ihm ich glaube ich ertrage diesen Roboter nicht mehr lange sofort stünde Trillian die Enzyklopädie Galactica definiert einen Roboter als eine technische Vorrichtung die dazu dient dem Menschen die Arbeit abzunehmen die Marketingabteilung der Sirius Kybernetik Corporation definiert ein Roboter als deinen Kunststofffreund für die schönen Stunden des Lebens der Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis definiert die Marketingabteilung der Sirius Kybernetik Corporation als eine Rudel hirnloser Irrer die als erste an die Wand gestellt werden wenn die Revolution kommt nebst einer Fußnote in der die Redaktion jede Bewerbung um den Posten eines Korrespondenten in Roboterfragen außerordentlich willkommen heißt komischerweise definiert ein Exemplar der Enzyklopädie Galactica das das große Glück hatte durch einen Zeitsprung aus der tausend Jahre entfernten Zukunft herauszufallen die Marketingabteilung der Sirius Kybernetik Corporation als ein Rudel hirnloser Irrer die als erstes an die Wand gestellt worden als die Revolution kam die rosa Kabine war aus dem Sein davon geflimmert und die Affen hatten sich in eine geeignetere Dimension verflüchtigt Ford und Arthur befanden sich im Ladebereich des Raumschiffs es sah alles ziemlich elegant aus ich glaube das Raumschiff hier ist nagelneu sagte Ford woran siehst du das denn fragte Arthur hast du irgendeinen komischen Apparat mit dem du das Alter von Metallen messen kannst nein ich habe nur diese Werbebroschüre auf dem Fußboden gefunden da stehen eine Menge Sprüche drin nach der Masche ihnen kann das ganze Universum gehören ah siehst du ich hatte recht Ford wies auf eine der Seiten und zeigte sie Anfang hier steht sensationeller Durchbruch in der Unwahrscheinlichkeitsphysik wenn die Geschwindigkeit des Raumschiffs die unendliche Unwahrscheinlichkeit erreicht durchfliegt durchfliegt es nahezu gleichzeitig jeden Punkt des Universums andere Regierungen werden vonalt platzen Mann das ist ja superklasse Ford überflog aufgeregt die technischen Besonderheiten des Raumschiffs wobei er gelegentlich erstaunt Luft schnappte über das was er las unbestreitbar hatte sich die galaktische Astro-Technologie in den Jahren seines Exils weiterentwickelt Arthur hörte ihm einen Moment lang zu aber da er das meiste von dem was Ford sagte nicht verstand ließ er seine Gedanken wandern und fuhr geistesabwesend mit den Fingern über die Kanten einer ihm unverständlichen Computerreihe streckte dann die Hand aus und drückte auf einen einladen großen roten Knopf auf einem Schaltpult vor sich auf einem Armaturenbrett leuchteten die Worte auf drücken sie bitte nicht noch einmal auf diesen Knopf Arthur schüttete sich hör dir das an sagte Ford der noch immer in die Werbebroschüre vertieft war von der Kybernetik des Raumschiffs machen sie besonders viel her die neue Roboter- und Computergeneration der Sirius Kybernetik Corporation wurde mit den neuen EMP Eigenschaften ausgerüstet EMP Eigenschaften sagte Arthur Was heißt das denn Ach das heißt echtes menschliches Persönlichkeitsbild Oh sagte Arthur das klingt ja grässlich Eine Stimme hinter ihnen sagte Ist es auch Sie klang leise und hoffnungslos und war von einem leicht rasselnden Geräusch begleitet Sie fuhren beide herum und sahen einen zutiefst traurigen Stahlmann gebeugt in der Tür stehen Was sagten sie Grässlich fuhr Marvin fort Es ist alles absolut grässlich Bloß nicht drüber reden Seht euch diese Tür an sagte er und trat hindurch Die Ironieschaltkreise klinkten sich in seinen Stimmmodulator ein als er den Stil der Werbebroschüre nachäffte Alle Türen in diesem Raumschiff sind heiter und fröhlich gestimmt Es ist ihnen eine Freude sich für sie zu öffnen und eine große Befriedigung sich wieder zu schließen und zu wissen dass sie gute Arbeit geleistet haben Als die Tür sich hinter ihm schloss konnte man hören dass sie wirklich was befriedigt und seufzerartiges von sich gab Mhmmm Ah sagte sie Marvin musterte die Tür mit kalter Verachtung während seine Logistik Schaltkreise vorab schratterten und mit dem Gedanken spielten mit physischer Gewalt gegen sie vorzugehen Andere Schaltkreise schalteten sich ein und meinten Was soll's Wozu das Ganze Nichts ist so wichtig dass man es ernst nehmen muss Wieder andere Schaltkreise amüsierten sich damit die molekulare Zusammensetzung der Tür und der Gehirnzellen der beiden Humanoiden zu analysieren Als Zugabe errechneten sie schnell noch die Stärke des Wasserstoffausstoßes innerhalb der umliegenden Kubikparallaxensekunde des Universums Dann schalteten sie sich gelangweilt ab Ein Anfall von Verzweiflung durchzogte den Körper des Roboters als er sich umdrehte Kommt mit brummte er Ich habe den Auftrag euch in die Kommandozentrale zu bringen Seht mich an Ein Gehirn von der Größe eines Planeten Und man verlangt von mir euch in die Kommandozentrale zu bringen Nennt man das vielleicht berufliche Erfüllung Ich jedenfalls tue es nicht Er kehrte um und ging zu der verhassten Tür zurück Ähm Entschuldige bitte sagte Ford der ihm folgte Aber welcher Regierung gehört das Raumschiff eigentlich Marvin überhörte ihn Guckt euch diese Tür genau an mormelte er Gleich geht sie wieder auf Ich merke das schon an der unerträglichen Arroganz die sie plötzlich ausstrahlt Mit einem einschmeichelnden kleinen Winseln glitt die Tür wieder zur Seite und Marvin stampfte hindurch Kommt mit sagte er Die beiden folgten ihm schnell und die Tür glitt mit einem erfreuten leisen Klicken und Schnurren wieder an ihrem Platz Dank sei der Marketingabteilung der Sirius Kybernetik Corporation sagte Marvin und trottete traurig den hochglänzenden leicht grümmten Korridor entlang der sich vor ihm öffnete Wir wollen Roboter mit echten menschlichen Persönlichkeitsbild bauen sagten sie und an mir haben sie das ausprobiert ich bin der Prototyp mit Persönlichkeitsbild das merkt man doch sicher oder Ford und Arthur mormelten verlegen kleine Dementis Ich hasse diese Tür fuhr Marvin fort Ich gehe euch doch hoffentlich nicht auf die Nerven oder Welche Regierung fing Ford wieder an Es gehört überhaupt keiner Regierung sagte der Roboter schnippisch Es ist geklaut worden Geklaut? Geklaut? Äffte Marvin riehen sie nach Von von wem denn? Von Zafott Beblebrooks Was sehr Sonderbares passierte mit Fords Gesicht Mindestens fünf völlig verschiedene und gegensätzliche Äußerungen von Schreck und Überraschung drängten sich auf ihm in einem heillosen Durcheinander Sein linkes Bein das gerade zu einem Schritt ausholen wollte hatte anscheinend Schwierigkeiten den Boden wiederzufinden Er starrte den Roboter an und versuchte ein paar Zugmuskeln unter Kontrolle zu bringen Zafott Beblebrooks flüsterte er matt Pardon Habe ich was Falsches gesagt erkundigte sich Marvin der ohne Rücksicht weiter schlurfte Entschuldigt dass ich atme was ich sowieso nie tue Deshalb weiß ich gar nicht warum ich mir die Mühe mache und es sage Oh Gott ich bin so deprimiert Hier haben wir schon wieder eine von diesen selbstgefälligen Türen Das Leben erzählt mir bloß nichts vom Leben Davon hat doch überhaupt keiner geredet murmelt Arthur nervös Ford ist mit dir alles okay Ford starrte ihn an Hat dieser Roboter hier eben sofort Beblebrooks gesagt fragte er Kapitel 12 Laute Gang Musik plärte und schepperte durch die Kommandozentrale der Herz aus Gold als sofort die Wellenbereiche des Sub-IFA Radios nach irgendwelchen Nachrichten über sich absuchte Das Gerät war ziemlich schwierig zu bedienen Jahrelang hatte man bei Radios auf Knöpfe drücken und dann Skalenrädern drehen müssen Als dann die Technik immer raffinierter wurde machte man die Regler berührempfindlich Man brauchte die Schaltelemente nur noch mit den Fingern anzutippen Jetzt aber musste man nur noch mit der Hand ungefähr in die Richtung des Apparates winken und hoffen Das sparte natürlich eine Menge Muskelkraft hatte aber auch den Nachteil dass man wahnsinnig still sitzen musste wenn man ein und dasselbe Programm drin behalten wollte Zafott winkte mit der Hand und die Frequenz änderte sich erneut Wiedergang Musik Diesmal aber als Hintergrund zu einer Nachrichten Meldung Die Nachrichten waren immer kräftig redigiert damit sie zum Rhythmus der Musik passten Es folgen nun die Nachrichten auf der Sub-Iva-Welle die sie rund um die Uhr um die Galaxis empfangen können quakte eine Stimme Und dazu begrüßen wir mit einem herzlichen Hallo alle intelligenten Lebensformen überall im All und natürlich auch alle anderen da draußen Hauptsache ihr haut die Klamotte immer kräftig zusammen Jungs und die fetteste Schlagzeile heute Abend ist selbstverständlich der sensationelle Diebstahl des Raumschiff Prototyps mit dem neuen Unwahrscheinlichkeits Drive durch keinen anderen als den galaktischen Präsidenten Sarford Beblebrox Und die Frage die sich da natürlich jeder stellt lautet Ist der große Z jetzt endgültig weggetreten Beblebrox der Erfinder des pangalaktischen Donnergurglers der Ex-Hochstapler den Exzentriker Galumbits einmal den größten Knaller seit dem Urknall nannte und der vor kurzem nun schon zum siebenten Mal hintereinander zum schlechtest gekleideten fühlenden Wesen des Universums gewählt wurde weiß er diesmal eine Antwort Wir fragten seinen persönlichen Gehirn Wartungsexperten Gag Halfrund Die Musik strudelte einen Augenblick in den Vordergrund und wich dann wieder zurück Eine andere Stimme blendete sich ein Wahrscheinlich die von Halfrund Sie sagte Na ja wissen so ist sofort normal kam aber nicht weiter weil ein elektrischer Bleistift quer durch die Kabine und den Luftraum des Ein-Aus-Sensors des Radios flog Zafot drehte sich um und starrte Trillian an Sie hatte den Bleistift geworfen Hey sagte er was soll das denn Trillian tippte mit den Finger auf einen Monitor voller Zahlen Mir ist gerade etwas eingefallen sagte sie Ach ja sowas wichtig ist dass du die Nachrichten über mich unterbrichst Du hörst sowieso schon genug über dich Ich bin in großer Gefahr das wissen wir doch Können wir nur für einen Augenblick mal dein Ego beiseite lassen Das hier ist wichtig Wenn es hier in der Gegend irgendwas wichtigeres als mein Ego gibt verlange ich dass man es auf der Stelle verhaftet und erschießt sofort starrte sie wieder an dann lachte er Pass auf sagte sie Wir haben doch diese beiden Typen da aufgelesen Welche beiden Typen Die beiden Typen die wir aufgelesen haben Ach ja sagte sofort die beiden Typen Wir haben sie im Sektor ZZ9 Plural Z Alpha aufgelesen Ja und sagte Zafot und blinzelte Trillian sagte mit ruhiger Stimme Sagt dir das nicht irgendwas Hm machte Zafot ZZ9 Plural Z Alpha ZZ9 Plural Z Alpha Na Ah sagte Trillian Ähm Was bedeutet eigentlich das Z fragte Zafot Welches Jedes Eine der größten Schwierigkeiten im Verhältnis zu Zafot bestand für Trillian darin unterscheiden zu lernen wann er sich dumm stellte um Leute aus der Reserve zu locken Wann er sich dumm stellte weil er im Moment nicht überlegen wollte und das Denken jemand anderem überlassen wollte Wann er sich unverschämt dumm stellte um zu verbergen dass er wirklich nicht wusste worum es gerade ging und wann er wirklich und wahrhaftig dumm war er war berühmt dafür ungeheuer clever zu sein und das war er auch ganz offenbar aber nicht immer was ihn natürlich beunruhigte und darum auch das ganze Theater er mochte es lieber wenn die Leute verdutzt statt respektlos waren vor allem das erschien Trillian wirklich und wahrhaftig dumm aber sie hatte keine Lust mehr darüber noch länger zu streiten sie seufzte und tippte auf den Knöpfen eine Sternenkarte in den Monitor um es ihm leichter zu machen ganz egal wie seine Gründe auch lauten mochten es so zu wollen da zeigte sie genau da hey ja sagte sie und sagte sie was und teile ihres Kopfinneren schrien andere teile ihres Kopfinneren an sehr ruhig sagte sie das ist derselbe sektor in dem du auch mich mal aufgelesen hast er sah sie an und guckte wieder auf den Monitor ja richtig sagte er na das ist ja verrückt eigentlich hätten wir doch direkt mitten in dem Pferdekopf nebel schwören müssen wie sind wir denn hierher gekommen ich meine das ist doch nirgendwo das überhörte sie unwahrscheinlichkeits drive sagte sie geduldig du hast ihm ja das selber erklärt wir durchfliegen gleichzeitig jeden Punkt des Universums das weißt du doch ja aber das ist doch wirklich ein komischer zufäll nicht ja ausgerechnet an an diesem Punkt jemand aufzulesen wenn man sich aus dem ganzen Universum aussuchen kann das ist doch wirklich zu ell ich würde das mal gerne durchrechnen computer der Sirius Kybernetik Bordcomputer der jedes kleinste Teilchen des Raumschiffs in seiner Kontrolle hatte scheiterte auf Kommunikationsbereitschaft hallo Freunde sagte er fröhlich und spuckte gleichzeitig einen kleinen Lochstreifen aus nur so zur Erinnerung auf dem Lochsteifen stand hallo Freunde oh Gott sagte Zerfott er hatte noch nicht viel mit diesem Computer gearbeitet hasste ihn aber bereits vom ganzen Herzen der Computer redete und tickerte weiter dreist und munter als verkaufe er Waschpulver nehmen sie bitte zur Kenntnis dass ich dazu da bin ihnen bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen egal worum es dabei geht naja sagte Zerfott weißt du ich glaube ich nehme doch lieber ein Stück Papier aber klar sagte der Computer und spuckte seine Mitteilung gleichzeitig in einen Papierkorb ich verstehe sollten sie mal wieder schnauze sagte Zerfott schnappte sich einen Bleistift und setzte sich neben Trillian an das Schaltpult okay okay sagte der Computer pikiert und schaltete seinen Sprechkanal wieder ab Zerfott und Trillian hockten über den Zahlen die vor ihnen auf dem Unwahrscheinlichkeits Flugbahn Radarschirm leise auflimmerten können wir berechnen sagte Zerfott wie hoch aus ihrer Sicht die Wahrscheinlichkeit ihrer Rettung war ja das ist eine konstante sagte Trillian eins zu zwei hoch 276 709 das ist hoch die beiden hatten verdammt großes Glück ja aber im Verhältnis zu unserer Geschwindigkeit als das Raumschiff sie aufnahmen Trillian tippte die Zahlen ein sie ergeben 1 zu 2 hoch unendlich minus 1 eine irrationale Zahl die nur in der Unwahrscheinlichkeitsphysik eine feste Bedeutung hat ist das verdammt riesig vor fort fort und stieß einen leisen pfiff aus ja stimmte Trillian zu und sah ihn fragend an es muss eine gewaltige menge unwahrscheinlichkeit dahinter stecken irgendwas verdammt unwahrscheinliches muss in der Rechnung auftauchen wenn das hier noch was ergeben soll sofort kritzete ein paar Berechnungen hin strich sie wieder aus und warf den Bleistift hin verdammt nochmal ich krieg's nicht raus und nun sofort donnerte gerätzt seine beiden Köpfe zusammen und knirschte mit den Zähnen ok sagte er computer die sprachscherbkreise bläbten wieder auf hallo da bin ich wieder sagten sie tickerstreifen tickerstreifen ich will nichts anderes als ihnen den Tag noch schöner machen schöner und schöner und ja ist ja gut halt bloß die klappe und rechne mir was aus aber klar schnatterte der computer sie möchten eine wahrscheinlichkeits kalkulation auf der grundlage von unwahrscheinlichkeits daten ja ok vor der computer fort da wäre zunächst eine interessante kleine feststellung zu machen haben sie schon bemerkt dass das leben der meisten leute von telefon nummern bestimmt wird ein gequeter Blick kroch über eins von zervorz gesichtern und dann weiter zum nächsten bist du übergeschnappt fragte er nein aber sie werden es gleich sein wenn ich ihnen erzähle das trillian atmete hörbar hektisch fummelte sie an den knöpfen des unwahrscheinlichkeits flugbahnmonitors rum telefonnummer sagte sie hat das hat das ding hat das ding hier eben telefonnummer gesagt zahlen blitzten auf dem bildschirm auf der computer hatte eine höfliche pause eingelegt aber jetzt machte er weiter was ich eben sagen wollte war lass gut sein sagte trillian guck mal was ist denn das fragte zervot weiß ich nicht sagte trillian aber die beiden fremden sind mit diesem jammervollen roboter hierher unterwegs bekommen wir sie in irgendwelche überwachungskameras kapitel 13 marvin trottete noch immer jammernd den korridor entlang und habe ich natürlich noch diese grässlichen schmerzen in allen dioden hier unten an der linken seite ach bemerkte arfer bissig während er neben ihm weiterging wirklich oh ja sagte marvin ich meine ich habe darum gebeten dass man sie auswechselt aber es hört ja keiner zu das kann ich mir vorstellen von fort war ein undefinierbares gefeife und gesumme zu vernehmen man 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 sagte er immer wieder zu sich selbst sofort weblebrox plötzlich blieb marvin stehen und hob die hand in die höhe ihr wisst natürlich was jetzt passiert ist gell nein was denn sagte arfer der es gar nicht wissen wollte wir sind schon wieder an einer von diesen türen angekommen eine schiebetür war in die gangwand eingelassen marvin beäugte sie argwürdig na was ist fragte fort ungeduldig gehen wir nicht weiter gehen wir nicht weiter äffte marvin ihn nach ja das hier ist die tür zur kommando zentrale man sagte mir ich sollte euch zur kommando zentrale bringen mich sollte es nicht wundern wenn das heutzutage die höchsten anforderungen sind die an intellektuelle kapazitäten gestellt werden langsam und mit dem allergrößten abscheu ging er wie ein jäger der sich an seine beute heran pirscht auf die tür zu die glitt auf einmal auf vielen dank sagte sie sie haben eine einfache tür sehr glücklich gemacht in der tiefe von marvins brustkasten knirschten zahnräder komisch sagte er mit grabe stimme genau so ist es wenn man denkt das leben könnte unmöglich noch schlechter werden und dann tut's genau das er schleppte sich durch die tür während sich fort und afa noch immer verdutzt ansahen und die schultern zuckten von drinnen hörten sie wieder marvin reden ich nehme an ihr wollt jetzt mit dem fremden reden sagte er soll ich mich so lange in eine ecke setzen und vor mich hin rosten oder einfach gleich hier wo ich stehe auseinanderfallen ach führ sie doch bitte rein marvin sagte eine andere stimme afa sah fortan und bemerkte überrascht dass er lachte was ist scht sagte fort los komm rein er ging in die kommandozentrale afa folgte ihm nervös und sah zu seiner verwunderung einen mann mit den füßen auf einem schaltpult sich in einem sessel fläzen und sich mit der linken in den zähnen seines rechten kopfes rumstochern der rechte kopf war von dieser tätigkeit offenbar total in anspruch genommen aber der linke kopf sah ihn mit einem breiten entspannten nonchalanten grinsen entgegen die menge der dinge die arfer sah und partout nicht glauben konnte war verdammt groß ihm klappte für eine weile einfach der kiefer runter der sonderbare mann winkte fort träge einen gruß zu und sagte mit furchtbar geheuchelter unverlässigkeit hallo fort wie geht's schön dass du mal reinschneist fort ließ sich nicht aus der fassung bringen sofort flötete er schön dich zu sehen gut siehst du aus der extra am steht der fantastische nettes schiff wen hast du dir geklaut arfer glotzte ihn verblüfft an willst du damit sagen dass du diesen burschen da kennst sagte er und furchtete wie verrückt mit dem finger zu sofort rüber kennen rief fort er unterbrach sich und beschloss die vorstellung andersrum zu beginnen oh sofort das hier ist mein freund arfer dant sagte er ich habe ihn gerettet als sein planet in die luft ging na klar sagte sofort hallo arfer schön dass sie es geschafft haben auf sein rechter kopf wandte sich arfer gleichgültig zu sagte hallo und ließ weiter in den zähnen rumstachern und das hier arfer redete fort weiter ist mein halb cousin sofort wir kennen uns sagte arfer schroff wenn man mit seinem auto auf der überholspur langfährt lässig an ein paar mühsam schnaufenden wagen vorbeizieht und so richtig mit sich zufrieden ist und wenn man dann aus versehen aus dem vierten in den ersten statt in den dritten runterschaltet und einzigen grauenhaften klump aus der kühlerhaube fliegt dann wird man wahrscheinlich ähnlich verdutzt aus der wäsche gucken wie fort jetzt als er arfers bemerkungen hörte bitte sagte er ich sagte wir kennen uns zafford fuhr überrascht und verlegen auf und starr sich mit dem zahnstocher in seinen rechten gaumen hä wirklich mit wütend blitzenden augen fuhr fort arfer über den mund jetzt wo er sich wieder auf heimischem boden fühlte ärgerte er sich plötzlich darüber dass er sich diesen ahnungslosen primitivling aufgeladen hatte der über die angelegenheiten der galaxis so viel wusste wie eine stechmücke aus ilford über das leben in peking was was soll was soll das heißen war macht macht hat 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 ein bisschen umgesehen nicht er platzte uneingeladen in eine party rein sagte arfer zittern vor wut ein kostümfest war's na das muss es ja wohl sein sagte fort auf diesem fest fuhr arfer hartnäckig fort war ein mädchen ach was soll's jetzt ist ja sowieso egal der ganze krempe hat sich ja eh in rauch aufgelöst vielleicht hörst du bald auf ewig über deinen verdammten planeten zu flennen sagte fort wer war denn die lady ach halt jemand na ok ich kam nicht richtig an sie ran ich hab's den ganzen Abend probiert verdammt nochmal sie hatte eben einfach was schön war sie charmant zum verrückt während intelligent endlich hatte ich sie ein bisschen für mich und setzte ihr gerade mit einer kleinen plauderei zu da kreuzte dein freund hier auf und sagte hey puppe langweilt der typ dich nicht warum hinterhältst du dich nicht lieber mit mir ich bin von einem anderen stern ich habe sie nie wieder gesehen sofort rief fort aus ja sagte arfer starrte ihn an und versuchte sich nicht dämlich vorzukommen er hatte bloß zwei arme und einen kopf und nannte sich phil aber aber du musst doch zugeben er war wirklich von einem anderen stern sagte trillieren die plötzlich auf der anderen seite der kommandozentrale ins blickfeld spazierte sie warf arfer einen freundlichen blick zu der ihn wie eine tonne backsteine traf dann wandte sie ihre aufmerksamkeit wieder den kontrollinstrumenten des raumschiffs zu ein paar sekunden lang herrschte schweigen dann krochen aus dem heillosen kuddelmuddel das arfers hirn darstellte ein paar worte hervor trisha mcmill sagte er was machst du denn hier dasselbe wie du sagte sie ich bin getrampt was sollte ich mit dem doktor in mathe und einem in astrophysik denn schließlich sonst tun das gab nur das oder aber mich jeden montag nach arbeitslosen unterstützung anstellen unendlich minus eins schnatterte der computer unwahrscheinlichkeit erreicht sofort sah sich um sofort an dann arfer dann trillian trillian sagte er passiert sowas jedes mal wenn wir den unwahrscheinlichkeit drive einschalten sehr wahrscheinlich fürchte ich sagte sie kapitel 14 lautlos floh die herz aus gold durch die nacht des universums davon nun mit dem konventionellen photon drive ihrer vierköpfigen besatzung war der gedanke gar nicht recht dass sie weder aus freiem willen noch einfach durch zufall sondern aufgrund einer sonderbaren verirrung der physik zusammengetroffen waren so als reagierten die beziehungen unter menschen auf dieselben gesetze wie die beziehungen zwischen atomen und molekülen als die künstliche nacht des raumschiffs hereinbrach zogen sie sich alle in ihre kabinen zurück und versuchten ordnung in ihre gedanken zu bringen trillian konnte nicht schlafen sie saß auf der couch und starrte einen kleinen käfig an der ihre letzte und einzige verbindung zur erde enthielt zwei weiße mäuse auf deren mitnahme sie sofort gegenüber bestanden hatte sie hatte fest damit gerechnet den planeten niemals wiederzusehen aber ihre erschütterung über die nachricht von seiner zerstörung beunruhigte sie doch sehr er erschien ihr so weit entfernt und unwirklich sie konnte sich mit keinem gedanken auf ihn einstellen sie sah zu wie die mäuse im käfig herum huschten und aufgeregt in ihren kleinen plastik treten wie herum trippelten bis sie ihre ganze aufmerksamkeit in anspruch nahm sie schüttete sich plötzlich und ging wieder in die kommando zentrale zurück um die winzigen blinkenden lichter und zahlen zu beobachten die den weg des raumschiffs durch die leere des universums anzeigten nur zu gern hätte sie gewusst was es eigentlich war worüber sie die ganze zeit nicht nachzudenken versuchte zafott konnte nicht schlafen auch er hätte gern gewusst was es eigentlich war worüber er einfach nicht nachdenken wollte denn soweit er zurückdenken konnte hatte er unter dem unbestimmten und quälenden gefühl gelitten nicht ganz dicht im oberstübchen zu sein meistens gelang es ihm diesen Gedanken zu verdrängen und sich weiter keine Sorgen darum zu machen aber durch das plötzliche und unerwartete auftauchen von fort prefect und arford dent war der gedanke wieder zu neuem leben erwacht irgendwie passte er ganz offensichtlich in ein muster das ihm verborgen blieb fort konnte nicht schlafen ihn nahm viel zu sehr mit dass er endlich wieder on the road war 15 jahre die er praktisch im gefängnis zugebracht hatte waren vorbei und das in einem augenblick wo er schließlich begonnen hatte alle hoffnung aufzugeben sich ein bisschen mit sofort rum zu treiben versprach eine menge spaß obwohl an seinem halb cousin offenbar irgendwas ein bisschen seltsam war bloß konnte er nicht sagen was das sofort präsident der galaxis geworden war kam ihm offengesagt genauso erstaunlich vor wie die art und weise wie er diesen posten wieder verlassen hatte ob da wohl irgendein grund dahinter steckte es wäre natürlich zwecklos sofort selbst danach zu fragen der hatte anscheinend für nichts was er tat einen grund der hatte die unergründlichkeit zur kunst erhoben er ging alles im leben mit einer mischung aus enormer begabung und naiver unfähigkeit ein und es war oft schwer zu sagen was nun was war Arthur schlief er war furchtbar müde es klopfte an Zerfords Tür sie glitt auf Zerford ja Trillian war als Silhouette in dem Licht oval zu erkennen ich glaube wir haben eben gefunden wonach du suchen wolltest was wirklich Ford gab den Versuch auf doch noch ein zu schlafen in einer Ecke seiner Kabine stand ein kleiner Computer mit Bildschirm und Tastatur er setzte sich einen Moment lang an ihn einen neuen Artikel über das Thema Fogonen zustande zu bringen es fiel ihm aber nichts ein was ihm bissig genug war also gab er es auf wickelte sich in seinen Mantel und spazierte rüber in die Kommando Zentrale beim reinkommen sah er zu seinem Erstaunen zwei Gestalten sich aufgeregt über die Instrumente beugen siehst du unser Raumschiff schwenkt in eine Umlaufbahn ein sagte Trillian dort gibt es einen Planeten an exakt den Koordinaten die du vorausgesagt hast sofort hörte ein Geräusch und sah auf fort flüsterte er hey komm her und sieh dir das mal an fort ging hin und sah sich das mal an es handelte sich um eine Reihe von Zahlen die über den Bildschirm flimmerten erkennst du die galaktischen Koordinaten dort wieder fragte Zafort nein ich mach's dir ein bisschen leichter Computer hallo Freunde plapperte der Computer begeistert los das wird ja richtig gemütlicher was Schnauze sagte Zafort und schalte die Monitore ein das Licht in der Kommandozentrale wurde dunkler winzige Lichtpünktchen hüpften über die Schaltpulte und spiegelten sich in den vier Augenpaaren die zu den Außenmonitoren hochstarten es war absolut nichts auf ihnen zu sehen erkennst du das flüsterte Zafort fort runzelte die Stirn ähm nein sagte er was siehst du nichts erkennst du es also wovon redest du eigentlich wir befinden uns mitten im Pferdekopfnebel einer einzigen gewaltigen dunklen Wolke und die soll ich auf dem leeren Bildschirm erkennen ein dunkler Nebel ist der einzige Ort in der ganzen Galaxis wo man einen leeren Bildschirm sieht na herrlich Zafort lachte er war offensichtlich über irgendwas total aus dem Häuschen beinahe wie ein kleines Kind man das ist doch wirklich irre das ist ja einfach nicht zu glauben was ist denn so irre daran dass wir in einer Staubwolke festhängen fragte Ford was würdest du meinen was man hier finden kann nichts keine Sterne keine Planeten nein Computer rief Zafort dreh doch mal den Sichtwinkel um 180 Grad aber halt die Klappe einen Augenblick lang hatte es den Anschein als passierte gar nichts dann blühte etwas Helles in einer Ecke des riesigen Bildschirms auf ein roter Stern von der Größe eines kleineren Planeten kroch über dem Monitor weg rasch gefolgt von einem zweiten ein Doppelsystem dann erschien ein riesiger Halbmond in der Ecke des Bildes ein rotes Gleißen das sich in tiefer Dunkelheit verlor der Nachtseite des Planeten ich habe ihn gefunden schrie Zafort und hämmerte auf das Schallpult ich habe ihn gefunden Ford starrte verblüfft auf dem Monitor was ist das denn? fragte er das, sagte Zafort ist der unwahrscheinlichste Planet den es gibt Kapitel 15 Auszug aus dem Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis Seite 634.784 Abschnitt 5a Stichwort Makratea In grauer Vorzeit in jenen großen und ruhmreichen Tagen des ehemaligen galaktischen Imperiums war das Leben noch abenteuerlich ereignisreich und im Großen und Ganzen steuerfrei da kurften gewaltige Sternenschiffe auf der Suche nach Heldentaten und Reichtümern zwischen exotischen Sonnen in den entlegensten Gegenden des galaktischen Raums herum in diesen Tagen war der Mut noch ungebrochen war das Risiko noch hoch waren Männer noch richtige Männer Frauen noch richtige Frauen und kleine pelzige Wesen von Alpha Centauri noch richtig kleine pelzige Wesen von Alpha Centauri und alle wakten es noch unbekannten Strecken trotzig die Stirn zu bieten große Taten zu verbringen und Subjekt und Objekt durch lange und komplizierte Satzkonstruktionen so weit voneinander zu trennen wie das noch niemand zuvor getan hatte und so wuchs das Imperium zu seiner Größe heran viele Leute wurden natürlich ungeheuer reich aber das war völlig selbstverständlich und nichts weswegen man sich hätte schämen müssen denn niemand war wirklich arm zumindest niemand der der Erwähnung wert gewesen wäre doch für diese ungeheuer reichen und erfolgreichen Kaufleute wurde das Leben allmählich notgedrungen ziemlich langweilig und fahrt und die Schuld daran schoben sie nach und nach jenen Welten zu auf denen sie sich niedergelassen hatten keine stellte sie mehr ganz zufrieden entweder war das Klima am späteren Nachmittag nicht ganz so wie es sein sollte oder der Tag war eine halbe Stunde zu lang oder das Meer hatte einfach nicht das richtige Rosa und so entstanden die Voraussetzungen für einen fantastischen neuen Industriezweig die Anfertigung von Luxusplaneten nach individuellen Sonderwünschen Zuhause war diese Industrie auf dem Planeten Makratea wo Hyperraumingenieure durch weiße Löcher im All Materie ansaugten und sie in liebevoll gestaltete Traumplaneten verwandeten Goldplaneten, Platinplaneten, Weichgummiplaneten mit Massen von Erdbeben die selbst den verwöhntesten Ansprüchen der reichsten Männer der Galaxis genügten und dieses Unternehmen war so erfolgreich dass Makratea sehr bald der reichste Planet aller Zeiten wurde die übrige Galaxis aber in äußerster Armut versank so brach das ganze System zusammen das Imperium zerfiel und ein langes verstocktes Schweigen breitete sich über eine Billion hungerleidender Welten aus das nur vom Federgekratze der Gelehrten gestört wurde die bis tief in die Nacht an pedantischen Traktätchen über den Sinn und Wert politischer Planwirtschaft herumformulierten Makratea selbst verschwand aus dem Gedächtnis und die Erinnerung an diesen Planeten tauchte bald ins Dunkel der Legende und in diesen aufgeklärten Zeiten jetzt glaubt natürlich niemand auch nur ein Wort von alledem Kapitel 16 Afer wurde durch lautes Streiten geweckt und ging zur Kommandozentrale Fort fuchtete mit den Armen in der Luft rum Du bist ja verrückt, Zafot, sagte er gerade Makratea ist eine Sage, ein Märchen, eine Geschichte die Eltern abends ihren Kindern erzählen, wenn sie wollen, dass sie später Volkswirte werden, eine... Wir befinden uns bereits in seiner Umlaufbahn, sagte Zafot eigensinnig Zafot, ich habe keine Ahnung, in welcher Umlaufbahn du dich im Augenblick befindest, sagte Fort Aber dieses Raumschiff, Computer, schrie Zafot Oh nein, bitte nicht Hallo Freunde Hier spricht Eddie, euer Bordcomputer Mir geht es fantastisch, Leute Und ich weiß, ich werde auch jede Menge Spaß an all den Programmen haben, mit denen ihr mich netterweise füttert Afer warf Trillian einen fragenden Blick zu Sie winkte ihn rein und gab ihm zu verstehen, dass er sich still verhalten solle Computer, sagte Zafot Sag uns nochmal unsere augenblickliche Flugbahn, aber mit Vergnügen, Kumpel, glückerte er Wir befinden uns im Augenblick in einer Höhe von 300 Meilen in einer Umlaufbahn um den sagenhaften Planeten Makratea Beweist doch gar nichts, sagte Fort Diesem Computer würde ich nicht mal zutrauen, dass er mir mein Gewicht richtig sagt Kann ich sofort für dich erledigen, klar? Begeisterte sich der Computer und spuckte noch mehr Lochstreifen aus Ich kann dir deine persönlichen Probleme auf 10 Stellen hinter dem Komma ausrechnen, wenn dir das hilft Trillian unterbrach ihn Zafot, sagte sie Jeden Moment fliegen wir auf die Tageslichtseite des Planeten und setze ihn zu oder als Wasser sich nun entpumpt Na, na, was soll das heißen? Dieser Planet ist doch genau dort, wo ich ihn vorausberechnet habe, oder? Ja, ich weiß, dass hier ein Planet ist Darüber will ich ja mit niemandem streiten Nur könnte ich Makratea halt absolut von keinem anderen kalten Felsklumpen unterscheiden Die Morgendämmerung bricht an, wenn man so will Okay, okay, Moment ist sofort Lass uns doch wenigstens den Anblick genießen Computer Hallo Freunde, was kann ich die Klappe halten und uns nochmal den Planeten zeigen? Eine dunkle, formlose Masse füllte von Neuem die Monitore Der Planet, der unter ihnen wegrollte Sie sahen einen Augenblick lang schweigend zu, aber Zafot platzte bald vor Aufregung Wir überfliegen jetzt seine Nachtseite, sagte er flüsternd Der Planet drehte sich weiter Makratea ist jetzt 300 Meilen unter uns, fuhr er fort Er versuchte diesem Augenblick Feierlichkeit zu verleihen, denn er war der Meinung, das sei eigentlich ein großer Augenblick Makratea! Er war über Ford skeptische Reaktionen verärgert Makratea! In wenigen Sekunden, fuhr er fort, müssten wir sehen wie Da! Der Anblick sprach für sich Selbst der abgebrüteste Sternentramper kann sich angesichts des spektakulären Schauspiels eines Sonnenaufgangs im All ein Zittern nicht verkneifen Aber ein Doppelsonnenaufgang ist einfach eines der großen Wunder der Galaxis Aus der absoluten Schwärze stach plötzlich ein greller Lichtpunkt hervor Er kroch ganz langsam höher und breitete sich seitlich in einem schmalen Halbkreis aus Und innerhalb von Sekunden tauchten zwei Sonnen auf Schmelzöfen des Lichts, die den schwarzen Saum des Horizonts mit weißem Feuer versenkten Grellfarbige Strahlen schossen durch die dünne Atmosphäre unter ihnen Die Feuer der Morgendämmerung, flüsterte Zafod atemlos Die Doppelsonnen, Sulianis und Ram Oder was auch immer, sagte Ford ruhig Sulianis und Ram, beharrte Zafod Die Sonnen strahlten in die Tiefe des Universums und leise geisterhafte Musik klang durch die Kommandozentrale Marvin summte hemmisch vor sich hin, weil er diese Leute so sehr hasste Während Ford auf das Lichterspektakel vor ihnen starrte, glühte er vor Erregung Doch nur für Erregung, einen seltsamen, neuen Planeten zu sehen Es genügte ihm, ihn so zu sehen, wie er war Es ärgerte ihn ein bisschen, dass Zafod dem Ganzen unbedingt irgendwelche lächerlichen Hirngespinste auffropfen musste Um was davon zu haben Dieser ganze Makratea-Schwachsinn kam ihm einfach kindisch vor Genügt es denn nicht zu sehen, dass ein Garten schön ist Ohne dass man unbedingt auch glauben muss, dass Feen darin hausen Afra kam diese ganze Geschichte mit Makratea vollkommen unbegreiflich vor Er schlicht sich zu Trillian rüber und fragte sie, was los sei Ich weiß nur, was Zafod mir erzählt hat, flüsterte sie Offensichtlich ist Makratea irgend so was wie eine Legende aus grauer Vorzeit, an die niemand im Ernst glaubt Ungefähr wie Atlantis auf der Erde, außer dass es in der Legende heißt, die Makrateaner hätten den Planeten gebaut Afra blindelte zu den Monitoren rüber und hatte das Gefühl, ihm fehle was Wichtiges Plötzlich war ihm klar, was das war Ob es in diesem Raumschiff wohl irgendwo Tee gibt? fragte er Immer mehr von dem Planeten unter ihm kamen zum Vorschein, während die Herz aus Gold auf ihrer Umlaufbahn dahinschoss Die Sonnen standen mittlerweile hoch am schwarzen Himmel, das Feuerwerk der Morgendämmerung war vorbei Und die Oberfläche des Planeten erschien im normalen Licht des Tages öde und abstoßend Grau, staubig und mit nur verschwommenen Konturen Sie wirkte tot und kalt, wie eine Gruft Ab und zu tauchten verheißungsvolle Umrisse am fernen Horizont auf Schluchten, Berge, vielleicht sogar später Doch wenn sie näher kamen, verschwammen die Linien, lösten sich auf und bedeuteten nichts mehr Die Oberfläche des Planeten war von der Zeit der langsamen Bewegung der dünnen, stickigen Luft, die Jahrhundert um Jahrhundert über den Planeten hinweggekrochen war, eingeeben worden Offensichtlich war er sehr, sehr alt Ein kurzer Zweifel überfiel fort, während er beobachtete, wie die graue Landschaft unter ihm vorbeizog Die Unermesslichkeit der Zeit ängstigte ihn, er spürte ihre Gegenwart, er räusperte sich Also mal vorausgesetzt, er ist, er ist es, sagte sofort Was er nicht ist, sagte sofort Was willst du überhaupt auf ihm? Dort gibt's doch nichts Nicht auf der Oberfläche, sagte sofort Na schön, setz dich mal voraus, da ist was Ich nehme an, du bist nicht hier, um irgendwelche antiken Fabriken auszubuddeln Hinter was bist du her? Einer von Safotts Köpfen sah weg, der andere drehte sich um, weil er sehen wollte, wohin der andere guckte, aber der sah sich nichts Bestimmtes an Nun, sagte Safot geziert, teils ist es Neugier, teils Abenteuerlust, aber vor allem sind es wohl Ruhm und Geld Ford warf ihm einen kurzen, prüfenden Blick zu Er hatte sehr stark den Eindruck, dass Safot nicht die geringste Ahnung hatte, warum er überhaupt hier war Wisst ihr, der Anblick dieses Planeten gefällt mir ganz und gar nicht, sagte Trillian zitternd Ach, darüber musst du einfach hinwegsehen, sagte Safot Schon mit der Hälfte der Schätze des ehemaligen galaktischen Imperiums, die irgendwo auf ihm gehortet liegen, kann er sich leisten, schäbig auszusehen Quatsch, dachte Ford, selbst mal angenommen, dies war die Heimat irgendeiner antiken Zivilisation, die inzwischen vergangen war, selbst eine Reihe äußerst unwahrscheinlicher Dinge vorausgesetzt Auf gar keinen Fall konnten dort irgendwo riesige Schätze gehortet liegen, die irgendwie immer noch einen Sinn hätten, erzuckte die Achseln Ich glaube, das ist einfach nur ein toter Planet, sagte er Die Spannung bringt mich noch um, sagte Afer gereist Stress und nervöse Spannungen sind jetzt in allen Gegenden der Galaxis ernsthafte soziale Probleme Und damit diese Situation nicht noch weiter verschärft wird, sollen die folgenden Tatsachen schon im Voraus verraten werden Der fragliche Planet ist tatsächlich das sagenhafte Mercatea Der tödliche Raketenangriff, der in Kürze von einem uralten automatischen Verteidigungssystem ausgehen wird, hat lediglich zur Folge, dass drei Kaffeetassen und ein Mäusekäfig zu Bruch gehen, dass sich jemand eine Prellung am Oberarm zuzieht und dass zu unpassender Zeit und am unpassendsten Ort ein Petunientopf und ein unschuldiger Pottwahl entstehen und ganz plötzlich auch wieder hinscheiden müssen, damit aber ein bisschen Spannung erhalten bleibt Wird jetzt noch nicht verraten, wer sich den Oberarm pränen wird Dieser Umstand kann getrost zum Spannungselement erhoben werden, zumal er nicht die geringste Bedeutung hat Kapitel 17 Nach einem ziemlich zitterigen Start in den neuen Tag war Arthur auf dem besten Weg, sich aus dem Scherbenhaufen wieder hochzurappeln, in dem der vorhergehende Tag ihn hat hocken lassen Er hatte eine Nutrimatic-Maschine gefunden, die ihm eine Plastiktasse mit einer Flüssigkeit verabreichte, die ein bisschen, aber eben nicht ganz anders als Tee schmeckte Es war sehr interessant, wie die Maschine funktionierte Wenn man einen Drink-Knopf drückte, nahm sie sofort eine kurze, wenn auch äußerst sorgfältige Untersuchung der Geschmacksknospen der betreffenden Person und eine spektroskopische Analyse ihres Stoffwechsels vor und schickte dann über die Nervenbahnen des betreffenden winzigen Testsignale an die Geschmackszentren im Gehirn, um festzustellen, was ihm wohl am ehesten schmecken würde Es wusste aber niemand so recht, warum sie das tat, denn sie rückte so oder so eine Tasse mit einer Flüssigkeit heraus, die ein bisschen, aber eben nicht ganz anders als Tee schmeckte Entwickelt und hergestellt wurde die Nutrimatic von der Sirius Kybernetik Corporation, deren Beschwerdeabteilung heute alle größeren zusammenhängenden Landmassen der ersten drei Planeten im Sirius-Taus-Sternensystem einnimmt Afer trank die Flüssigkeit und fand sie erfrischend Er guckte wieder zu den Monitoren hoch und sah ein paar weitere hundert Meilen ödes Grau vorbeiziehen Plötzlich fiel ihm ein, dass er eine Frage stellen wollte, die ihn die ganze Zeit beunruhigt hatte Ist dieser Planet auch nicht gefährlich? fragte er Na, Kartea ist schon seit... 5 Millionen Jahren tot, sagte Zerfot Natürlich ist er völlig ungefährlich, sogar seine Gespenster haben sich mittlerweile bestimmt zur Ruhe gesetzt und Familien gegründet Worauf plötzlich ein merkwürdiger, völlig unerklärlicher Ton durch die Kommandozentrale zitterte Wieder klang einer fernen Fanfare, ein hohler, schriller, wesenloser Ton Ihm folgte eine ebenso hohle, schrille, wesenlose Stimme, die Stimme sagte Seid mir gegrüßt Irgendjemand von dem toten Planeten sprach zu ihnen Computer, rief Zerfot Hallo Freunde Was bei allen Photonen ist das da? Ach, bloß irgend so ein 5 Millionen Jahre altes Tonband, das uns überspielt wird Ein was? Ein Tonband? Tsch, tsch, sagte Furt Es spricht schon wieder Die Stimme hörte sich alt, höflich, beinahe liebenswürdig an, hatte aber einen deutlich drohenden Unterton Diese Ansage erfolgt von Band, sagte sie Im Augenblick ist leider niemand von uns zu erreichen Die Handelskammer von Makratea dankt für ihren geschätzten Besuch Eine Stimme aus dem antiken Makratea, rief Zerfot Okay, okay, sagte Furt Bedauert jedoch, fuhr die Stimme fort Ihnen mitteilen zu müssen, dass der gesamte Planet zur Zeit seine Geschäfte eingestellt hat Wir danken Ihnen Wenn Sie freundlicherweise Ihren Namen und die Koordinaten eines Planeten hinterlassen wollen, auf dem wir sie erreichen können, sprechen Sie bitte nach dem Pfeifton Ein kurzer Piepton, dann war es still Sie wollen uns unbedingt loswerden, sagte Trillian nervös Was sollen wir machen? Das ist doch bloß ein Tonband, sagte Zerfot Wir machen weiter, kapiert, Computer Kapiert, sagte der Computer und gab dem Raumschiff einen Zacken mehr drauf Sie warteten Nach ein paar Sekunden war die Fanfare wieder zu hören, dann die Stimme Wir möchten Ihnen versichern, dass sofort nach Wiederaufnahme unserer Geschäfte, unsere verehrte Kundschaft in allen wichtigen Modejournalen und Farbeilagen darauf aufmerksam gemacht wird, dass sie wieder Gelegenheit hat, aus dem Allerbesten unserer Kollektion zeitgenössischer Geografie ihre Wahl zu treffen Der drohende Unterton in der Stimme wurde schärfer Bis dahin, danken wir unserer verehrten Kundschaft für Ihr freundliches Interesse und bitten Sie, uns zu verlassen, und zwar sofort Arthur sah sich unter den besorgten Gesichtern seiner Gefährten um Also, ich glaube, wir verduften lieber, was? Schlug er vor Tsch, tsch, sagte Zerfot Es besteht absolut kein Grund zur Sorge Warum sind denn dann alle so angespannt? Sie wollen eben wissen, was los ist, schrie Zerfot Computer, fangen wir mit dem Abstieg in die Atmosphäre an und bereite die Landung vor Diesmal hörte sich die Fanfare ziemlich schwunglos an, aber die Stimme klang jetzt ausgesprochen frostig Es ist äußerst schmeichelhaft, sagte sie Dass sie ihre Begeisterung für unseren Planeten so unvermündert anhält Deshalb möchten wir Ihnen versichern, dass die Lenkraketen, die sich in diesem Augenblick ihrem Raumschiff nähern, nur ein Teil unseres Sonderservice sind, den wir unseren begeisterten Kunden zuteil werden lassen Und dass die entsicherten Atomsprengköpfe natürlich bloß eine kleine Geste der Höflichkeit darstellen Wir würden uns freuen, Sie als Kunden im nächsten Leben begrüßen zu dürfen Vielen Dank Die Stimme schaltete sich ab Oh, sagte Trillian Hä? Sagte Arthur Und jetzt? Sagte Ford Hört mal, sagte Zerfot Wann begreift ihr das endlich? Das ist bloß ein Tonband Es ist Millionen von Jahren alt Es richtet sich nicht an uns Kapiert? Und was? Sagte Trillian ganz ruhig Ist mit den Raketen? Raketen? Mach dich nicht lächerlich! Ford tippte Zerfot auf die Schulter und zeigte auf den Heckmonitor In der Ferne hinter ihnen stiegen deutlich erkennbar zwei silberne Pfeile durch die Atmosphäre in Richtung Raumschiff auf Ein rascher Wechsel in der Vergrößerung zeigte sie nah und scharf Zwei erschreckend echte Raketen, die durch den Himmel donnerten Dass sie so plötzlich da waren, wirkte wie ein Schock Ich glaube, sie versuchen sehr wohl, sich an uns zu richten Sagte Ford Zerfot starrte sie verdutzt an Mann, das ist ja irre Sagte er Irgendjemand da unten versucht uns umzubringen Grauenhaft Sagte Arthur Kapiert er denn nicht, was das heißt? Klar, wir werden sterben Ja, aber davon mal abgesehen Davon abgesehen? Das heißt doch, wir müssen auf irgendwas gestoßen sein Wie schnell kommen wir hier weg? Mit jeder Sekunde wurde das Bild der Raketen auf dem Monitor größer Sie waren jetzt auf direkten Zielflug eingeschwenkt So, dass man von ihnen nur noch die Sprengköpfe sah Kopf voran Ähm, nur mal Interesse halber, sagte Trillian Was machen wir jetzt? Einfach cool bleiben Sagte Zerfot Ist das alles? Schui, Arthur Nein, wir machen außerdem Ein paar Ausweichmanöver Sagte Zerfot mit einem plötzlichen Anflug von Panik Computer, ähm, welche Ausweichmanöver können wir machen? Ähm, Leute, ich fürchte gar keine Sagte der Computer Oder was anderes? Sagte Zerfot Ähm, sagte er Ich glaube, in meinem Steuerungssystem klemmt was Verkündete fröhlich der Computer Einschlag in 45 Sekunden Sag doch bitte Eddie zu mir, wenn es euch beruhigt Zerfot versuchte in mehrere gleicherweise entscheidende Richtungen gleichzeitig zu rennen Ganz recht, sagte er Ähm, wir müssen das Schiff auf Handsteuerung umstellen Kannst du es denn fliegen? Fragte Ford erneut Nein 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 Trillian Du Ähm, nein Schön, sagte Zerfot erleichtert Dann machen wir es eben alle zusammen Ich kann es auch nicht, sagte Arthur Der es an der Zeit fand, sich bemerkbar zu machen Das hatte ich mir schon gedacht, sagte Zerfot Okay Computer, ab sofort volle Handsteuerung Bitte sehr, sagte der Computer Mehrere gewaltige Schallpulte klappten auf Und ganze Batterien von Armaturen kamen rausgehüpft Und überschütteten alle mit Styroporkügelchen und Bällchen aus zusammengeräumten Zellophanen Diese Instrumente hatte noch keiner ausgepackt Zerfot starrte sie wütend an Okay Ford, sagte er Voller schlug zurück und 10 Grad Steuerbord oder sowas ähnliches Viel Glück Jungs, zwitscherte der Computer Einschlag in 30 Sekunden Ford hechtete an die Steuerinstrumente, nur wenige kamen ihm irgendwie bekannt vor Darum bediente er sie Das Raumschiff bebte und ächzte Als die Steuerraketen es in alle Richtungen gleichzeitig zu schießen versuchten Er ließ die Hälfte der Instrumente los Und das Raumschiff jagte in einer scharfen Korve herum Und fegte in die gleiche Richtung davon, aus der es gekommen war Genau auf die Raketen zu Luftkissen knallten aus den Wänden, als die vier dagegen geschleudert wurden Ein paar Sekunden lang drückte sie die Fliehkraft platt Und nahm ihnen den Atem So, dass sie sich nicht bewegen konnten Zafott kämpfte und stemmte sich mit rasender Verzweiflung dagegen an Und schaffte es schließlich, einem kleinen Hebel, der zum Steuerungssystem gehörte, einen Tritt zu versetzen Der Hebel brach ab Das Schiff machte eine scharfe Drehung und schoss nach oben Die Besatzung fetzte es quer durch die Kabine nach hinten Fords Reiseführer, per Anhalter durch die Galaxis, flog in eine andere Ecke des Schaltpols Mit dem Resultat, dass er es erstens jedem, der es hören wollte, erklärte Wie man am geschicktesten antarische Sittichdüsen aus Antares rausschmuggelt Eine antarische Sittichdrüse auf ein Hölzchen gespießt ist eine ekelhafte, aber äußerst begehrte Cocktaildelikatesse Für die steinreiche Idioten Unsummen bezahlen, um andere steinreiche Idioten zu beeindrucken Und zweitens fiel das Raumschiff plötzlich wie ein Stein vom Himmel Ungefähr in diesem Augenblick geschah es natürlich, dass sich einer von der Besatzung eine böse Prellung am Oberarm zuzog Das sollte man besonders hervorheben, denn wie wir ja bereits verraten haben Kommen unsere Freunde ansonsten ohne den geringsten Schaden davon Und auch die tödlichen Atomraketen treffen nicht etwas schließlich doch noch das Raumschiff Die Sicherheit der Besatzung der Herz aus Gold ist absolut gewährleistet Ein Schlag in 20 Sekunden Jungs, sagte der Computer Dann stell doch die verdammten Triebwerke wieder an, schnauze es sofort Aber selbstverständlich Leute, sagte der Computer Mit einem subtilen Donner zündeten die Triebwerke Das Raumschiff wurde sanft aus seinem Sturzflug abgefangen und sauste wieder auf der Raketen zu Der Computer fing an zu singen Oh Welt, ich muss dich lassen, wimmerte er in der Saal Ich fahr dahin Zerfot schrie ihn an, er solle gefälligst die Klappe halten Aber seine Stimme verlor sich im Getöse dessen Was die vier völlig zu Recht für die auf sie zueilende Katastrophe hielten Ich fahr dahin, meine Straßen, zeh dich Vaterland, jammerte Eddie Als das Raumschiff den Sturzflug abgefangen hatte, flog es mit dem Bauch nach oben weiter Und da nun alle an der Kabinendecke hingen, war es ihm natürlich auch absolut unmöglich an die Steuerung heranzukommen Mein Geist will ich aufgeben, sang Eddie mit Inbrunst Die beiden Raketen, die auf das Raumschiff zudonnerten, wurden groß und bedrohlich auf den Monitoren sichtbar Dazu mein Leib und mein Leben Durch einen ungewöhnlich glücklichen Zufall hatten die Raketen aber ihre Flugbahn noch nicht exakt korrigiert Und schossen genau unter dem ziellos herumkurvenden Raumschiff weg Mein Zeit ist nun vollendet Revidierte Zeit bis zum Einschlag, 15 Sekunden Leute Der Tod, das Leben, endet Kreischend vollzogen die Raketen eine Kehrtwendung und gingen wieder auf Zielkurs Das wär's dann also, sagte Arthur, der das beobachtete Jetzt müssen wir also endgültig dran glauben, oder? Du hättest mir gefallen, wenn du endlich davon aufhören würdest, sagte Ford Aber es stimmt doch, oder? Ja Sterben ist nur ein Gewinn, sang Eddie Da kam Arthur plötzlich ein Gedanke Er rappelte sich hoch Warum dreht eigentlich keiner dieses Unwahrscheinlichkeitsdings-Bubs an, fragte er Da kämen wir doch wahrscheinlich ran Was? Bist du verrückt geworden? sagte Zerfot Ohne die richtige Programmierung kann alles mögliche passieren Macht das jetzt noch was? rief Arthur Kein Bleiben, Mr. Ferdin, sang Eddie Arthur kletterte an einem der enervierend vieleckig gestalteten Simse Zwischen der Krümmung der Wand und der Decke nach oben Das Safe Girl muss mir werden Kann mir jemand sagen, warum Arthur den Unwahrscheinlichkeits-Drive nicht einschalten kann? schrie Trillian Mit Fried und Freude fahr ich dahin Ein Schlag in fünf Sekunden, es war nett bei euch Jungs Gott segne Mit Fried und Freude fahr ich dahin Ich fragte soeben, schrie Trillian Ob mir jemand sagen kann? Was dann passierte, war eine nervenzerfetzende Explosion aus Licht und Lärm Kapitel 18 Und was dann passierte, war, dass die Herz aus Gold ihre Fahrt völlig normal, allerdings mit einer bezaubernd umdekorierten Inneneinrichtung fortsetzte Irgendwie war sie größer geworden und in geschmackvollen grünen und blauen Pastelltönen ausgestaltet Eine Wendetreppe in der Mitte, die eigentlich nirgendwo hinführte, stand in einem Arrangement aus fahrenden und gelben Blumen und gleich daneben in einem steinernen Sockel mit einer Sonnenuhr darauf war das Hauptcomputer-Terminal untergebracht Geschickt verteilte Lampen und Spiegel vermittelten den Eindruck, man stünde in einem Wintergarten mit Blick über einen weiten Teil eines wundervoll gepflegten Gartens Um den äußeren Rand des Wintergartens standen Marmortische auf kunstvoll geschmiedeten Eisenbeinen Wenn man auf die polierten Oberflächen des Marmors blickte, wurden verschwommen die Umrisse der Instrumente sichtbar Und wenn man sie berührte, dann materialisierten sie sich einem augenblicklich unter den Händen Wenn man die Spiegel aus dem richtigen Winkel betrachtete, spiegelten sie alle erforderlichen Computerdaten wieder Obwohl es alles andere als klar war, woher sie sie widerspiegelten Alles war wirklich auffallend schön Zerfott Beblebrox machte es sich in einem Korbliegestuhl bequem und fragte Was zum Teufel ist eigentlich passiert? Also ich wollte gerade sagen, sagte Arthur und regelte sich an einem kleinen Fischteich Wir haben doch diesen Unwahrscheinlichkeits-Drive-Schalter da drüben Und er wedelte zu der Stelle rüber, an der er mal gewesen war Dort stand jetzt eine Topfpflanze Wo sind wir denn eigentlich? Fragte Ford, der auf der Wendetreppe saß Einen herrlichen, kühlen, pangalaktischen Donnergurgler in der Hand Genau wo wir waren, glaube ich, sagte Trillian Als mit einmal alle Spiegel um sie herum wieder die öde Landschaft Makrateas zeigten Die noch immer unter ihnen vorbeiraste Zerfott sprang von seinem Stuhl hoch Und was ist mit den Raketen passiert? Fragte er Ein neues und höchst erstaunliches Bild erschien in den Spiegel Es sieht so aus, sagte Ford unsicher Als hätten sie sich in einen Petunientopf und einen Walfisch verwandelt Der sehr verdutzt aus der Wäsche guckt Bei einem Unwahrscheinlichkeitsfaktor schaltete sich Eddie ein Der sich überhaupt nicht verändert hatte Von 1 zu 8.767.128 Zerfott starrte AFA an Bist du darauf gekommen, Erdling? Fragte er Naja, sagte AFA Ich hab eigentlich bloß Das war sehr gut gedacht, ist dir das klar? Den Unwahrscheinlichkeitsdrive für einen Moment lang in Gang zu setzen, ohne vorher die Kontrollmonitore einzuschalten Mein Junge, du hast uns das Leben gerettet, ist dir das klar? Ach, sagte AFA Das war doch wirklich gar nichts Ach nein, sagte Zerfott Na schön, dann vergiss es Okay, Computer, setz zur Landung an Aber ich sagte, vergiss es Eine andere Sache, die in Vergessenheit geriet, war die Tatsache, dass entgegen aller Wahrscheinlichkeit Plötzlich ein paar Meilen über dem fremden Planeten ein Pottwall sein Leben begann Und da das von Natur aus kein geeigneter Ort für einen Wal ist Hatte dieses arme Geschöpf nur sehr wenig Zeit, sich über seine Identität als Wal klar zu werden Ehe es sich darüber klar werden musste, dass es plötzlich kein Wal mehr war Hier folgt nun eine vollständige Wiedergabe der Gedanken des Wal von dem Augenblick an, als er sein Leben begann Bis zu dem Augenblick, als es endete Ah, was passiert denn hier? dachte er Äh, Entschuldigung, wer bin ich? Hallo, warum bin ich hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Was meine ich wohl mit der Frage, wer bin ich? Nur mal ruhig, guck erstmal, was hier überhaupt los ist Oh, das ist aber ein interessantes Gefühl Was ist das bloß? Es ist sowas ähnliches wie ein Gähnen oder Kitzel in meinem, meinem Also wahrscheinlich fange ich am besten erstmal damit an, Namen für die Dinge zu finden Wenn ich aufgrund von, ich nenne es mal, Schlussfolgerungen, überhaupt Fortschritte in dieser, ich nenne es mal, Welt machen will Also, ich nenne es mal, meinen Magen Gut, oh, jetzt wird es aber ziemlich heftig Und hey, was ist das für ein Pfeifen und Brausen, das an meinen, ich nenne es mal fix, Kopf vorbeifegt Vielleicht könnte ich es Wind nennen Ist das ein guter Name? Für das Erste genügt er Vielleicht finde ich später einen besseren dafür, wenn ich weiß, wozu er überhaupt gut ist Er muss was verdammt Wichtiges sein Denn es gibt scheinbar eine irrsinnige Menge davon Hey, was ist das denn für ein Ding? Dieser, ich nenne es mal Schwanz, ja, Schwanz Hey, ich kann damit wirklich ziemlich gut hin und her schlagen Was? Herrlich, herrlich Das fühlt sich einfach fantastisch an Es bringt ja offenbar nicht viel, aber wahrscheinlich komme ich später noch dahinter, wozu das gut ist Tja, also, ich habe mir nun schon ein zusammenhängendes Bild von den Dingen gemacht Nein, macht nix Hey, das ist ja wirklich aufregend, so viel herauszufinden So vieles, was ich noch vor mir habe Mir wird ganz windig vor lauter Vorfreude Oder kommt es vom Wind? Davon ist aber jetzt wirklich sehr viel da, was? Und Mann, oh Mann, oh Mann, Junge, Junge Was ist denn das, was da plötzlich so schnell auf mich zukommt? So sehr schnell So riesig und so flach, so rund Das braucht einen riesigen, weitenklingenden Namen Wie, wie, und, und, Untergrund Grund, Grund, das ist es, das ist ein guter Name Grund, ob er wohl nett zu mir ist? Und der Rest, nach einem plötzlichen und sehr feuchten Aufprall, war Schweigen Komischerweise war der einzige Gedanke, der den Petunientopf beim Herunterfallen durchfuhr Und nein, nicht schon wieder Viele Leute vermuten, wir könnten viel größere Kenntnisse vom Wesen des Universums haben als bisher Wenn wir nur genau wüssten, warum der Petunientopf das dachte Kapitel 19 Nehmen wir den Roboter da mit? Fragte Ford Und sah Marvin voll Abscheu an Der linkisch gekrümmt in der Ecke unter einer kleinen Palme stand Zerfott löste seinen Blick von den Spiegelwänden, die eine Panoramaansicht der Ödenlandschaft boten Auf der die Herz aus Gold mittlerweile gelandet war Ach, den paranoiden Androiden da, sagte er Ja, den nehmen wir mit Man, was willst du denn mit einem manisch-depressiven Roboter? Ihr glaubt wohl, ihr habt Probleme, was? Sagte Marvin, als rede er zu einem eben erst verschlossenen Sarg Was würdet ihr wohl tun, wenn ihr manisch-depressive Roboter wärt? Nein, nein, versucht bloß nicht zu antworten Ich bin 50.000 Mal intelligenter als ihr Und nicht mal ich weiß die Antwort Ich kriege schon Kopfschmerzen, wenn ich bloß versuche, mich auf euer Niveau runterzudenken Trillian kam aus ihrer Kabine gestürzt Meine weißen Mäuse sind ausgerückt, rief sie Der Ausdruck tiefer Sorge und Anteilinnahme zeigte sich weder auf dem einen noch auf dem anderen von Zerfotts Gesichtern Ach, zum Kuckuck mit deinen weißen Mäusen, sagte er Trillian warf ihm einen wütenden Blick zu und verschwand wieder Möglicherweise hätte ihre Bemerkung größere Aufmerksamkeit erregt Wenn allgemein bekannt gewesen wäre, dass die Menschen nur die drittintelligenteste Bioform auf dem Planeten Erde waren Und nicht, wie von den meisten unabhängigen Beobachtern allgemein angenommen, die zweitintelligenteste Guten Tag, liebe Kinder Die Stimme klang seltsam vertraut, aber seltsam verändert Sie hatte einen ungewohnten matriarchalischen Unterton Und wendete sich an die vier Leute, als sie die Luftschleuse erreichten, durch die sie auf die Oberfläche des Planeten runtersteigen wollten Sie sahen sich verwundert an Das ist Eddie, erklärte Zerfotts Ich habe entdeckt, dass er eine Ersatzpersönlichkeit für den Notfall hat Und die hier schien mir eventuell geeigneter zu sein Das ist euer erster Tag auf einem neuen, fremden Planeten, redete Eddies neue Stimme weiter Zieht euch also alles schön warm an und spielt mir nicht mit irgendwelchen ungezogenen, insektenäugigen Monstern rum Zerfotts schlug ungeduldig gegen die Luke Sorry, sagte er, aber ich glaube, mit einem Rechenschieber wären wir besser bedient Augenblick, schnauzte der Computer, wer hat das gesagt? Würdest du die Güte haben und die Ausstiegsluke öffnen, Computer? Sagte Zerfotts, der versuchte, bei Laune zu bleiben Nicht er, als bis sich der gemeldet hat, der das gesagt hat, beharrte der Computer und schaltete ein paar von seinen Synapsen ab Oh Gott, murmelte Ford, ließ sich gegen einen Schott plumpsen und fing an, bis zehn zu zählen Er hatte wahnsinnige Angst, dass sensible Bioformen eines Tages vergessen könnten, wie man das macht Nur indem sie zählten, konnten die Menschen beweisen, dass sie von den Computern unabhängig sind Na, wird's bald, sagte Eddie streng Computer, fing Zerfotts an Ich warte, fiel Eddie ihm ins Wort Ich kann den ganzen Tag warten, wenn's sein muss Computer, probierte Zerfotts es noch einmal Er hatte die ganze Zeit nach einem Argument gesucht, mit dem er den Computer zum Schweigen bringen konnte Hatte dann aber beschlossen, sich nicht die Mühe zu machen, gegen Eddie auf dessen eigenen Terrain anzutreten Wenn du nicht augenblicklich die Ausstiegsluke öffnest, mache ich mal eben einen Satz zu deinem Hauptdatenspeicher rüber Und programmiere dich um, und zwar mit einer sehr großen Axt Hast du verstanden? Eddie machte äußerst erschreckt eine Pause und dachte darüber nach Ford zählte gelassen weiter Das ist so ungefähr das Gemeinste, was man mit einem Computer machen kann Das ist ungefähr so, als ginge man auf einem Menschen zu und sagte in einem Fort Blut, 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 Blut Schließlich sagte Eddie friedlich Wie man sieht, werden wir an unseren persönlichen Beziehungen noch sehr arbeiten müssen Und die Luke ging auf Ein eisiger Wind blies ihnen entgegen Sie mummelten sich warm ein und stiegen die Rampe hinunter in den trockenen Staub Makratheas Das wird noch alles in Tränen enden, ich weiß das Schrie ihnen Eddie nach und machte die Luke wieder zu Auf einen Befehl hin, der ihn völlig überrumpelte Öffnete und schloss der Computer die Tür ein paar Minuten später noch einmal Kapitel 20 Fünf Gestalten wanderten langsam über das öde Land Zum Teil war es langweilig grau, zum Teil langweilig braun Und der Rest sah eigentlich noch uninteressanter aus Das Ganze wirkte wie ein ausgetrockneter Sumpf Dem mittlerweile der Pflanzenwuchs abhanden gekommen Und der mit einer zwei Finger dicken Staubschicht bedeckt war Es herrschte eisige Kälte Safod war darüber sichtlich niedergeschlagen Er schließt sich allein davon und war bald hinter einer leichten Anhöhe verschwunden Der Wind reizte Afas Augen und Ohren Und die abgestandene dünne Luft schnürte ihm die Kehle zu Was jedoch am meisten gereizt war, das war sein Verstand Das ist ja fantastisch, sagte er Und hörte, wie seine eigene Stimme ihm in den Ohren rasselte Der Ton trug in dieser dünnen Atmosphäre nur sehr schlecht Ein nödes Loch, wenn du mich fragst, sagte fort In einem Katzenklo würde ich mich besser amüsieren Er spürte, wie der Ärger in ihm hochstieg Musste es ihn von allen Planeten in allen Sternensystemen der ganzen Galaxis Viele waren romantisch und exotisch und sprühten vor Leben Ausgerechnet auf so eine Schuttheide verschlagen Und das nach 15 Jahren Verbannung Noch nicht mal ein Würstchen stand vor irgendwo zu sehen Er bückte sich und hob einen kalten Klumpen Erde auf Aber es lag nichts darunter, was die Reise von tausendem von Lichtjahren wert gewesen wäre Nein, beharrte Afer, begreifst du das nicht? Es ist das erste Mal, dass ich auf einem anderen Planeten stehe Eine völlig fremde Welt Schade, dass es ausgerechnet so eine Müllhalde ist Trillian zog ihren Umhang fester um sich Sie frustelte und machte ein finsteres Gesicht Sie hätte schwören können, dass sie eben aus den Augenwinkeln Eine winzige, plötzliche Bewegung wahrgenommen hatte Aber als sie in die Richtung blickte Sah sie nur das Raumschiff still und reglos etwa 100 Meter hinter ihnen liegen Sie war erleichtert, als sie einen Augenblick später zerfott sah Der auf dem Gipfel des Hügels stand und ihnen zuwinkte Sie sollten zu ihm raufkommen Er schien ziemlich aufgeregt zu sein Aber wegen der dünnen Atmosphäre und wegen des Windes Konnte man nicht verstehen, was er sagte Als sie den Kamm der Anhöhe erreichten, sahen sie, dass sie kreisrund war Ein Krater von ungefähr 150 Metern Durchmesser Außerdem, um seinen Rand herum, war der Boden mit schwarzen und roten Klumpen übersät Sie blieben stehen und sahen sich einen davon an Er war feucht Er fühlte sich wie Gummi an Mit Schrecken wurde ihnen plötzlich klar, dass das frisches Walfleisch war Am Kraterrand stießen sie auf Zafot Guckt mal, sagte er und zeigte in den Krater In der Mitte lag der zerfetzte Kadaver eines einsamen Pottfalls, der nicht lange genug gelebt hatte, um über sein Schicksal enttäuscht zu sein Die Stille wurde nur durch ein leichtes, unwillkürliches Wirken in Trillians Kehle unterbrochen Es hat wohl keinen Sinn, ihn zu beerdigen, mormelte Afer und bereute es im selben Augenblick Kommt mit, sagte Zafot und stieg in den Krater hinunter Was? Darunter? sagte Trillian mit abgrundtiefem Ekel Ja, sagte Zafot Kommt mit, ich muss euch was zeigen Das sehen wir doch schon Nicht das, sagte Zafot Was anderes, kommt schon Keiner rührte sich Na los, drängte Zafot Ich habe einen Eingang entdeckt Eingang? fragte Afer entsetzt Ins Innere des Planeten, einen unterirdischen Gang Er ist durch den Aufprall des Wals aufgesprengt worden Und da müssen wir rein Wohin seit 5 Millionen Jahren niemand seinen Fuß gesetzt hat In die Abgründe der Zeit selbst Marvin fing wieder mit seinem hämischen Gesumme an Zafot gab ihm eins auf den Kondensator und Marvin verstummt Mit leichtem Widerwillen folgten sie Zafot den Abgang hinunter in den Krater Wobei sie es tunlichst vermieden, einen Blick auf dessen unglücklichen Urheber zu werfen Das Leben Sagte Marvin schwermütig Hasse oder ignoriere es Lieben kannst du es nicht Der Boden war eingesackt, wo der Wal aufgeprallt war Und hatte ein Netz aus Gängen und Steuern aufgedeckt Das nun von herabgestürztem Schutt und Geröll Größtenteils zugeschüttet war Zafot hatte schon damit begonnen Einen Zugang zu einem der Gänge freizulegen Aber Marvin schaffte das viel schneller Nasskalte Luft wehte ihnen aus der dunklen Tiefe entgegen Und als Zafot mit einer Taschenlampe hineinleuchtete War in der staubigen Düsternis nur wenig zu erkennen Der Legende nach, sagte er, lebten die Makratianer die meiste Zeit ihres Lebens unter der Erde Wieso das denn? Fragte Afer War ihnen die Oberfläche zu dreckig oder zu dicht besiedelt? Nein, das glaube ich nicht Sagte Zafot Ich glaube, sie gefiel ihnen einfach nicht besonders Weißt du auch genau, was du tust? Fragte Trillian und blinzelte nervös in die Finsternis Wir sind doch schon mal angegriffen worden, oder nicht? Hör mal zu, Kleino Ich versichere dir, die lebende Bevölkerung dieses Planeten ist gleich Null Plus uns Vieren Also komm schon und lass uns endlich da reingehen Ach, Erdling Afer, sagte Afer Ja, ja, könntest du vielleicht den Roboter bei dir behalten Und sozusagen dieses Ende des Ganges bewachen? Okay Bewachen, sagte Afer Wovor denn? Du hast doch eben gesagt, hier wäre niemand Ja, schon, halt nur so zur Sicherheit Okay, sagte Zafot Wessen Sicherheit? Euro oder meine? Komm, sei lieb Okay, ab geht's Zafot kletterte in den Gang hinunter Trillian und Ford folgten ihm Na, ich hoffe, das wird euch noch so richtig leid tun Nürgelte Afer Keine Bange, versicherte ihm Marvin Das wird es In wenigen Augenblicken waren die anderen verschwunden Afer stapfte beleidigt in der Gegend rum Bis ihm einfiel Dass ein Wahlfriedhof vielleicht nicht ganz der richtige Ort sei Um darauf rumzustampfen Marvin sah ihm eine Weile düster zu Dann schaltete er sich ab Zafot marschierte in dem Gang rasch weiter Nervös wie eine Tüte Hummeln Was er zu verbergen suchte Indem er zielstrebig weiterlief Er ließ den Lichtschrei der Taschenlampe herumwandern Die Wände waren mit dunklen Kacheln bedeckt Und fühlten sich kalt an Modergeruch hing schwer in der Luft Na, was habe ich euch gesagt? Sagte er Ein bewohnter Planet Makratea Und stiefelte weiter durch den Dreck und Schutz Der auf dem gefließten Boden lag Trillian erinnerte das Ganze unwillkürlich an die U-Bahn in London Nur war es hier nicht ganz so dreckig In gewissen Abständen machten die Kacheln an den Wänden Großen Mosaiken Platz Einfach-eckigen Mustern In leuchtenden Farben Trillian blieb stehen Und sah sich eins genauer an Sie wurde aber nicht schlau daraus Sie rief sofort Hey, hast du eine Idee, was das für merkwürdige Symbole sind? Ich glaube, das sind wahrscheinlich einfach irgendwelche merkwürdigen Symbole Sagte Zafot, der sich nur flüchtig umsah Trillian zuckte die Achseln und eilte hinter ihm her Ab und zu führten Türöffnungen links oder rechts in kleine Kammern Die, wie Ford entdeckte, bis zum Rand mit verlassenen Computeranlagen vollgefopft waren Er zog Zafot in eine der Kammern, um ihm das zu zeigen Trillian kam ihnen nach Also, sagte Ford Du behauptest, das hier ist Makratea Ja, sagte Zafot Außerdem haben wir doch die Stimme gehört, nicht? Okay Ich will's dir mal abkaufen, dass das Makratea ist Zumindest für den Augenblick Bloß hast du bisher noch kein einziges Wörtchen darüber verloren Wie du's um alles in der Galaxis gefunden hast Im Sternenatlas hast du nicht nachgesehen Das ist mal sicher Nachforschungen, Regierungsarchive, Detektivarbeit Ein paar glückliche Vermutungen, ganz einfach Und dann hast du die Herz aus Gold geklaut, um danach zu suchen Ich habe sie geklaut, um vieles zu suchen Vieles Fragte Ford überrascht Was denn zum Beispiel? Das weiß ich nicht Wie bitte? Ich weiß nicht, was ich suche Warum denn nicht? Weil, ähm, ja, weil Ich glaube, wenn ich's wüsste Würde ich vielleicht nicht mehr danach suchen Ähm, was? Bist du verrückt? Das ist eine Möglichkeit Die ich noch nicht ganz ausgeschlossen habe Sagte Zafot ruhig Über mich weiß ich nur so viel Wie man Krips in seinem augenblicklichen Zustand Über mich rauskriegen kann Und sein augenblicklicher Zustand ist nicht gut Lange Zeit Sagte keiner ein Wurfen Während Ford Zafot mit plötzlicher Besorgnis anstarrte Hör mal zu, alter Freund Wenn du damit sagen Fing Ford schließlich an Nein, warte Ich werde euch etwas erzählen Sagte Zafot Ihr wisst ja, ich flippe ganz schön rum Mir fällt irgendwas ein, was ich machen will Und hey, warum nicht? Ich mach's einfach Ich bilde mir ein Ich werde Präsident der Galaxis Und es passiert einfach Es ist ganz leicht Ich beschließe, dieses Raumschiff zu stehen Ich beschließe, nach Makratea zu suchen Und alles geschieht einfach so Ja klar, ich überlege mir, wie man das wohl am besten machen könnte Sicher, aber klappen tut's immer Das ist so, als hätte man eine Kreditkarte von der Galaktikbank Die nie ungültig wird Obwohl man die Schecks nie abschickt Und immer, wenn ich mal Luft hole, um dahinter zu kommen versuche Warum ich das und das denn machen wollte Und wie ich's zu Wege gebracht habe Empfinde ich den unheimlich starken Wunsch Gar nicht erst darüber nachzudenken Genau wie jetzt, in diesem Moment Es kostet mich wahnsinnige Mühe, darüber zu reden Zafot machte eine kleine Pause Eine Zeit lang herrschte tiefes Schweigen Mit finsterer Miene fuhr er fort Letzte Nacht habe ich darüber nachgerübelt Über die Tatsache, dass ein Teil meines Verstandes Anscheinend einfach nicht richtig funktioniert Dann kam mir die Idee, dass möglicherweise Jemand anderer, meinem Verstand dazu benutzt Gute Einfälle zu haben Ohne mir was davon zu sagen Ich kombinierte die beiden Überlegungen Und kam zu dem Schluss Dass irgendjemand zu diesem Zweck Einen kleinen Teil meines Verstandes Blockiert haben könnte Was auch erklären würde Warum ich ihn nicht benutzen kann Ich fragte mich Ob es eine Möglichkeit gäbe Dahinter zu kommen Ich ging runter in die Krankenabteilung Unseres Raumschiffs Und schloss mich an den Enzephalografie-Monitor an Ich führte jeden einigermaßen wichtigen Eignungstest an meinen beiden Köpfen durch Alle Tests, die ich schon bei den Regierungsamtsärzten hatte über mich ergehen lassen müssen Ehe man meine Ernennung zum Präsidenten bestätigen konnte Sie ergaben nichts Nichts Unerwartetes zumindest Sie sagten mir, ich sei gerissen, fantasievoll Pflichtvergessen, unzuverlässig, extrovertiert Nichts, was man nicht schon geahnt hätte Und keine weiteren Anomalien Also machte ich mich daran Mir völlig wahllos neue Tests auszudenken Nichts Dann versuchte ich Die Testergebnisse des einen Kopfs Und die des anderen Kopfs Zum Vergleich übereinander zu legen Immer noch nichts Schließlich wurde mir das alles zu blöd Weil ich mir nicht einreden lassen wollte Es handele sich bloß um einen Anfall von Verfolgungswahn Als letztes, bevor ich mich geschlagen geben wollte Nahm ich die übereinandergelegten Bilder und sah sie mir durch ein Grünfilter an Weißt du noch, wie versessen ich als Kind auf Grün war? Ich wollte immer Pilot auf einem der Handelsaufklärer werden Fort nickte Und da sah ich es, sagte Zafott Klar wie der lichte Tag Ein ganzer Bereich in der Mitte beider Hörne Stand nur zum jeweils anderen in Verbindung zu nichts weiter Irgendein verdammter Mistkerl hatte alle Synapsen weggeätzt Und die beiden Kleinhirnteile elektronisch traumatisiert Fort starrte ihn entsetzt an Trillian war blass geworden Das hat jemand mit dir gemacht? Flüsterte Fort Ja Hast du eine Ahnung, wer das gemacht hat oder warum? Warum? Das kann ich nur vermuten Aber wer dieser Mistkerl war Das weiß ich Das weißt du Woher weißt du das denn? Weil er seine Initialien in die ausgeätzten Synapsen eingebrannt hat Er hat sie dort zurückgelassen, damit ich sie finde Fort starrte ihn voller Entsetzen an Er fühlte ein Pricken aus seiner Haut Initialien In dein Gehirn gebrannt Ja, genau Na und? Wie lauten sie um Gottes Willen? Zafott sah ihn wieder eine Weile schweigend an Dann sah er weg ZB Sagte er leise In dem Moment sauste eine Stahl Tür hinter ihnen herab Und Gas begann in die Kammer zu strömen Ich erzähle euch später davon Keuchte Zafott Dann wurden alle drei ohnmächtig Kapitel 21 Missgelaunt spazierte Arfa auf der Oberfläche von Magrathea herum Fort hatte ihm seine Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis mit Absicht dargelassen, damit er sich mit dem Buch die Zeit vertreiben könne Wahllos drückte er auf mehrere Knöpfe Der Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis ist ein sehr nachlässig redigiertes Buch, das viele Kapitel enthält, die den Herausgebern damals wohl ungeheuer toll vorkamen Eins davon, das Arfa jetzt zufällig erwischte Erzählt die Erlebnisse eines gewissen Fietwujagig, eines ruhigen und fleißigen Studenten an der Universität von Maxi Megalon Der Eidphilologie, Umwandlungsethik und historische Erkenntnis mittels Obertönen studierte und eine brillante Universitätskarriere vor sich hatte Diesen Fietwujagig fragte nach einer nächtlichen Sause mit Zafottbeblebox und ungezählten pangalaktischen Donnergorklern immer brennender die Frage Was wohl mit all den Kugelschreibern passiert sei, die er sich im Laufe der letzten Jahre gekauft und dann irgendwann verloren hatte Es folgte eine lange Phase gewissenhafter Nachforschungen, die ihn durch die ganze Galaxis und zu den Hauptzentren unerwarteter Kugelschreiberverluste führten Schließlich trat er mit einer kuriosen kleinen Theorie vor die Öffentlichkeit, die damals ziemlich fasziniert davon war Irgendwo im All, sagte er, gibt es neben all den Planeten, die von Humanoiden, Reptiloiden, Fischoiden, Wandenderbaumoiden und superintelligenten Schatten von blauer Färbung bewohnt werden, auch einem Planeten, der ausschließlich Kugelschreiberroiden-Lebensformen vorbehalten ist Und dieser Planet ist es, sagte er, zu dem sich unbeaufsichtigte Kugelschreiber auf den Weg machen indem sie still und heimlich durch Wurmlöcher im Kosmos in eine Welt entschwinden in der sie, wie sie wissen, sich eines durch und durch Kugelschreiber-Ruiden-Lebensstils erfreuen können der auf weitgehend Kugelschreiber-orientierte Attraktionen zugeschnitten ist kurz, in der sie die Kugelschreibervorstellung eines glücklichen Daseins verwirklichen können Und wie das mit Theorien so ist, war alles Friede, Freude, Eierkuchen bis Fied Wujagig plötzlich behauptete, er habe diesen Planeten gefunden und dort eine Zeit lang als Chauffeur für eine Familie billiger grüner Wegwerbkugelschreiber gearbeitet woraufhin er verhaftet und eingesperrt wurde, ein Buch schrieb und schließlich in eine Steueroase entlassen wurde was üblicherweise das Schicksal all derer ist, die sich mit aller Entschlossenheit öffentlich lächerlich machen Als eines Tages eine Expedition zu den Raumkoordinaten ausgeschickt wurde, die Wujagig für den Kugelschreiberplaneten angegeben hatte stieß sie lediglich auf einen kleinen Asteroiden, auf dem ein einsamer alter Mann wohnte der hartnäckig behauptete, dass er alles nicht war, obwohl man später dahinter kam, dass er log ungeklärt blieb trotz allem die Frage, wie jedes Jahr die mysteriösen 60.000 Ather-Dollars auf sein brantisch-vogonisches Bankkonto kamen und natürlich, was es mit Zafott Beblebrocks äußerst lukrativen Geschäften mit gebrauchten Kugelschreibern aus sich hatte Afer las das und legte das Buch beiseite Der Roboter saß immer noch da und rührte sich nicht Afer stand auf und stieg zum Gipfel des Kraters hoch Er wanderte um den Krater rum Er sah einem wundervollen Doppelsonnenuntergang über Makratea zu Er stieg wieder in den Krater runter Er weckte den Roboter, weil es immer noch besser ist, sich mit einem manisch-depressiven Roboter zu unterhalten als mit niemandem Es wird Nacht, sagte er Sieh mal Marvin, die Sterne kommen raus Aus dem Inneren eines dunklen Nebels kann man nur sehr wenige Sterne sehen und die auch nur sehr schwach, aber sie waren trotzdem zu erkennen Der Roboter sah sie sich gehorsam an Dann wandte er sich wieder Afer zu Ich weiß, sagte er Widerlich Was? Aber dieser Sonnenuntergang Nicht mal in meinen verrücktesten Träumen habe ich was ähnliches gesehen Diese zwei Sonnen Es war, als brodelten Feuerberge ins Ei Ich hab's gesehen Sagte Marvin Alles Schwachsinn Wir hatten zu Hause aber nur eine Sonne Afer ließ nicht locker Ich bin von einem Planeten namens Erde, weißt du? Weiß ich Sagte Marvin Du redest ja andauernd davon Hört sich grässlich an Oh nein, es war dort wunderschön Gab's dort Ozeane? Oh ja, sagte Afer und seufzte Große, weite, wogende, blaue Ozeane Tief und unermesslich Ich kann Ozeane nicht ausstehen Sagte Marvin Sag mal Erkundigte sich Afer Kommst du eigentlich mit anderen Robotern gut aus? Hasse sie Sagte Marvin Wo gehst du hin? Afer hielt's nicht länger aus Er war wieder aufgestanden Ich glaube, ich mach nochmal einen kleinen Spaziergang, sagte er Kann ich verstehen Sagte Marvin Und zählte 597 Milliarden Schäfchen, ehe er eine Sekunde später wieder einschlief Afer schlug die Arme unter die Achseln, um seinen Kreislauf dazuzukriegen, ein bisschen begeisterter zu arbeiten Er quälte sich wieder zum Kratergipfel hoch Weil die Atmosphäre so dünn war, dass es keinen Mond gab, brach die Nacht sehr schnell herein Und es war mittlerweile Stockfenster Deshalb rannte Afer den alten Mann fast um, ehe er ihn bemerkte Kapitel 22 Er stand mit dem Rücken zu Afer und sah dem allerletzten Widerschein des Lichts zu Das hinter dem Horizont in die Findmanes versank Er war ziemlich groß und alt und nur mit einem langen grauen Gewand bekleidet Als er sich umdrehte, sah Afer, dass sein Gesicht mager und vornehm, sorgenvoll, doch nicht unfreundlich war Halt so ein Gesicht, dem man ohne weiteres sein ganzes Geld anvertrauen würde Aber noch drehte er sich nicht um, nicht mal auf Afer's Überraschungsschrei hin Schließlich waren die letzten Strahlen der Sonne verschwunden und er drehte sich um Sein Gesicht war immer noch von irgendwoher erleuchtet Und als Afer nach der Quelle dieses Lichts suchte, sah er ein paar Meter entfernt sowas wie ein kleines Luftschiff stehen Ein kleines Luftkissenfahrzeug, vermutete Afer Es verbreitete einen matten Lichtkreis um sich herum Der Mann sah Afer an, traurig wie es schien Du hast ja aber eine kalte Nacht ausgesucht, um unseren toten Planeten zu besuchen, sagte er Wer sind sie? stammelte Afer Der Mann sah weg, wieder schien ein trauriger Ausdruck über sein Gesicht zu huschen Mein Name tut nichts der Sache, sagte er Er schien über irgendwas nachzudenken Eine Unterhaltung war offensichtlich etwas, womit er es seiner Meinung nach nicht allzu eilig haben musste Afer war gar nicht wohl in seiner Haut Ich, ähm, sie haben mir aber einen Schrecken eingejagt, sagte er lahm Der Mann sah wieder zu ihm hin und zog die Augenbrauen leicht in die Höhe Hm, sagte er Ich sagte, sie haben mir aber einen Schrecken eingejagt Keine Angst, ich tu dir nichts Afer sah ihn finster an Aber ihr habt auf uns geschossen, mit Raketen, sagte er Der Mann starrte in die Katersenke Das schwache Glühen von Marvins Augen warf matte rote Reflexe auf den riesigen Kadaver des Waals Der Mann kicherte leise in sich hinein Ein automatisches System, sagte er und seufzte leise Tief unten in den Eingeweiden des Planeten verticken uralte Computer die dunklen Jahrtausende Und die Zeit lastet schwer auf ihren staubigen Datenspeichern Ich glaube, sie benutzen die Gelegenheit und ballern mal los, um sich ein bisschen über die Eintönigkeit wegzuhelfen Er sah Afer ernst an und sagte Ich bin ein großer Bewunderer der Wissenschaft, nicht wahr? Ach, ähm, wirklich? sagte Afer Der die merkwürdig freundliche Art des Mannes langsam beunruhigend fand Oh ja, sagte der alte Mann und hörte einfach wieder auf zu reden Aha, sagte Afer Er fühlte sich genauso komisch wie der Mann, der im Schlafzimmer einer Frau, von deren Ehemann überrascht wird Der einfach in das Zimmer hereinspaziert kommt, sich eine andere Hose anzieht Ein paar mal nichtssagende Bemerkungen über das Wetter fallen lässt und wieder rausgeht Du wirkst sehr nervös, sagte der alte Mann mit höflicher Anteilnahme Ähm, nein, das heißt, ja, also verstehen Sie, wir hatten eigentlich nicht erwartet, jemanden von Ihnen vorzufinden Ich dachte halt irgendwie, dass Sie alle tot sind oder sowas Äh, tot? sagte der alte Ach du liebe Güte, nein, wir haben bloß geschlafen Geschlafen? fragte Afer ungläubig Ja, die ganze Wirtschaftsflaute durch, nicht? sagte der alte Mann, den offenkundig überhaupt nicht interessierte Ob Afer auch nur ein Wort von dem kapierte, was er sagte oder nicht Afer musste wieder nachbohren Äh, Wirtschaftsflaute? Tja, nicht wahr? Vor fünf Millionen Jahren brach die galaktische Wirtschaft zusammen Und weil wir uns sagten, Planetensonderanfertigungen sind schließlich sowas wie Luxusgegenstände, nicht? Er machte eine kleine Pause und sah Afer an Du weißt doch, dass wir Planeten gebaut haben, oder? fragte er würdevoll Äh, ja, sagte Afer, ich dachte halt irgendwie Der Mann unterdrückte ein leichtes Gähnen und fuhr fort Die Computer waren mit dem Index der galaktischen Börsenkurse gekoppelt Und verstehst du, damit wir geweckt würden, wenn sich alle wirtschaftlich wieder so weit gerappelt hätten Dass sie sich unsere teuren Dienste würden leisten können Afer, der regelmäßig den Guardian las, war darüber zutiefst empört Das ist aber eine verdammt miese Einstellung, finde ich Ach, wirklich? fragte der Alte freundlich zurück Tut mir leid, ich bin aber nicht ganz auf dem Laufenden Er zeigte in den Krater runter Gehört der Roboter dir? fragte er Nein Tönte eine piezige Stimme metallisch aus dem Krater Ich gehöre mir Wenn man das überhaupt einen Roboter nennen kann, murmelte Afer Das ist eher sowas wie eine elektronische Schmollmaschine Hol ihn her, sagte der Alte Mann Mit großem Erstaunen hörte Afer die Stimme des Alten Mannes plötzlich einen sehr bestimmten Ton annehmen Er rief Marvin, der den Abhang hochgekrochen kam und mimte, er sei lahm, was er natürlich nicht war Ach, wenn ich mir recht überlege, sagte der Alte Mann Lass ihn doch lieber hier, aber du musst unbedingt mitkommen Große Dinge stehen bevor Er wandte sich seinem Fahrzeug zu, das nun, obwohl offenbar niemand ein Zeichen gegeben hatte, durch die Dunkelheit lautlos auf sie zugeschwebt kam Afer sat zu Marvin hinunter, der jetzt wieder genau so eine große Schau abzog, als er sich schwerfällig umdrehte, mühsam wieder in den Krater zurückstampfte und irgendwas Mürrisches vor sich hin brabbelte Komm, rief der Alte Komm, beeil dich, oder du kommst zu spät Zu spät? sagte Afer Zu was denn? Wie heißt du, Menschling? Dent, Afer Dent, sagte Afer Zu spät, wenn sich der tote Afer dehnt Sagte der Alte Mann düster Das soll so eine Art Drohung sein, verstehst du? Wieder trat ein wehmütiger Ausdruck in seine Augen Ich bin selber nie sehr gut in solchen Dingen gewesen, aber man hat mir gesagt, sie könnten manchmal sehr wirkungsvoll sein Afer seien blinzend an Was für eine ungewöhnliche Erscheinung, murmelte er Wie bitte? Fragte der Alte Mann Ach, nicht, Entschuldigung, sagte Afer verlegen Okay, wo gehen wir jetzt hin? Mit meinem Luftauto, sagte der Alte Mann und forderte Afer mit einer Geste auf, in das Fahrzeug zu steigen, das lautlos neben ihm gelandet war Fahren wir tief in das Innere des Planeten, wo sich in diesem Augenblick unser Volk von seinem 5 Millionen Jahre langen Schlummer erhebt Makratea erwacht Afer fröstete es unwillkürlich, als er sich neben den Alten setzte Das Merkwürdige der ganzen Geschichte und das lautlose Gehüpfe des Luftschiffs, das durch den Nachthimmel davon schwebte, brachten ihn völlig durcheinander Er betrachtete den alten Mann, dessen Gesicht durch das schwache Glühen der Lämpchen auf dem Armaturenbrett beleuchtet war Verzeihung, sagte Afer, wie war doch noch gleich ihr Name? Mein Name, sagte der Alte Mann und der gleiche Ausdruck leichter Traurigkeit trat wieder in sein Gesicht Er zögerte Mein Name, sagte er, ist Zlatibartfass Afer wäre beinahe erstickt Wie bitte? stotterte er Zlatibartfass, wiederholte der Alte Sam Zlatibartfass Der alte Mann sah ihn ernst an Ich sagte doch, mein Name täte nicht zur Sache, sagte er Das Luftauto schwebte durch die Nacht Kapitel 23 Es ist eine bedeutende und allgemein verbreitete Tatsache, dass die Dinge nicht immer das sind, was sie zu sein scheinen Zum Beispiel waren die Menschen auf dem Planeten Erde immer der Meinung, sie seien intelligenter als die Delfine, weil sie so vieles zustande gebracht hatten Das Rad, New York, Kriege und so weiter Während die Delfine doch nichts weiter taten, als im Wasser herumzutoben und sich wohl sein zu lassen Aber umgekehrt waren auch die Delfine der Meinung, sie seien intelligenter als die Menschen und zwar aus genau den gleichen Gründen Komischerweise wussten die Delfine schon lange vorher von der drohenden Zerstörung der Erde und hatten viele Versuche unternommen, die Menschheit auf die Gefahr aufmerksam zu machen Doch wurden die meisten ihrer Botschaften als amüsante Versuche missgedeutet, einen Fußball mit dem Kopf zu treffen oder nach irgendwelchen Leckereien zu pfeifen, sodass sie es schließlich aufgaben und die Erde kurz bevor die Vorgonen kamen auf ihre ganz persönliche Art und Weise verließen Die allerletzte Botschaft der Delfine wurde als der erstaunlich kunstfertige Versuch missverstanden einen doppelten Salto rückwärts durch einen Reifen zu vollführen und dabei Heil-Dier im Siegerkranz zu flöten In Wirklichkeit aber lautete die Botschaft, macht's gut und danke für den vielen Fisch Tatsächlich war nur eine Gattung von Lebewesen auf dem Planeten intelligenter als die Delfine und sie brachten ihre Zeit größtenteils in Verhaltungsforstungslaboren zu, wo sie in Laufrädern herumrannten und entsetzlich raffinierte und ausgeklügelte Experimente an den Menschen vornahmen Die Tatsache, dass die Menschen auch hier wiederum die wahren Verhältnisse total verkannten, lag ganz in der Absicht dieser Wesen Kapitel 24 Lautlos schwebte das Luftauto durch die kalte Finsternis Ein einsamer, matter Lichtschimmer, der in der tiefen makratianischen Nacht vollkommen allein war Es sauste rasch dahin Afas Begleiter schien tief in seine eigenen Gedanken versunken zu sein Denn als Afa verschiedentlich versuchte, ihn wieder in eine Unterhaltung zu ziehen antwortete er ihm lediglich mit der Frage, ob er es auch bequem genug habe und da belies er es schließlich dabei Afa versuchte, die Geschwindigkeit abzuschätzen, mit der sie sich bewegten aber die Dunkelheit war undurchdringlich und er konnte auch keinen Anhaltspunkt entdecken Die Bewegung empfand er als so sacht und leicht, dass er fast der Meinung war, sie bewegten sich überhaupt kaum von der Stelle Dann tauchte in weiter Ferne ein winziger Lichtschimmer auf und nahm innerhalb weniger Sekunden dermaßen an Größe zu dass Afa begriff, dass er mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit auf sie zu kam Er versuchte festzustellen, um was für ein Fahrzeug es sich vorhandele, konnte aber keine bestimmte Form erkennen Aber mit einem Mal blieb ihm verschreckt bald der Atem weg, als das Luftauto plötzlich nach unten abkippte und ganz offensichtlich auf direkten Kollisionskurs ging Die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Fahrzeugs musste unglaublich hoch sein und Afa hatte kaum Zeit, nach Luft zu schnappen, da war auch schon alles wieder vorbei Als nächstes nahm er ein irres, silbriges Funkeln wahr, das ihn zu umgeben schien Er drehte sich schnell nach hinten um und sah einen kleinen schwarzen Punkt in der Ferne hinter ihnen verschwinden Er brauchte mehrere Sekunden, ehe er kapierte, was passiert war Sie waren in einen unterirdischen Tunnel eingetaucht Die wahnsinnige Geschwindigkeit war ihre eigene im Verhältnis zu dem Lichtschimmer gewesen der ein Loch im Boden war, der Ausgang des Tunnels Das irre, silbrige Funkeln kam von den runden Wänden des Tunnels, durch den sie dahinschossen offenbar mit mehreren hundert Stundenkilometern Afa machte entsetzt die Augen zu Nach einer gewissen Zeit, er wagte nicht zu schätzen, wie lange das gedauert hatte fühlte er, wie ihre Geschwindigkeit leicht abnahm und einen Augenblick später bemerkte er, dass sie allmählich sanft zum Stehen kam Er machte seine Augen wieder auf Sie waren noch immer in dem silbrigen Tunnel, aus dem sie sich durch ein Gewürr sich kreuzender und zusammenlaufender Röhren schlängelten und wandten Die Afa an einen Kaninchenbau erinnerten Als sie endlich anhielten, befanden sie sich in einem kleinen gewürbten Raum aus Stahl Mehrere andere Tunnel endeten ebenfalls hier und ganz am anderen Ende des Raumes sah Afa einen großen, matten und äußerst verwirrenden Lichtkreis Verwirrend deshalb, weil er den Augen einen Streich spielte Es war unmöglich, ihn richtig in den Blick zu fassen oder zu erkennen, ob er weit weg oder nahe war Afa nahm an, völlig zu Unrecht, das Licht sei ultraviolett Zlatibart fast drehte sich um und betrachtete Afa mit seinen würdevollen alten Augen Erdling, sagte er Wir sind jetzt tief im Herzen Makrateas Woher wussten Sie, dass ich ein Erdling bin? fragte Afa Das alles wird dir noch klar werden, sagte der alte Mann sanft Wenigstens fügte er mit leichten Zweifeln in der Stimme hinzu Klarer als es dir im Augenblick ist Er fuhr fort Ich sollte dich vielleicht darauf aufmerksam machen, dass der Raum, in den wir jetzt gleich gelangen nicht eigentlich im Inneren unseres Planeten liegt Dazu ist er ein bisschen zu groß Wir werden gleich durch ein Tor in einen riesigen Teil des Hyperraums kommen Das würde dich vielleicht erschrecken Afa grunzte nervös Zlatibart fast berührte einen Sensorknopf und setzte nicht gerade ermutigend hinzu Ich krieg nämlich selber jedes Mal ein Riesenbammel, halt dich fest Ihr Luftauto schoss geradewegs in den Lichtkreis hinein Und plötzlich hatte Afa eine ziemlich klare Vorstellung davon, wie die Unendlichkeit aussieht In Wirklichkeit war es gar nicht die Unendlichkeit Die wirkliche Unendlichkeit sieht fade und uninteressant aus Wenn man in den Nachthimmel hinauf sieht, blickt man in die Unendlichkeit Alle Entfernungen werden unfassbar und daher bedeutungslos Der Raum, in den das Luftauto hineinführt, war alles andere als unendlich Er war bloß sehr, sehr, sehr groß So groß, dass er einen viel besseren Eindruck von der Unendlichkeit vermittelte, als die Unendlichkeit selbst Afa drehte sich's im Kopf, als sie mit der ungeheuren Geschwindigkeit, die, wie er wusste, das Luftauto erreichen konnte, scheinbar langsam durch die Luft nach oben stiegen und das Tor, durch das sie hereingekommen waren, als unsichtbares Pünktchen in der schimmernden Wand hinter sich ließen Die Wand Die Wand sprach allen Fantasievorstellungen hohen Brachte sie vom Wege ab und führte sie ad absurdum Die Wand war so irrsinnig riesig und hoch, dass ihr oberes Ende, ihre Seiten und ihr Fuß, den Blicken entschwanden Allein das Schwindelgefühl, das sie erregte, konnte einen Menschen töten Sie wirkte vollkommen gerade und es wären die allerempfindlichsten Lasermessgeräte nötig gewesen, um festzustellen, dass sich die Wand, während sie sich anscheinend bis zur Unendlichkeit erhob, in schwindenderregende Tiefen versank und sich zu beiden Seiten endlos weit erstreckte, außerdem auch krümmte In einer Entfernung von 13 Lichtsekunden stieß sie wieder auf sich selbst Mit anderen Worten, die Wand schloss eine Hohlkugel in sich ein Eine Kugel mit einem Durchmesser von über 3 Millionen Meilen, deren Inneres in ein Licht getaucht war, das sich jeder Vorstellung entzog Willkommen, sagte Slathi Bartfass, während das winzige Pünktchen, als das Luftauto erschien, jetzt mit dreifacher Schallgeschwindigkeit unmerklich weiter in den wahnsinnig riesigen Raum hineinkroch Willkommen, sagte er, in unserer Montagehalle Arthur glotzte geradezu wonnevoll entsetzt um sich In Entfernungen, die er weder schätzen noch auch nur raten konnte, waren eine Reihe seltsamer Hängevorrichtungen angeordnet Zarte Filigrane aus Metall und Licht, die über schattenhaften Kugelformen schwebten, die in dem Raum hingen Ihr, sagte Slathi Bartfass, brauchen wir die meisten unserer Planeten, nicht? Heißt das, sagte Arthur, der versuchte Worte zu finden Heißt das, ihr fangt jetzt mit all dem wieder an? Nein, nein, um Gottes Willen, nein, rief der alte aus Die Galaxis ist noch lange nicht wieder reich genug, um sich uns leisten zu können Nein, wir sind nur geweckt worden, um einen ganz speziellen Auftrag für sehr spezielle Kunden aus einer anderen Dimension auszuführen Vielleicht interessiert er dich, da hinten direkt gegenüber von uns Arthur folgte dem Finger des Alten, bis er ein schwebendes Gebilde erkennen konnte, auf das er zeigt Es war auch das einzige von all den vielen Gebilden, das erkennen ließ, dass daran gearbeitet wurde, obwohl das mehr ein unterschwelliger Eindruck war und nichts, wofür man sich verbirgen konnte In dem Moment jedoch schoss ein Lichtstrahl durch das ganze Gefüge und ließ die Muster scharf hervortreten, die sich auf der dunklen Kugel in seinem Inneren befanden Muster, die Arthur kannte Derbe, plexige Formen, die ihm ebenso vertraut waren, wie die Gestalt der Wörter, die Teil der Ausstattung seines Verstandes waren Ein paar Augenblicke schwieg er überwältigt, während ihm die Bilder im Kopf rumschwirrten und eine Stelle suchten, wo sie sich niederlassen und einen Sinn ergeben könnten Ein Teil seines Hirns sagte ihm, er erkenne sehr genau, was er da sehe und was die Formen darstellten, während ein anderer Teil sich ganz vernünftig weigerte, diesen Gedanken zuzulassen Und die Verantwortung dafür ablehnte, auch nur noch einen Schritt weiter in diese Richtung zu denken Wieder blitzte der Lichtstrahl auf und diesmal gab es keinen Zweifel mehr Die Erde, flüsterte Arthur Naja, sagen wir mal Modell Nummer 2, sagte Slati Wartfass heiter Wir stellen eine Kopie nach unseren originalen Blaupausen her Es entstand eine Pause Wollen Sie damit sagen, sagte Arthur langsam und bedacht, dass ihr auch die erste Erde gebaut habt? Na klar, sagte Slati Wartfass Bist du mal in einem Land gewesen? Ich glaube, es hieß Norwegen? Nein, sagte Arthur, nein war ich nie Schade, sagte Slati Wartfass Es war eins von denen, die ich gemacht habe Hab einen Preis dafür gekriegt, nicht? Herrlich ricklige Küste Ich war furchtbar sauer, als ich hörte, dass es zerstört worden ist Sie waren sauer? Ja, fünf Minuten später und es hätte nicht mehr so viel ausgemacht Das war eine Mordspleite Hä? sagte Arthur Die Mäuse waren vielleicht wütend Die Mäuse waren wütend? Und wie? sagte der alte Mann sanft Ja, na schön, ich nehme an Das waren die Hunde und die Katzen und die Schnabeltiere auch, aber Ja, schon, aber die hatten nicht dafür bezahlt, nicht? Hören Sie mal, sagte Arthur Würde es Ihnen was ausmachen, wenn ich jetzt einfach aufgebe und verrückt werde? Eine Weide flog das Luftauto im verlegenen Schweigen weiter Schließlich versuchte der alte Mann geduldig, Arthur alles zu erklären Erdling, der Planet, auf dem du lebtest, wurde geordert, bezahlt und regiert Allein von den Mäusen Er wurde fünf Minuten vor der Erfüllung des Zwecks, für den er erbaut worden war, zerstört Und wir sind jetzt gerade derweilen neu zu bauen Nur ein Wort hatte sich bei Arthur festgehakt Mäuse, sagte er Ganz richtig, Erdling Also, Moment mal Geben wir ja auch beide von diesen kleinen, weißen, pelzigen Dingerchen Mit dem Käsekomplex, bei dem die Frauen in den Fernsehklamotten in den frühen 60er Jahren immer schreiend auf die Tische klettern Zlatibab fast hüstete höflich Erdling, sagte er Ist manchmal schwer, dem was du sagst zu folgen Vergiss nicht, ich habe fünf Millionen Jahre im Inneren dieses Planeten Makatea geschlafen Und weiß wenig von diesen Fernsehklamotten aus den frühen 60er Jahren, von denen du redest Diese Geschöpfe, die du Mäuse nennst, nicht wahr, sind nicht ganz das, was sie scheinen Sie sind nur die Projektion unsagbar hyperintelligenter, pandimensionaler Wesen in unserer Dimension Der ganze Quatsch mit dem Käse und dem Quieken ist bloß Tarnung Der Alte machte eine Pause, dann fuhr er mit einem mitleidigen Stirn rund hinfort Sie haben euch nur als Versuchskaninchen benutzt, fürchte ich Arthur dachte einen Moment darüber nach, dann erhellte sich sein Gesicht Nein, nein, sagte er, ich weiß jetzt, wo das Missverständnis liegt Nein, also passen Sie mal auf, in Wirklichkeit haben wir die Versuche mit Ihnen angestellt Sie wurden oft in der Verhaltensforschung verwendet Pavlov und der ganze Kram Und dabei wurden die Mäuse allen möglichen Tests unterworfen In denen sie lernten, Klingeln zu betätigen, in Labyrinthen rumzulaufen und so weiter So dass man ihren Lernprozess untersuchen konnte Aus der Beobachtung ihres Verhaltens konnten wir alles mögliche über unser Verhalten lernen Afas Stimme wurde immer leiser Welch ein Raffinement, sagte Slati Bartfass Man muss es einfach bewundern Was, sagte Arthur Wie hätten Sie Ihr wahres Wesen besser verbergen und Euer Denken besser lenken können Plötzlich im Labyrinthen verkehrt rumlaufen Das falsche Käsestückchen essen Unerwartet an Tollwut sterben Wenn das raffiniert berechnet wird, ist die zusätzliche Wirkung enorm Er machte um der Wirkung willen eine Pause Siehst du, Erdling, sie sind wirklich ganz besonders clevere, überintelligente, pandimensionale Wesen Euer Planet und seine Bewohner bilden die Matrix eines organischen Computers Der ein 10 Millionen Jahre Forschungsprogramm durchführte Ich werde dir die ganze Geschichte erzählen, aber wir brauchen ein bisschen Zeit dazu Zeit, sagte Arthur schwach, gehört im Augenblick nicht zu meinen Problemen Kapitel 25 Es gibt selbstverständlich viele Probleme, die mit dem Leben zusammenhängen Von denen sind einige der bekanntesten Warum wird der Mensch geboren? Warum stirbt er? Und warum verbringt er so viel von der Zeit dazwischen mit dem Tragen von Digitalohren? Einer Rasse hyperintelligenter, pandimensionaler Wesen, deren körperliches Äußeres in ihrem eigenen pandimensionalen Universum unserem nicht unähnlich ist Hing es vor vielen, vielen Millionen Jahren dermaßen zum Hals heraus, sich ewig über den Sinn des Lebens rum zu zanken, was sie im Übrigen bloß in ihrer Lieblingsbeschäftigung störte, dem brockeanischen Ultra-Cricket, einem höchst sonderbaren Spiel, bei dem man Leuten ohne ersichtlichen Grund plötzlich eins auf den Kopf gibt und wegrennt Dass sie beschlossen, sich auf ihre vier Buchstaben zu setzen und all ihre Probleme ein für allemal zu lösen. Und zu diesem Zweck bauten sie sich einen kolossalen Supercomputer, der so wahnsinnig intelligent war, dass er, ehe seine Datenspeicher überhaupt miteinander verbunden waren mit »Ich denke, also bin ich« die ersten Kernsätze von sich gegeben hatte und schon dabei war, die Existenz des Schokoladenpuddings und der Einkommenssteuer auseinander abzuleiten, bevor es jemandem gelang, ihn auszuschalten. Er war so groß wie eine Kleinstadt. Sein Hauptschaltpult war in einem eigens dafür entworfenen Direktionsbüro untergebracht und an einen enormen mit kostbarem ultrarotem Leder bezogenen Direktionsschreibtisch aus dem erlesensten Ultramahagoni eingebaut. Der dunkle Teppichboden war auf diskrete Weise luxuriös. Exotische Topfpflanzen und geschmackvoll gestochene Bildnisse der bedeutendsten Computerprogrammierer und ihrer Familien waren großzügig im Raum verteilt und mächtige Fenster blickten auf einem Baum umstandenen öffentlichen Platz. Am Tage des großen Anknipsens kamen zwei dezent gekleidete Programmierer mit Aktentaschen und wurden ohne großes Aufhebens in das Büro geführt. Es war ihnen bewusst, dass sie an diesen Tage ihr ganzes Volk in seinem erhabensten Augenblick repräsentieren, aber sie gaben sich ruhig und gelassen, als sie ehrfurchtsvoll vor dem Schreibtisch Platz nahm. Ihre Aktentaschen öffneten und ihre in Leder gebundenen Notizbücher rausnahmen. Ihre Namen lauteten Lungville und Vogt. Einen Augenblick saßen die beiden in ehrfürchtigem Schweigen da. Dann lehnte sich Lungville, nachdem er mit Vogt still einen Blick gewechselt hatte, nach vorn und berührte eine kleine schwarze Platte. Das allerfeinste Summ, das man sich denken kann, zeigte an, dass der gewaltige Computer nun voll betriebsbereit war. Nach einer kurzen Pause sprach er sie mit seiner Stimme, die kräftig, volltönend und tief war an. Er sagte, wie heißt die große Aufgabe, für die ich, Diepfad, der zweitgrößte Computer im Universum von Zeit und Raum erschaffen worden bin. Lungville und Vogt sahen sich verdutzt an. Deine Aufgabe, Computer, begann Vogt. Nein, warte mal einen Moment, das ist nicht richtig, sagte Lungville beunruhigt. Wir haben diesen Computer ausdrücklich als den größten Computer aller Zeiten konstruiert und geben uns nicht mit einem zweitbesten zufrieden Diepfad, wandte er sich an den Computer. Bist du nicht so, wie wir dich konstruiert haben, der größte und mächtigste Computer aller Zeiten? Ich nannte mich den zweitgrößten, ließ Diepfad vernehmen. Und das bin ich auch. Wieder ging ein besorgter Blick zwischen den beiden Programmierern hin und her. Dann räusperte sich Lungville. Da muss ein Fehler vorliegen, sagte er. Bist du als Computer denn nicht größer als Milliard-Gagantuhirn auf Maxim Megalon, der in einer Millisekunde alle Atome eines Sterns zählen kann? Milliard-Gagantuhirn, sagte Diepfad mit aufrichtiger Verachtung. Der reinste Rechenschieber, nicht der Rede wert. Und bist du, sagte Lungville und lehnte sich ängstlich vor. Denn kein gewaltigerer Analytiker als Googleplex-Sterndenker in der siebten Galaxis aus Licht und Geist, der die Flugbahn jedes Staubteilchens während eines fünchwöchigen Sandsturms auf Dankrabatt Beta abrechnen kann? Ein fünchwöchiger Sandsturm? fragte Diepfad arrogant. Das fragst du mich, der ich die Vektoren aller Atome beim Urknall selber durchgerechnet habe? Fall mir nicht mit diesem Taschenrechner-Kram auf die Nerven. Die beiden Programmierer saßen einen Augenblick in unbehaglichem Schweigen dar. Dann lehnte sich Lungville wieder vor. Aber bist du, sagte er, denn kein ausgebuffterer Streithahn als der große hyperlobische allverwandte Neutronenzenker von Ciceronicus XII, der magische und unermüdliche? Der große hyperlobische allverwandte Neutronenzenker, sagte Diepfad und rollte eindrucksvoll die erst. Kann einem arturanischen Mega-Ese alle vier Beine wegdiskutieren, aber nur ich könnte ihn dann noch zu einem Spazierritt überreden. Also wo, fragte Vogt, liegt dann das Problem? Es gibt kein Problem, sagte Diepfad mit herrlich klingendem Tonfall. Ich bin halt nur der zweitgrößte Computer im Universum aus Zeit und Raum. Wieso denn der zweitgrößte? Wurte Lungville nach. Warum sagst du andauernd du wärst der zweitgrößte? Du denkst doch wohl hoffentlich nicht an den Multicorticoiden Logikotronen Titanmüller oder den Denkermatik oder den über das Schallpult des Computers blitzten verächtlich Lichter. Nicht eine einzige Denktroneneinheit verschwende ich auf diese kybernetischen Simpel, drohnte er. Ich spreche von keinem anderen als von dem Computer, der nach mir kommt. Vogt verlor die Geduld. Er schob sein Notizbuch beiseite und murmelte. Na, das klingt aber jetzt ganz unnötigerweise einem frommen Touch. Hier wüssten nichts von der Zeit, die kommen wird, verkündete Diepfad. Doch ich kann in meinen unzähligen Schaltkreisen die unendlichen Delta-Ströme künftiger Wahrscheinlichkeiten überblicken und sehen, dass eines Tages ein Computer kommen muss, dessen simpelste Funktionsparameter zu berechnen, ich nicht würdig bin, aber den zu entwerfen letztlich meine Bestimmung ist. Vogt seufzte schwer und sah zu Lungfel rüber. Können wir nicht endlich weitermachen und unsere Frage stellen? Lungfel gab ihm mit einem Zeichen zu verstehen, dass er noch warten soll. Was für ein Computer ist das, von dem du sprichst? fragte er. Ich will im Augenblick nicht weiter von ihm reden, sagte Diepfad. Fragt mich also, was ich euch sonst noch ausrechnen soll. Sprecht! Sie sahen sich beide achselzogend an. Vogt fasste sich als erster. Oh Computer, Diepfad, sagte er. Die Aufgabe, die wir uns für dich ausgedacht haben, ist die. Wir möchten, dass du uns, er machte eine Pause, die Antwort sagst. Die Antwort, fragte Diepfad, die Antwort worauf? Auf das Leben, drängte Vogt, auf das Universum, sagte Lungfel, auf alles, sagten beide im Chor. Diepfad dachte eine Weile schweigend nach. Knifflig, sagte er schließlich. Aber du schaffst es doch. Wieder eine bedeutungsvolle Pause. Ja, sagte Diepfad, das schaffe ich. Es gibt eine Antwort, fragte Vogt atemlos vor Aufregung. Eine einfache Antwort, setzte Lungfel nach. Ja, sagte Diepfad. Auf das Leben, das Universum, auf alles, da gibt es eine Antwort darauf. Aber, fügte er hinzu, ich muss darüber nachdenken. Ein plötzlicher Aufruhr zerstörte die Stimmung. Die Tür flog auf und zwei Männer, die die derben fahlblauen Rom und Gürtel der Universität Kruxwand trugen, stürmten wütend in das Zimmer und stießen die entnervten Lakaien beiseite, die ihnen den Weg zu versperren versuchten. Wir fordern Zutritt, schrie der Jüngste der beiden und traf eine hübsche junge Sekretäre mit dem Ellenbogen am Hals. Also bitte, schrie der Ältere, ihr könnt uns doch nicht aussperren. Er schubste einen Programmiergehilfen durch die Tür zurück ins Zimmer. Wir fordern, dass ihr uns nicht aussperrt, schnauzte der Jüngere, obwohl er mittlerweile längst im Zimmer stand und niemand mehr versucht, ihn aufzuhalten. Wer seid ihr eigentlich? fragte Lungfel, der wütend von seinem Stuhl aufsprang. Und was wollt ihr? Ich bin Magikweiß, verkündete der Ältere, und ich fordere, dass ich Frumpf von Dehl bin, schrie der Jüngere. Magikweiß drehte sich zu Frumpf von Dehl um. Das ist doch klar, erklärte ihm erregt. Das brauchst du doch nicht extra zu fordern. Okay, bellte Frumpf von Dehl und hämmerte auf einen der nähe stehenden Schreibtisch. Ich bin Frumpf von Dehl und das ist keine Forderung, das ist eine feststehende Tatsache. Was wir fordern, sind feststehende Tatsachen. Nein, das stimmt doch gar nicht, schrie Magikweiß ärgerlich. Genau das fordern wir ja nicht. Frumpf von Dehl nahm sich kaum Zeit, Atem zu holen und schrie, Wir fordern keine feststehenden Tatsachen. Was wir fordern, ist das totale Fehlen feststehender Tatsachen. Ich fordere also, dass ich Frumpf von Dehl bin oder auch nicht. Aber wer zum Teufel seid ihr eigentlich? schrie Vogt wütend. Wir, sagte Magikweiß, sind Philosophen. Oder vielleicht auch nicht, sagte Frumpf von Dehl und drohte den Programmierern mit dem Finger. Doch das sind wir, bestand Magikweiß. Wir stehen hier ausdrücklich als die Vertreter der Vereinigten Gewerkschaften der Philosophen, Weisen, Erleuchteten und anderen Berufsdenkern und fordern, dass diese Maschine abgeschaltet wird und zwar jetzt. Wo liegt denn das Problem? fragte Lungvill. Ich werde dir verklickern, wo das Problem liegt, Genosse, sagte Magikweiß. Abgrenzung, das ist das Problem. Wir fordern, kreischte Frumpf von Dehl, dass Abgrenzung das Problem ist oder vielleicht auch nicht. Ihr lasst die Maschinen einfach weiter die Rechenaufgaben erledigen, riet Magikweiß, und wir kümmern uns um die ewigen Wahrheiten, wenn es gefährlich ist. Ihr wollt wohl eure Rechtsposition verbessern, stimmt's, Genosse? Aber nach dem Gesetz ist die Suche nach der letzten Wahrheit ganz eindeutig das unveräußerliche Recht eurer Berufsdenker. Kommt da so eine verdammte Maschine daher und findet sie am Ende gar noch, da sind wir doch auf der Stelle den Job los, nicht? Ich meine, was haben wir dann davon, dass wir uns halbe Nächte mit der Frage um die Ohren schlagen, ob es nun einen Gott gibt oder nicht, wenn diese Maschine euch am nächsten Morgen einfach seine verdammte Telefonnummer ausspuckt? Das ist richtig, schrief Frumpf von Dehl, wir fordern, dass uns streng abgegrenzte Zweifels- und Unsicherheitsgebiete garantiert werden. Mit einmal dröhnte eine mächtige Stimme durch das Zimmer. Dürfte ich vielleicht an dieser Stelle eine Bemerkung einflechten, fragte Dieb fort. Wir werden streiken, schrief Frumpf von Dehl. Genau, stimmte ihm Magikweiß zu. Dann habt ihr einen landesweiten Philosophenstreik am Hals. Der Summton in dem Zimmer wurde plötzlich lauter, als mehrere zusätzliche Bassverstärker, die in die im ganzen Zimmer verteilten, dezent gestalteten und polierten Frank-Lautsprecher eingebaut waren, sich einschalteten, um Diebfortstümmer ein bisschen mehr Kraft zu verleihen. Ich wollte lediglich sagen, ranzelte der Computer, dass meine Schaltkreise jetzt unwiderruflich mit der Formulierung der Antwort auf die Letzte der Fragen nach dem Leben, dem Universum und allem, was beschäftigt sind. Er machte eine Pause und vergesisserte sich, dass ihm jetzt alle zuhörten, bevor er ruhig fortfuhr. Aber es wird ein bisschen dauern, ehe ich mit dem Programm durch bin. Vogt guckte etwas ungeduldig auf seine Uhr. Wie lange etwa? fragte er. Siebeneinhalb Millionen Jahre, sagte Diebfort. Lungville und Vogt vermieden es, sich anzusehen. Siebeneinhalb Millionen Jahre, schrien sie im Chor. Ja, tönte Diebfort. Ich sagte doch, ich muss darüber nachdenken, oder? Aber mir scheint, dass ein Programm wie dieses zwangsläufig ein enormes öffentliches Interesse an der ganzen Philosophie hervorrufen muss. Jedermann wird seine eigene Theorie darüber anstellen, mit welcher Antwort ich schließlich anrücken werde. Und wer könnte aus diesem Rummel wohl besser Kapital schlagen als ihr selbst? Solange ihr euch nur heftig genug gegenseitig in den Haaren liegt und in der Presse runtermacht, und solange ihr Nachbeter habt, die ein bisschen clever sind, habt ihr doch für eure Zukunft ausgesorgt. Na, wie hört sich das an? Die beiden Philosophen starrten ihn an. Verdammt nochmal, sagte Magik Weiß, das nenne ich wirklich Denken. Sag mal, Frum von Dill, warum kommen wir eigentlich nie auf sowas? Weiß nicht, sagte Frum von Dill in ehrfürchtigem Flüsterton. Vielleicht sind unsere Hirne zu hoch trainiert, Magik Weiß. Mit diesen Worten machten sie auf dem Absatz Kehrt, spazierten zur Tür hinaus und geradewegs in einen Lebensstil hinein, der ihre kühnsten Träume überstieg. Kapitel 26 Ja, sehr aufschlussreich, sagte Arthur, nachdem ihm Slati Bartfass die wichtigsten Einzelheiten dieser Geschichte erzählt hatte. Aber ich verstehe immer noch nicht, was das alles mit der Erde und den Mäusen und so weiter zu tun hat. Das ist ja nur die erste Hälfte der Geschichte, Erdling, sagte der alte Mann. Wenn du erfahren willst, was siebeneinhalb Millionen Jahre später am großen Tag der Antwort passierte, erlaube mir, dass ich dich in mein Atelier anlade. Dort kannst du dir die Ereignisse auf unserem Senso Tape Recorder selber anhören. Es sei denn, du möchtest rasch noch einen kleinen Bummel auf der neuen Erde machen. Tut mir leid, aber sie ist erst halb fertig. Wir haben es noch nicht einmal ganz geschafft, die künstlichen Dinosaurier-Skelette in die Erdkruste einzugraben. Und dann müssen wir noch das Tertiär und Quartier der Kenozuischen Periode aufschütten. Nein, vielen Dank, sagte Arthur. Es wäre ja doch nicht dasselbe. Nein, sagte Slati Bartfass. Das wäre es nicht, wendete das Luftauto und steuerte wieder auf die schwindelerregende Wand zu. Kapitel 27 In Slati Bartfass Atelier sah es aus wie Kraut und Rüben, so als wäre eine öffentliche Bibliothek in die Luft geflogen. Der alte Mann warf einen finsteren Blick auf das Tohuwabu, als sie in das Zimmer traten. Zu unserem großen Pech, sagte er, ist in einem der Lebenskonservierungscomputer eine Diode durchgebrannt. Als wir versuchten, unsere Putzkolonne wieder aufzuwecken, stellten wir fest, dass sie schon fast 30.000 Jahre tot war. Ich möchte bloß wissen, wer jetzt die Leichen wegräumen soll. Guck mal, warum setzt du dich nicht einfach da drüben hin und ich stöpsele dich ein? Er dirigierte Arthur zu einem Stuhl hinüber, der aussah, als wäre er aus dem Brustkorb eines Stegosaurias gemacht. Der ist aus dem Brustkorb eines Stegosaurias, erklärte ihm der Alter, während er herumkramte und unter schwankendem Papierstapeln und Bergen von Zeichengerät ein paar Stückchen Draht hervorfischte. »Hier«, sagte er, »halte mal«, und reichte Arthur zwei blanke Kabelenden. In dem Augenblick, als Arthur sie ergriff, flog ein Vogel mitten durch ihn hindurch. Er schwebte in der Luft und war sich selber total unsichtbar. Unter ihm lag ein hübscher, baumumstandener, öffentlicher Platz, um den herum, soweit das Auge reichte, großzügig und weiträumig angelegte weiße Betontauben standen, die jedoch ziemlich mitgenommen aussahen. Viele hatten Risse und Wasserflecken, heute aber schien die Sonne, eine frische Brise wirbelte behendet durch die Bäume und der merkwürdige Eindruck, dass alle Gebäude still vor sich hin summten, wurde wahrscheinlich dadurch hervorgerufen, dass der Platz und alle Straßen um ihn herum mit freudig erregten Leuten überschwemmt waren. Irgendwo spielte eine Kapelle, bunte Fahnen flatterten im Wind und es lag sowas wie Karnevalsstimmung in der Luft. Arthur kam sich so hoch über allem und nur noch aus seinem Namen bestehend furchtbar einsam vor. Aber bevor er Zeit hatte, darüber nachzudenken, ertönte eine Stimme über den Platz und bat alle um ihre Aufmerksamkeit. Ein Mann stand vor dem Gebäude, das den Platz deutlich beherrschte, auf einem bunt geschmückten Podium und sprach über eine Lautsprecheranlage zu der Menge. Liebe Freunde, dir hier im Schatten von Diebfort wartet, rief er. Ruhmreiche Nachfahren von Frumfondale und Magikweiß, den größten und wahrscheinlich bedeutendsten Gurus, die das Universum je hervorgebracht hat. Die Zeit des Wartens ist vorüber. Stürmische Hochrufe brachen aus der Menge hervor, Fahnen, Papierschlangen und begeisterte Pfiffe segelten durch die Luft. Die engen Straßen sahen fast wie auf dem Rücken gedrehte Tausendfüßler aus, die wie verrückt mit den Beinen in der Luft rumstrampelten. Siebeneinhalb Millionen Jahre hat unser Geschlecht auf diesen großen und hoffnungsvollen Augenblick der Enttüllung der Wahrheit gewartet, rief der Oberjubler. Den Tag der Antwort. Die hingerissene Menge brach in Hurras aus. Nie wieder, schrie der Mann, nie wieder werden wir morgens aufwachen und uns fragen, wer bin ich, was ist der Sinn meines Lebens, macht es kosmisch betrachtet wirklich was aus, wenn ich nicht aufstehe und arbeiten gehe. Denn heute werden wir endlich und ein für allemal die schlichte und einfache Antwort auf alle diese bohrenden kleinen Fragen des Lebens, des Universums und alles anderen erhalten. Während die Volksmenge nochmal in Jubel ausbrach, fühlte Afer wie er plötzlich im Gleisflug nach unten und auf eines der mächtigen Fenster am ersten Stock des Gebäudes gleich hinter dem Podium zuflog, auf dem der Redner stand und zu der Menge sprach. Einen Augenblick geriet er in leichte Panik, als er geradewegs auf das Fenster lossauste, aber das ging sofort vorbei, als er wenig später feststellte, dass er einfach so durch das Glas gesegelt war, ohne es auch nur zu berühren. Niemand in dem Raum machte eine Bemerkung über seine etwas extravagante Ankunft, aber das überrascht nicht weiter, denn er war ja gar nicht da. Allmählich wurde ihm klar, dass die ganze Schose bloß eine Filmprojektion war, die 70mm 6kanal Cinerama wie schlapp bis Super 8 wirken ließen. Das Zimmer sah genau so aus, wie Slati Bartfass es beschrieben hatte. In den 7,5 Millionen Jahren hatte man gut darauf aufgepasst und es regelmäßig ungefähr einmal alle 100 Jahre sauber gemacht. Der Ultramargoni-Schreibtisch war an den Kanten etwas abgeschabt, der Teppich inzwischen etwas ausgeblichen, aber das gewaltige Computer-Terminal saß noch an derselben Pracht und Herrlichkeit auf der lederbezogenen Schreibtischplatte, als wäre es gestern gebaut worden. Zwei schlicht gekleidete Männer saßen ehrfeuchtsvoll vor dem Terminal und warteten. Die Zeit ist gleich um, sagte der eine und Afer sah überrascht, dass sich plötzlich genau am Hals des Mannes aus dem Nichts ein Wort materialisierte. Das Wort lautete LUNKOAL. Es blinkte ein paar Mal und verschwand wieder. Ehe Afer begriff, um was es sich handelte, redete der andere Mann und das Wort FUG erschien an seinem Hals. Vor 75.000 Generationen brachten unsere Ahnen dieses Programm ins Rollen, sagte der Zweite, und nach dieser langen Zeit werden wir die Ersten sein, die den Computer widersprechen hören. Eine ehrfeuchtsgebietende Aussicht, FUG, stimmte der Erste zu, und Afer wurde mit einem Mal klar, dass er eine Vorstellung mit Untertiteln sah. Wir sind diejenigen, sagte FUG, denen er die Antwort geben wird auf die große Frage nach dem Leben. Dem Universum, sagte LUNKOAL und allem. Schhh, sagte LUNKOAL mit einer leichten Handbewegung. Ich glaube, die Fahrt wird gleich sprechen. Es folgte eine kurze, erwartungsvolle Stimme, als an der Vorderseite des Schaltpuls Armaturen langsam aufzuglühen begannen. Lämpchen gingen probeweise an und aus und bildeten schließlich ein nüchtern geschäftsmäßiges Muster. Ein sanftes, tiefes Summen war aus dem Mitteilungsfrequenzband zu vernehmen. Guten Morgen, sagte Diepfad endlich. Guten Morgen, oh Diepfad, sagte LUNKOAL ängstlich. Hast du, äh, das heißt... Eine Antwort für euch, unterbrach ihn Diepfad würdevoll. Ja, die habe ich. Die beiden Männer zitterten vor froher Erwartung. Ihr Warten war nicht vergeblich gewesen. Es gibt tatsächlich eine? hauchte es hoch. Es gibt tatsächlich eine, bestätigte Diepfad. Auf alles, auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und allem. Ja. Beide Männer waren auf diesen Augenblick gedreht worden. Ihr Leben war eine einzige Vorbereitung auf diesen Moment gewesen. Man hatte sie bereits bei ihrer Geburt als diejenigen ausgewählt, die der Antwort beiwohnen würden. Aber selbst sie wurden gewahr, dass sie jetzt nach Luft schnappten und rumhampelten wie aufgeregte Kinder. Und du bist bereit, sie uns zu geben, drängte LUNKOAL. Das bin ich. Jetzt? Jetzt, sagte Diepfad. Beide Männer leckten sich ihre trockenen Lippen. Allerdings glaube ich nicht, setzte Diepfad hinzu, dass sie euch gefallen wird. Das macht doch nichts, sagte Fuch. Wir müssen sie nur jetzt erfahren. Jetzt. Jetzt? fragte Diepfad. Ja, jetzt. Jetzt also schön, sagte der Computer und versank wieder ins Schweigen. Die beiden Männer zappelten nervös hin und her. Die Spannung war unerträglich. Sie wird euch bestimmt nicht gefallen, bemerkte Diepfad. Sag sie uns trotzdem. Na schön, sagte Diepfad. Die Antwort auf die große Frage. Ja. Nach dem Leben, dem Universum und allem, sagte Diepfad. Ja. Ja. Lautet, sagte Diepfad und machte eine Pause. Ja. Lautet. Ja. Zweiundvierzig, sagte Diepfad mit unsagbarer Erhabenheit und Ruhe. Kapitel 28 Es dauerte lange, lange, ehe wieder jemand sprach. Aus den Augenwinkeln sah Fuch unten auf dem Platz das Meer gespannter und hoffnungsvoller Gesichter. Jetzt werden sie uns wohl lünchen, was meinst du, flüsterte er. Es war eine sau schwere Aufgabe, sagte Diepfad mit sanfter Stimme. Zweiundvierzig, kreischte Lung-Kuai los. Ist das alles nach siebeneinhalb Millionen Jahren Denkarbeit? Ich hab's sehr gründlich nachgeprüft, sagte der Computer. Und das ist ganz bestimmt die Antwort. Das Problem ist, glaub ich, wenn ich mal ganz ehrlich zu euch sein darf, dass ihr selber wohl nie richtig gewusst habt, wie die Frage lautet. Aber es handelte sich doch um die große Frage, die letzte aller Fragen, nach dem Leben, dem Universum und allem, jammerte Lung-Kuai. Ja, sagte Diepfad in einem Ton, als er trüge er es mit Freuden, mit solchen Idioten zu reden. Aber wie lautet sie denn nun? Ein dumpfes, verblüfftes Schweigen kroch über die Männer weg, als sie erst den Computer anstarrten und dann sich... Naja, du, du, du... Naja, weißt du, es geht einfach um alles. Um alles eben. Schlug Furcht schüchtern vor. Genau, sagte Diepfad. Wenn ihr erstmal genau wisst, wie die Frage wirklich lautet, dann werdet ihr auch wissen, was die Antwort bedeutet. Oh Gott, grauenhaft, murmelte Furcht, päfferte sein Notizbuch in die Gegend und wischte sich eine winzige Träne aus dem Auge. Also schön, okay, okay, sagte Lung-Kuai. Kannst du uns dann bitte wenigstens die Frage sagen? Die letzte aller Fragen? Ja. Nach dem Leben, dem Universum und allem? Ja. Diepfad dachte einen Moment nach. Knifflig, sagte er. Aber du kannst sie uns doch sagen, schrie Lung-Kuai. Diepfad dachte wiederum lange darüber nach. Schließlich sagte er mit fester Stimme. Nein. Die beiden Männer sanken verzweifelt auf ihre Stühle. Aber ich werde euch sagen, wer das kann, sagte Diepfad. Wie auf ein Kommando sahen beide nach oben. Wer? Sag es uns! Arthur fühlte plötzlich, wie er sich langsam, aber unaufhaltsam auf das Schaltbull zubewegte und seine offenbar nicht existente Kopfhaut begann zu kribbeln. Aber es handelte sich lediglich um einen dramatischen Zoom des unbekannten Filmkünstlers, der die Aufnahmen gemacht hatte, stellte Arthur fest. Ich spreche von keinem anderen als von dem Computer, der nach mir kommt, verkündete Diepfad und seine Stimme nahm wieder ihren gewohnten Predigton an. Ein Computer, dessen simpelste Funktionsparameter zu berechnen ich nicht würdig bin. Und doch werde ich ihn euch entwerfen. Ein Computer, der die Frage nach der letzten aller Antworten berechnen kann. Ein Computer von so unendlicher und unerhörter Kompliziertheit, dass das organische Leben selbst einen Teil seiner Arbeitsmatrix bildet. Und ihr selbst werdet neue Gestalte annehmen und in den Computer steigen und sein 10 Millionen Jahre Programm steuern. Ja, ich werde euch diesen Computer entwerfen. Und ich werde ihn euch auch benennen. Und er soll heißen Die Erde. Hoch klotzte Diepfad an. Ein saublöder Name, sagte er. Und tiefe Schnitte erschienen an seinem ganzen Körper. Auch Lunkoal empfing plötzlich aus dem Nichts grauenhafte Schnittwunden. Das Computerterminal wurde fleckig und rissig. Die Wände bebten und krachten zusammen. Und das ganze Zimmer stürzte in seine eigene Decke. Slati Bartfass stand vor Arthur und hielt zwei Drähte in der Hand. Das Band ist zu Ende, erklärte er. Kapitel 29 Zerfot, aufwachen! Na komm schon, wache auf! Lass mich um Gottes Willen bloß noch an Sachen ran, von denen ich was verstehe, ja? Murmete Zerfot und drehte sich von der Stimme weg zum Weiterschlafen um. Willst du, dass ich dir einen Tritt gebe? Fragte Fort. Wäre dir das eine große Freude? Fragte Zerfot schlaftrunken. Nein, mir auch nicht. Also was soll's dann? Hör auf, mich zu quälen. Zerfot rollte sich wieder zu einer Kugel zusammen. Er hat die doppelte Dosis von dem Gas abgekriegt, sagte Trillian und sah zu ihm runter. Zwei Luftröhren? Und hört auf zu reden, sagte Zerfot. Es ist sowieso schon schwer, ein bisschen Schlaf zu finden. Was ist denn eigentlich mit dem Boden los? Er fühlt sich so kalt und hart an. Er ist aus Gold, sagte Fort. Mit einem erstaunlich ballettmäßigen Hüpfer war Zerfot auf den Beinen und inspizierte den Horizont, denn soweit erstreckte sich der goldene Boden in jeder Richtung. Vollkommen eben und massiv. Er leuchtete wie... Man kann unmöglich in Worte fassen, wie er leuchtete, weil nichts im ganzen Universum so leuchtete wie ein Planet, der durch und durch aus Gold ist. Wer hat denn das alles hier hingeschafft? Schrie Zerfot auf und bekam Stilaugen. Rät dich bloß nicht auf, sagte Fort. Das ist nur ein Katalog. Was? Ein was? Ein Katalog, sagte Trillian. Eine Fata Morgana. Wie könnt ihr bloß sowas behaupten, tobt es Zerfot, ließ sich auf Hände und Knie fallen und starrte den Boden an. Er piekste mit dem Finger hinein und schlug mit der Faust drauf. Er war sehr schwer und ein klein bisschen weich. Er konnte ihn mit seinen Fingernägeln ritzen. Er war sehr gelb und sehr blank und als er ihn behauchte, schlug sich sein Atem in dieser ganz besonderen und außergewöhnlichen Art und Weise darauf nieder, wie der sich nur auf massiven Gold niederschlägt. Trillian und ich, wir sind schon vor einer ganzen Weile wieder zu uns gekommen, sagte Fort. Wir schrien und riefen, bis jemand kam und dann schrien und riefen wir immer weiter, bis sie die Nase voll hatten und uns in ihrem Planetenkatalog steckten, damit wir was zu tun hätten, bis sie sich mit uns befassen könnten. Das alles hier ist bloß ein Sensotape. Zerfot starrte ihn enttäuscht an. Ach Mist, sagte er. Du weckst mich aus meinem wundervollen Traum. Bloß um mir den von jemand anderem zu zeigen? Er setzte sich gekränkt hin. Was sind denn das für Täler da drüben? Fragte er. Ein Prägestempel, sagte Fort. Wir haben ihn uns schon angesehen. Wir wollten dich nicht erwecken, sagte Trillian. Auf dem Planeten davor gingen einem die Fische bis zum Knie. Fische. Manchen Leuten gefallen halt die verrücktesten Dinge. Und davor der, sagte Fort, war ganz aus Platin. Bisschen langweilig, aber wir dachten uns, den hier wolltest du vielleicht sehen. Lichtfluten strahlten ihnen in gleißender Helle entgegen, wohin sie auch sahen. Sehr hübsch, sagte Zerfot gereizt. Am Himmel tauchte eine riesige grüne Katalognummer auf. Sie blinkte und veränderte sich und als sie sich wieder umsahen, hatte es auch das Land getan. Wie aus einem Munde entrang sich ihnen ein Huch. Das Meer war lila. Der Strand, auf dem sie lagen, bestand aus winzigen gelben und grünen Kieseln, wahrscheinlich wahnsinnig kostbaren Kieseln. Die Berge in der Ferne schienen elastisch zu sein und ihre roten Gipfel wogten sacht. Ganz an der Nähe stand ein Strandtischchen aus massiven Silber, daneben ein gekrauster, malvenfarbener Sonnenschirm mit silbernen Troddeln. Anstelle der Katalognummer erschien ein riesiges Schild am Himmel. Darauf stand, ganz gleich, welchen Geschmack sie haben, Makratea liefert es ihnen, wir kennen keinen Stolz. Und 500 splitterfasernackte Frauen kamen an Fallschirm vom Himmel herabgeschwebt. Im selben Augenblick verschwand alles wieder und sie saßen plötzlich mitten auf einer Frühlingswiese voller Kühe. Au, sagte Zafott, meine Gehirne! Möchtest du darüber reden? fragte Ford. Ja, klar, okay, sagte Zafott. Und alle drei setzten sich hin und beobachteten um sich herum die Szenen nicht mehr, die kamen und gingen. Ich vermute folgendes, sagte Zafott, ganz gleich, was mit meinem Verstand passiert ist. Ich habe es selber getan. Und ich habe es so getan, dass es von den Eignungstests der Regierung nicht herausgefunden werden konnte. Und ich selbst durfte auch nichts davon wissen. Ziemlich verrückt, was? Die beiden anderen nickten zustimmend. Jetzt überlege ich natürlich, was ist so geheim daran, dass ich niemandem erzählen darf, dass ich es weiß, der galaktischen Regierung nicht, ja nicht mal mir selber. Und die Antwort lautet, ich weiß es nicht, natürlich nicht. Aber ich kombiniere ein bisschen rum und komme auf ein paar Vermutungen. Wann beschloss ich mich, um die Präsidentschaft zu bewerben? Kurz nach dem Tod von Präsident Joden Franks. Erinnerst du dich noch an Joden, Ford? Na klar, sagte Ford. Dem Typen sind wir mal begegnet, da waren wir noch Kinder. Der aktoranische Kapitän, der war eine Wucht. Er schenkte uns Kastanien, als du seinen Megafrachter geändert hast. Er sagte, du wärst der verrückteste Junge, dem er je begegnet wäre. Warum geht's denn hier bitte? Fragte Trillian. Urhalte Geschichten, sagte Ford, als wir noch Kinder auf Betai Golze waren. Die aktoranischen Megafrachter transportierten die meisten Massengüter vom Zentrum der Galaktis in die Randgebiete. Die Betai Golzischen Handelsaufklärer spürten die Märkte auf und die aktoraner belieferten sie. Es gab jede Menge Ärger mit Raumpiraten, bevor sie in den Dordillischen Kriegen vernichtet wurden. Und die Megafrachter mussten mit dem fantastischsten Verteidigungswaffen ausgerüstet werden, die die galaktische Wissenschaft kannte. Diese Raumschiffe waren richtige Ungeheuer und riesig. Wenn sie einen Planeten umkreisten, verdunkelten sie die Sonne. Eines Tages beschließt der Kleine sofort eins zu überfallen. Auf einem Trijet-Roller, auf dem man bloß in der Stratosphäre ein bisschen rumrollen konnte, reiner Kinderkram. Ich meine, vergiss es, es war verrückter als eine verrückte Herde Appen. Ich machte die Sause mit, weil ich eine sichere Wette darüber abgeschlossen hatte, dass er es nicht schafft und nicht wollte, dass er mit irgendwelchen falschen Beweisen wiederkommt. Also gut, was passiert? Wir steigen in diesem Ski-Jet, den er zu was völlig anderem aufgepeppt hatte, legten drei Parsec innerhalb weniger Wochen zurück, enterten einen Megafrachter und ich weiß heute noch nicht, wie marschierten auf die Brücke, fuchteten mit Spielzeugpistolen rum und verlangten Kastanien. Eine verrücktere Sache habe ich meinen Lebtag nicht erlebt. Hab das Taschengeld eines ganzen Jahres dabei verloren. Für was? Kastanien. Der Kapitän Joden Franks war so ein richtig toller Kerl, sagt es sofort. Er gab uns zu essen und zu saufen, Zeugs aus wirklich seltsamen Gegenden der Galaxis, natürlich auch Massen von Kastanien und wir verlebten einfach eine unglaublich schöne Zeit. Dann teleportierte er uns zurück in den Hochsicherheitstrakt des Betagolzischen Staatsgefängnisses. Es war ein cooler Typ, schließlich wurde er Präsident der Galaxis. Zerfot unterbrach sich. Die Szenen um sie herum war im Augenblick in Düsternis getaucht. Dunkle Nebelschleier umkreisten sie und riesenhafte Gestalten lauerten undeutlich in den Schatten. Hin und wieder gelten die Schreie irgendwelcher imaginärer Wesen durch die Luft, die andere imaginäre Wesen umbrachten. Offenbar hatten genügend Leute solche Sachen gemocht, dass es sich lohnte, ein Geschäft daraus zu machen. Offenbar sagte Zerfot leise, ja. Kurz vor seinem Tod kam Joden mich besuchen. Was, hast du mir nie erzählt? Nein. Was sagte er? Was wollte er von dir? Er erzählte mir von der Herz aus Gold. Es war seine Idee, dass ich sie stehen sollte. Seine Idee? Ja, sagte Zerfot. Die einzige Möglichkeit, das zu tun, war am feierlichen Stapelauf teilzunehmen. Offenbar starrte ihn einen Augenblick verblüfft an. Dann brach er ein scheinendes Gelächter aus. Willst du damit etwas sagen, lachte er, dass du nur deshalb Präsident der Galaxis werden wolltest, um dieses Raumschiff zu klauen? So ist es, sagte Zerfot mit einem Grinsen, für das man die meisten Leute in die Gummizelle stecken würde. Aber wieso denn? Fragte Ford. Warum ist es denn so wichtig, es zu besitzen? Keine Ahnung, sagte Zerfot. Ich glaube, wenn ich wirklich gewusst hätte, was so wichtig an ihm ist und wozu ich es gebrauchen würde, dann wäre das bei dem Gehirn-Eignungstest rausgekommen. Und ich hätte nie bestanden. Ich glaube, Joden hat mir eine Menge Dinge erzählt, die mir noch immer verborgen sind. Du meinst also, weil Joden mit dir geredet hat, fängst du jetzt an, in deinem Gehirn rumzustöbern? Er war ein irrsinnig guter Redner. Ja, okay, aber Zerfot, alter Junge, du musst ein bisschen auf dich aufpassen, verstehst du? Zerfot zuckte die Achseln. Ich meine, schwarnt hier nicht irgendwas, wo der Grund für all das liegen könnte? Fragte Ford. Zerfot dachte angestrengt darüber nach und es schienen ihm Zweifel zu kommen. Nein, sagte er schließlich. Es hat den Anschein, als ließ ich mich selbst nicht in meine Karten gucken. Trotzdem, setzte er nach kurzem Nachdenken hinzu, kann ich das verstehen? Ich würde mir selber nicht weiter trauen, als eine Ratte spucken kann. Einen Augenblick darauf löste sich der letzte Planet aus dem Katalogangebot unter ihnen auf und der reale Welt nahm wieder Gestalt an. Sie saßen in einem foldalen Wartezimmer, das mit Glastischen und Preisplaketten für künstlerische Formgebung vollgestopft war. Ein hochgewachsener Makratianer stand vor ihm. Die Mäuse möchten euch jetzt sprechen, sagte er. Kapitel 30 So, nun weißt du Bescheid, sagte Slati Bartfass, während er den kraftlosen und mechanischen Versuch unternahm, ein bisschen von dem fürchterlichen Durcheinander in seinem Atelier wegzuräumen. Er nahm von einem Stapel ein Blatt Papier, aber dann hatte er keine Idee, wo er es sonst hinlegen könnte. Also legte er es wieder auf den Stapel zurück, der prompt umkippte. Die Pfort hat die Erde entworfen. Wir haben sie gebaut und du hast auf ihr gelebt. Und die Vogonen kamen und zerstörten sie, fünf Minuten bevor das Programm abgewickelt war, fügte Afer nicht ohne Bitterkeit hinzu. Ja, sagte der alte Mann, machte eine Pause und blickte sich verzagt im Zimmer um. Zehn Millionen Jahre Planung und Arbeit, einfach per Du. Zehn Millionen Jahre, Erdling, kannst du dir so viel Zeit überhaupt vorstellen? Eine galaktische Zivilisation könnte sich in dieser Zeit fünfmal hintereinander vom Wurm bis zur Unwahrscheinlichkeitstheorie entwickeln. Einfach futsch. Wieder machte er eine Pause. Naja, für dich sind das ja alles böhmische Dörfer, setzte er hinzu. Ach, wissen Sie, sagte Afer nachdenklich, all das erklärt mir vieles. Mein ganzes Leben hatte ich das komische, unerklärliche Gefühl, irgendwas ginge vor in der Welt. Irgendwas Gewaltiges, vielleicht sogar Böses und niemand könnte mir sagen, was das sei. Nein, sagte der alte. Das ist nur eine ganz normale Paranoia. Die hat jeder im Universum. Jeder, fragte Afer. Na, wenn das jeder hat, vielleicht bedeutet das irgendwas. Vielleicht das irgendwo außerhalb des Universums. Vielleicht, wen kümmert's, sagte Slati Bartfass, ehe Afer noch weiter in Fahrt kommen konnte. Vielleicht bin ich allzu alt und zu müde, fuhr er fort. Aber ich glaube halt, dass die Chancen herauszufinden, was wirklich vor sich geht, so lächerlich klein sind, dass man sich bloß sagen kann, schlag sie aus dem Sinn und sieh zu, dass du was Nützliches tust. Sieh dir mich an, ich entwerfe Küsten. Für Norwegen habe ich einen Preis gekriegt. Er kramte in einem Stapel alter Sachen rum und zog schließlich einen großen Block aus Plexiglas hervor, in den sein Name und eine Karte von Norwegen eingraviert waren. Was für einen Sinn hat das alles, sagte er. Ich habe keinen entdecken können. Mein ganzes Leben habe ich für Irde gemacht. Kurze Zeit wurden sie Mode und man kriegte einen bedeutenden Preis dafür. Achsel zuckend drehte er das Ding in seinen Händen herum. Dann warf er es achtlos beiseite, aber nicht so achtlos, dass es nicht auf was Weichen gelandet wäre. An diese Ersatzerde, die wir gerade bauen, haben sie mir Afrika übertragen. Und natürlich mache ich es jetzt mit lauter Fürorden, weil ich sie nun mal mag und so altmodisch bin, dass ich meine, sie verleihen einem Kontinent was herrlich Barockes. Aber man sagt mir, sie sind nicht äquatorial genug. Äquatorial! Er lachte dumpf auf. Aber was macht's? Die Wissenschaft hat natürlich ein paar erstaunliche Dinge verbracht, aber ich bin doch lieber jeden Tag glücklicher als so recht. Und sind sie es denn? Nein, da liegt ja der Hund begraben. Schade, sagte Afa voller Anteilnahme. Es klang irgendwie nach einem guten Lebensstil. Irgendwo in der Wand blinkte eine kleine weiße Lampe auf. Komm, sagte Slati Bartfass. Die Mäuse erwarten dich. Deine Ankunft hier auf dem Planeten hat ziemlich viel Wirbel gemacht. Wie ich höre, wurde sie bereits das drittunwahrscheinlichste Ereignis in der Geschichte des Universums genannt. Was waren denn die anderen beiden? Ach, wahrscheinlich bloß Zufälle, sagte Slati Bartfass gleichgültig. Er öffnete die Tür und wartete, dass Afa ihm folgte. Afa blickte sich noch einmal um, sah an sich runter auf seine verschwitzten und zerknitterten Sachen, in denen er Donnerstagmorgen am Matsch gelegen hatte. Mit meinem Lebensstil scheine ich ja wirklich enorme Schwierigkeiten zu haben, murmelte er. Wie bitte? fragte der alte Mann sanft. Ach nicht, sagte Afa, war bloß ein Witz. Kapitel 31 Es ist natürlich allgemein bekannt, dass unüberlegtes Reden tödlich sein kann. Aber das volle Ausmaß dieses Problems wird nicht immer erkannt. Als Afa zum Beispiel, mit meinem Lebensstil scheine ich ja wirklich enorme Schwierigkeiten zu haben, sagte, öffnete sich genau im selben Augenblick ein Wurmloch im Gefüge des Raumzeitkontinuums und trug diese Worte weit, weit zurück durch die Zeit und durch fast unendliche Räume zu einer fernen Galaxis, in der sich sonderbare kriegerische Wesen kurz vor einer grauenhaften interstellaren Schlacht gegenüberstanden. Die beiden gegnerischen Anführer kamen ein letztes Mal zusammen. Eine fürchterliche Stille, denkt er sich über den Konferenztisch, als der Befehlshaber der Flurks prächtig anzuschauen in seine mit schwarzen Edelsteinen besetzten Kampfschorts und dem Anführer der Gugdwunst fest ins Augen sah, der ihm gegenüber in einer grünen, süß duftenden Wolke hockte. Und mit der Macht von einer Million rasanter, grausam Waffenstarrender Kampfraumschiffe hinter sich, die nur darauf warteten, auf ein einziges Kommandowort elektrischen Tod zu säen, forderte er diese niederträchtige Kreatur auf, augenblicklich zurückzunehmen, was er über seine Mutter gesagt hatte. Diese Kreatur regelte sich in ihrem widerlichen, dampfenden Broden und genau in diesem Augenblick schwebten die Worte mit meinem Lebensstil, scheine ich ja wirklich enorme Schwierigkeiten zu haben, über den Konferenztisch. Unglücklicherweise war das in der Flurksprache die entsetzlichste Beleidigung, die man sich vorstellen kann. Und darauf gab es als Antwort den fürchterlichsten jahrhundertelangen Krieg. Als sie im Verlauf von mehreren tausend Jahren ihre Galaxis so ziemlich dezimiert hatten, kamen sie natürlich schließlich dahinter, dass das Ganze ein grässliches Versehen war. Die gegnerischen Kampfflotten legten ihre wenigen noch verbliebenen Differenzen bei und formierten sich zu einem gemeinsamen Angriff auf unsere Galaxis, die nun eindeutig als die Quelle der beleidigenden Bemerkung feststand. Tausende von weiteren Jahren zogen die mächtigen Raumschiffe durch die leeren Einöden des Alls und senkten schließlich kreischend auf den erstbesten Planeten herunter, der zufällig die Erde war, wo die gesamte Kampfflotte aufgrund einer schrecklichen Fehlberechnung der wirklichen Größenverhältnisse per Zufall von einem kleinen Hündchen verschluckt wurde. Diejenigen, die sich mit den komplizierten Wechselwirkungen zwischen Ursache und Wirkung in der Geschichte des Universums befassen, sagen, dass sich solche Dinge ständig ereignen, dass sie aber machtlos dagegen seien. So ist halt das Leben, sagen sie. In einer kurzen Fahrt trug das Luftauto Afer und den alten Makratianer vor ein Portal. Sie stiegen aus und betraten ein Wartezimmer, das mit Glastischen und Plexiglas-Diplomen vollgestopft war. Fast augenblicklich leuchtete über der Tür an der anderen Seite des Zimmers eine Lampe auf und sie traten ein. Afer, du bist gerettet, rief eine Stimme. Ach, wirklich, sagte Afer, ziemlich verblüfft. Na prima. Das Licht war recht gedämpft und es dauerte ein paar Augenblicke, bis er fort, Trillian und Zafott erkannte, die um einen großen Tisch saßen, der mit exotischen Gerichten, fremdartigem Zuckerwerk und bizarren Früchten wunderschön gedeckt war. Sie futterten wie Scheunendrescher. Was war denn mit euch? fragte Afer. Ach, sagte Zafott und machte sich über ein knochiges Stück gegrilltes Fleisch her. Unsere Gastgeber hier haben uns nur ein bisschen mit Gas betäubt und um den Verstand gebracht und sich überhaupt sehr eigenartig benommen und uns jetzt zur Versöhnung zu dieser fabelhaften Völlerei eingeladen. Hier, sagte er und zog einen übel riechenden Brocken Fleisch aus einer Schüssel. Probier doch mal, Nashornrippchen à la Vega. Köstlich, wenn man sowas zufällig mag. Gastgeber? fragte Afer. Was denn für Gastgeber? Ich sehe überhaupt keine. Eine piepsige Stimme sagte. Willkommen und guten Appetit, Erdling! Afer guckte sich um und schrie plötzlich auf. Huch! rief er. Da sitzen ja Mäuse auf dem Tisch! Es trat ein verlegenes Schweigen ein und alle sahen Afer missbelegend an. Er konnte seinem Blick nichts von den zwei weißen Mäusen losreißen, die in sowas ähnlichem wie Whiskygläsern saßen, die auf dem Tisch standen. Er bemerkte die Stille und starrte alle verwundert der Reihe nach an. Oh, sagte er und ihm ging plötzlich ein Licht auf. Entschuldigung, ich war einfach nicht darauf gefasst, dass... Darf ich vorstellen? sagte Trillian. Afer, Das ist Benji-Maus. Hi! sagte die eine von den beiden Mäusen. Ihre Schnurrbarthaare strichen im Inneren ihres Whiskyglasähnlichen Gefährts auf sowas wie einer Sensortaste entlang und das Ding bewegte sich ein Stückchen auf ihn zu. Und das hier ist Frankie-Maus. Die andere Maus sagte, Sehr angenehm! und machte dasselbe wie die erste. Afer staunte. Aber sind das nicht? Ja, sagte Trillian. Das sind Mäuse, die ich von der Erde mitgebracht habe. Sie sah ihn fest in die Augen und Afer meinte, er hätte die Andeutung eines resignierten Achselzuckens bemerkt. Würdest du mir mal eben die Schüssel mit dem arktoranischen Megaeselspüree reichen? sagte sie. Slaty Bartfass hüsterte höflich. Äh, pardon, sagte er. Ja, vielen Dank, Slaty Bartfass, sagte Benji Maus scharf. Du kannst jetzt gehen. Was? Oh, ja, natürlich, sagte der alte Mann leicht verblüfft. Ich gehe dann also und entwerfe noch ein paar Fjorde. Ach, das wird wohl nicht mehr nötig sein, sagte Frankie Maus. Es sieht fast so aus, als brauchten wir die neue Erde nun doch nicht mehr. Er rollte seine kleinen rosa Augen. Jetzt, wo wir einen Bewohner dieses Planeten gefunden haben, der nach Sekunden vor seiner Zerstörung dort war. Was? rief Slaty Bartfass erschrocken aus. Das kann doch nicht der Ernst sein. Ich habe tausend Gletscherfertig, die bloß darauf warten, sich über Afrika hinweg zu wälzen. Na, vielleicht machst du da schnell noch einen kleinen Skiurlaub, ehe du sie wieder auseinander nimmst, sagte Frankie bissig. Skiurlaub, rief der alte Mann. Diese Gletscher sind Kunstwerke, elegant modellierte Konturen, Heereisgipfel, tiefen majestätischen Schluchten. Es wäre eine Gotteslästerung, auf so einer Kunstski zu laufen. Danke, Slaty Bartfass, sagte Benji bestimmt. Das wäre alles. Ja, Sir, sagte der alte Kühl. Vielen Dank. Tja, also, auf Wiedersehen, Erdling, sagte er zu Afa. Ich hoffe, du schaffst es noch mit deinem Lebensstil. Er nickte der übrigen Gesellschaft kurz zu, drehte sich um und ging aus dem Zimmer. Afa starrte ihn nach und wusste nicht, was er sagen sollte. Nun kommen wir, sagte Benji Maus, auf das Geschäft. Fort und Zerfot stießen mit ihren Gläsern an. Auf das Geschäft, sagten sie. Wie bitte? fragte Benji Maus. Fort blickte sich um. Pardon, ich dachte, sie bringen einen Toast aus, sagte er. Die beiden Mäuse trippelten ungeduldig in ihren gläsernen Fahrzeugen rum. Endlich beruhigten sie sich wieder und Benji kam auf Afa zugefahren. Also, Erdenwesen, wandte er sich an ihn. Es sieht folgendermaßen aus. Wir haben, wie du weißt, den Planeten die letzten zehn Millionen Jahre mehr oder weniger regiert, um hinter diese verdammte Sache mit der letzten Frage zu kommen. Warum? fragte Afa scharf. Nein, an die haben wir auch schon gedacht, sagte Frankie, wie der Benji ins Wort fiel. Aber die passt nicht zur Antwort. Warum? 42. Du siehst, es haut nicht hin. Nein, sagte Afa. Ich wollte sagen, warum haben sie das alles gemacht? Ach, jetzt verstehe ich, sagte Frankie. Tja, um ganz ehrlich zu sein, letztlich wohl einfach aus Gewohnheit. Und das ist mehr oder weniger der Kern der Sache. Uns hängt die ganze Geschichte meterlang zum Hals raus und die Aussicht, nur wegen dieser total von der Mufe gepufften Vorgon nochmal ganz von vorn beginnen zu müssen, jagt mich, offen gesagt, die Wände hoch. Verstehst du, was ich meine? Es war das reinste Glück, dass Benji und ich mit unserem Spezialauftrag schon fertig waren und den Planeten schon etwas eher zu einem kleinen Urlaub verlassen hatten. Seitdem haben wir uns durch die gütige Vermittlung seiner Freunde hierher nach Makatea zurückgetrickst. Makatea ist ein Zugang zurück in unsere Dimension, warf Benji ein. Inzwischen, fuhr sein mausiger Kollege fort, sind uns als ganz dicke Fische die Talkshow und eine Vortragsreihe im 5D-Fernsehen in unserer Heimatdimension angeboten worden und wir haben große Lust, da einzusteigen. Tätig. Auch was, Furt? quatschte Zerfurt dazwischen. Klar, sagte Furt. Sofort und auf der Stelle. Arthur sah die beiden an und fragte sich, wohin das alles noch führen sollte. Aber wir brauchen natürlich ein Ergebnis, verstehst du? sagte Frankie. Ich meine, im Grunde benötigen wir halt immer noch die letzte Frage in der einen oder anderen Form. Zerfurt beugte sich zu Arthur vor. Verstehst du, sagte er, wenn sie da nun im Studio sitzen, ganz entspannt aus der Wäsche gucken und, nicht wahr, ganz beiläufig erwähnen, dass sie zufällig die Antwort auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und allem haben und dann schließlich zugeben müssen, dass sie 42 lautet, dann dürfte die Show ziemlich schnell vorbei sein. Keine Fortsetzung, verstehst du? Wir müssen etwas haben, was gut klingt, sagte Benji. Etwas, was gut klingt, rief Arthur. Eine letzte Frage, die gut klingt, wenn sie von ein paar Mäusen hingestellt wird. Die Mäuse schnappten hörbar ein. Also ich meine, Idealismus, schön und gut, die Wörter von Forschung und Wissenschaft, schön und gut, die Suche nach einer Wahrheit in jeglicher Gestalt, schön und gut, aber irgendwann, tut mir leid, kommt man allmählich zu der Erbezeugung, dass die reine Wahrheit, wenn es überhaupt eine gibt, so lautet, die ganze vierdimensionale Unendlichkeit des Universums wird aller Wahrscheinlichkeit von einem Rudel irre regiert. Und wenn man sich überlegt, was ist besser, nochmal 10 Millionen Jahre damit zuzubringen, das rauszukriegen oder sich einfach das Geld schnappen und abhauen, dann wäre für mich zum Beispiel alles klar, sagte Frankie. Aber fing Arthur bekümmert an. Man, kapier doch endlich, Erdling, fuhr sofort dazwischen. Du bist ein Produkt der letzten Generation der Computermatrix, stimmt's? Und du warst bis zu dem Augenblick dort, als dein Planet Saures kriegte, nicht? Also war dein Gehirn ein organischer Bestandteil des vorletzten Stadiums des Computerprogramms, sagte Ford, für alle verständlich, wie er meinte. Stimmt's? fragte Zaford. Naja, sagte Arthur zögernd, er hatte sich eigentlich nie als organischer Bestandteil von irgendwas gefühlt. Das war ja auch immer eines seiner Probleme. Mit anderen Worten, sagte Benji und steuerte mit seinem merkwürdigen kleinen Fahrzeug auf Arthur zu, es besteht die wohlbegründete Aussicht, dass die Struktur des ganzen Rätsels in die Struktur deines Gehirns hineinschiffriert worden ist. Deswegen wollen wir es dir abkaufen. Was? Das Geheimnis? fragte Arthur. Ja, sagten Ford und Trillian. Für eine Riesensumme. Aber nicht doch, sagte Frankie. Das Gehirn wollen wir dir abkaufen. Was? Wer würde es schon vermissen? Länzte Benji hinzu. Ich dachte, ihr hättet gesagt, ihr könntet ein Hirn elektronisch lesen, protestierte Ford. Ja, schon, sagte Frankie. Aber dazu müssen wir es erst rausholen, man muss es präparieren und behandeln, sagte Benji. Und in Scheiben schneiden. Nein, vielen Dank, rief Arthur, kippte seinen Stuhl um und wich entsetzt vom Tisch zurück. Man könnte es jederzeit ersetzen, sagte Benji eindenken. Falls du es für so wichtig hältst, ja, durch ein Elektronengehirn, sagte Frankie. Ein ganz simples würde ja genügen. Ein ganz simples, beschwerte sich Arthur. Na klar, sagte Zerfolt, dann setzt plötzlich ein ganz übles Grinsen auf. Man braucht es nur mit was und verstehe ich nicht und wo gibt's ja Tee zu programmieren. Niemand würde den Unterschied bemerken. Was? schrie Arthur und wich noch weiter zurück. Versteht ihr, was ich meine, sagte Zerfolt und heute im gleichen Moment wegen irgendwas, das Trillian mit ihm gemacht hatte, verschmerzt auf. Ich würde aber den Unterschied merken, sagte Arthur. Nein, das würdest du nicht, sagte Frankie Maus. Man würde sich entsprechend programmieren. Ford nahm Kurs auf die Tür. Na denn, tut mir leid, geliebte Mäusefreunde, sagte er. Ich glaube, so kommen wir nicht ins Geschäft. Ich glaube eher, wir kommen so oder so ins Geschäft, sagten die Mäuse im Chor und aller Scham wich im selben Augenblick aus ihrer piepsigen kleinen Stimme. Mit einem kaum hörbaren, jaulenden Kreischen erhoben sich ihre gläsernen im Vehikel vom Tisch und schwebten durch die Luft auf Arthur zu, der weiter nach hinten in eine etwas unübersichtliche Ecke stolperte, absolut außerstande, etwas zu unternehmen oder an etwas zu denken. Trillian packte ihn verzweifelter am Arm und zerrte ihn in Richtung Tür, die fort und sofort mit allen Kräften zu öffnen versuchten, aber Arthur war nicht von der Stelle zu bringen. Er war wie hypnotisiert von den Air Force-Nagern, die auf ihn losstürzten. Sie schrie ihn an, aber er glotzte bloß wie gebannt. Mit einem letzten Ruck bekam Ford und sofort die Tür auf. Draußen stand eine kleine Rotte ziemlich hässlicher Leute, die, so konnten sie bloß vermuten, der unterste Pöbel von Makratea war. Nicht nur sie waren hässlich, auch die medizinischen Geräte, die sie bei sich hatten, waren alles andere als schön. Sie griffen an. So standen also die Aktien. Arthur war drauf und dran, den Kopf ausgemeistert zu kriegen, Trillian war außerstand, ihnen zu helfen und überfordert und sofort wie jeden Augenblick ein Trograudys her, die viel stärker und besser bewaffnet waren als sie. Alles in allem war es also ein ungeheurer Glücksweil, dass genau in dem Augenblick alle Sirenen des Planeten ohrenbetäubend zu heulen anfingen. Kapitel 32 Achtung, Achtung, schmetterten die Alarmlautsprecher überall im Makratea. Feindliches Raumschiff auf unserem Planeten gelandet, bewaffnete Einträglinge in Sektor 8a, Verteidigungspositionen einnehmen, Verteidigungspositionen einnehmen. Die beiden Mäuse schnupperten irritiert an den Scherben ihrer gläsernen Luftschiffe, die auf dem Boden lagen. Verdammt, murmerte Frankie Maus, dieser ganze Trouble bloß wegen Zweifel und Erdlingshörn. Er trippelte hin und her, seine rosa Euglein blitzten und sein feines weißes Fell sträubte sich elektrisiert. Das einzige, was wir jetzt noch machen können, sagte Benji, der da hockte und gedankenverloren an seinen Schnurrbartans wirbelte. Das ist eine Frage, aus dem Zylinder zu zaubern, die plausibel klingt. Schwierig, sagte Frankie. Er dachte nach. Wie wäre es mit Was ist gelb und sehr gefährlich? Benji grübelte einen Augenblick darüber nach. Nein, die ist nicht gut, sagte er. Passt nicht zur Antwort. Ein paar Sekunden versanken sie wieder ins Schweigen. Okay, sagte Benji. Wie viele sechs mal sieben? Nein, nein, das ist zu billig, zu konkret, sagte Frankie. Das würde die Wecken abschnappen lassen. Wieder dachten sie nach. Dann sagte Frankie, Was hältst du davon? Wie viele Straßen muss der Mensch entlang spazieren? Aha, sagte Benji. Ah ja, das hört sich recht vielversprechend an. Er ließ sich den Satz ein paar Mal auf der Zunge zergehen. Ja, sagte er schließlich. Ganz ausgezeichnet. Hört sich sehr bedeutend an, ohne dass es uns an irgendeine bestimmte Bedeutung bindet. Wie viele Straßen muss der Mensch entlang spazieren? 42. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Damit legen wir sie aufs Kreuz. Frankie, Baby, wir sind gemachte Leute. Sie verführten einen wilden Freudentanz. Neben ihnen lagen mehrere ziemlich hässliche Leute am Boden, die mit ein paar schweren Preisplaketten für künstlerische Formengebung eins auf die Nase bekommen hatten. Eine halbe Meile entfernt stampften vier Gestalten einen Korridor entlang und suchten einen Ausgang. Sie landeten in einer weiten, lichten Computerhalle. Gehetzt sahen sie sich um. Wo geht's lang? Was meinst du sofort? sagte Ford. So auf die Schnelle würde ich sagen, hier lang, sagte Zerford, der nach rechts rannte zwischen einem Computer und der Wand lang. Als die anderen hinter ihm her wollten, brachte ihn ein Energiestrahl aus einer Killsep, der Zentimeter vor ihm durch die Luft krachte und ein kleines Stück aus der Wand heraus hängte, urplötzlich zum Stehen. Eine Megafonstimme schrie, Okay, Beblebrox, kein Schritt weiter, du sitzt in der Falle. Bullen, zischte Zerford und machte gebückt kehrt. Kannst du nicht mal schnell sagen, wo es lang geht, Ford? Okay, hier lang, sagte Ford und die vier rannten in einem Gang zwischen zwei Computerreihen weiter. Am Ende des Ganges tauchte eine schwerbewaffnete Gestalt im Raumanzug auf, die mit einer von diesen bösartigen Killosep-Pistolen rumfuchtete. Wir haben keine Lust, dich zu erschießen, Beblebrox, brüllte die Gestalt. Hör ich gerne, hör ich gerne, brüllte er sofort zurück und tauchte in eine breite Lücke zwischen zwei Datenspeichern. Die anderen hechteten hinter ihm her. Sie sind zu zweit, sagte Trillian, wir sitzen in der Tinte. Sie quetschten sich zwischen einer riesigen Computerdatenbank und der Wand in die Ecke. Sie warteten mit angehaltenem Atem. Plötzlich zerfetzten Energiestrahlenbünde die Luft, als beide Polizisten gleichzeitig das Feuer auf sie eröffneten. Da hast du's. Sie schießen doch auf uns, sagte Afer, der sich zu einer kleinen Kugel zusammengekauert hatte. Ich dachte, sie hätten gesagt, das wollten sie nicht tun. Ja, ich meine auch, das hätten sie gesagt, stimmte Ford zu. Zerfotz streckte einen gefährlichen Moment lang einen seiner Köpfe hoch. Hey, sagte er. Ich dachte, ihr hättet gesagt, ihr wolltet uns nicht erschießen. Er duckte sich sofort wieder. Sie warteten. Nach einer Weile antwortete eine Stimme. Man hat's nicht leicht, das Polizist. Was hat er gesagt? flüsterte Ford verwundert. Er hat gesagt, er hättet's nicht leicht als Polizist. Das ist doch wohl sein Problem, oder? Möchte ich eigentlich auch sagen. Fordbröte los. Hey, hört mal zu. Glaubt, wir haben schon selber genug Probleme, wenn ihr auf uns schießt. Aber wenn ihr es unterlassen könntet, uns auch noch eure Probleme aufzuheißen, kämen wir, glaube ich, alle leichter miteinander aus. Wieder eine Pause. Dann von neuem das Megafon. Nun hören wir mal gut zu, Herzchen, sagte die Megafonstimme. Du hast es hier nicht mit irgendwelchen dämlichen schießwütigen Idioten mit dem Husch unter dem Pony und kleinen Schweinsaugen und einem Wortschatz von drei Wörtern zu tun. Wir sind ein paar intelligente, aufgeschlossene Jungs, die euch wahrscheinlich gefallen würden, wenn wir euch mal privat über den Weg liefen. Ich flitze dann nicht einfach in der Gegend rum und schieße ohne Grund auf Leute, um mich damit in irgendwelchen miesen Raumpatrouillen Kneipen dicke zu tun. Ich flitze in der Gegend rum und schieße ohne Grund auf Leute, um mich hinterher stundenlang bei meiner Freundin darüber auszuheulen. Und ich, Dichter Romane, fiel ihm der andere Polizist ins Wort. Wenn auch noch keiner erschienen ist, ich warne euch also, ich bin mies gelaunt. Fortwähren beinahe die Augen aus dem Kopf gefallen. Wer sind denn bitte diese Kerle, fragte er. Keine Ahnung, sagte Zerfort. Ich glaube, mir ist es lieber, wenn sie schießen. Also ergebt ihr euch freiwillig, schrie wieder einer von den beiden Bullen. Oder wollt ihr, dass wir euch da raussprengen? Was wär dir denn lieber, schrie Fort zurück. Eine Millisekunde später fing die Luft um sie rum wieder zu braten an, als aus dem Kilo selbst eine Strahlengabe nach der anderen in den Computerspeicher vor ihnen zischte. Der Strahlenhagel ging noch ein paar Sekunden in der gleichen wahnsinnigen Stärke weiter. Als er aufhörte, war es ein paar Sekunden fast ganz still, während die Echos verhalten. Seid ihr noch da? schrie einer der Polizisten. Ja, riefen sie zurück. Wir haben das eben gar nicht gern getan, schrie der andere Polizist. Das haben wir bemerkt, rief Fort. Hör mal zu, Beblebrox, und ich rate dir, sperre die Ohren gut auf. Warum? schrie Zerfort zurück. Weil, schrie der Polizist, es sich um was sehr Intelligentes und äußerst Interessantes und Humanes handelt. Also, entweder ihr ergebt euch jetzt alle auf der Stelle und wir verdreschen euch ein bisschen, natürlich nicht sehr fest, denn wir sind absolut gegen jede nutzlose Gewalt. Oder, wir sprengen den ganzen Planeten in die Luft und vielleicht ein oder zwei andere, die uns auf dem Weg hierher aufgefallen sind, gleich noch mit dazu. Aber das ist doch Wahnsinn, rief Trillian. Das könnt ihr doch nicht machen. Oh doch, das können wir, schrie der Polizist. Oder etwa nicht, fragte er seinen Kollegen. Oh doch, das müssen wir sogar, ganz ohne Frage, rief der andere Polizist zurück. Aber wieso denn? fragte Trillian. Weil man eben bestimmte Dinge tun muss, auch wenn man ein aufgeklärter, liberaler Polizist ist, der über Feingefühl und so weiter verfügt. Ich glaub diesen Typen einfach nicht, momente fort und schüttete den Kopf. Der eine Polizist rief dem anderen zu. Sollen wir nicht noch ein bisschen auf sie schießen? Klar, warum nicht? Wieder ließen sie ihr elektrisches Sperrfeuer auf sie los. Die Hitze und der Lärm waren einfach ungeheuerlich. Die Computerdatenbank löste sich langsam in ihre Bestandteile auf. Die Vorderseite war ganz weggeschmolzen und die dickflüssigen Becher aus geschmolzenem Metall suchten ihren Weg dorthin, wo unsere vier Freunde hockten. Die verkrochen sich noch weiter nach hinten und warteten auf das Ende. Kapitel 33 Aber das Ende kam nicht, zumindest noch nicht. Ganz plötzlich hörte das Schießen auf und in der nachfolgenden Stille waren nur noch ein paar unterdrückte Glückser und dumpfe Aufschläge zu hören. Die vier starrten sich an. Was ist passiert? fragte Afer. Sie haben aufgehört, sagte Zerfot achsezuckend. Wieso bloß? Keine Ahnung, willst du hingehen und sie fragen? Nein. Sie warteten. Hallo? rief fort. Keine Antwort. Das ist ja komisch. Vielleicht ist das eine Falle. So gluckseln sie nicht. Was hat da so gebumst? Keine Ahnung. Sie warteten noch ein bisschen. Okay, sagte Ford. Ich geh mal nachsehen. Er sah von einem zum anderen. Sagten keiner. Nein, das kannst du doch unmöglich machen und lass mich lieber gehen. Alle schütteten die Köpfe. Na schön, sagte er und stand auf. Einen Augenblick lang passierte gar nichts. Dann ungefähr nach einer Sekunde oder so passierte immer noch nichts. Ford spähte durch den dicken Qualm, der aus dem brennenden Computer quoll. Vorsichtig trat er aus der Deckung. Noch immer passierte nichts. 20 Meter vor sich konnte er durch den Rauch vage die Gestalt des einen Polizisten im Raumanzug erkennen. Er lag zusammen gesunken auf dem Boden. 20 Meter in der entgegengesetzten Richtung lag der Zweite. Sonst war weit und breit niemand zu erblicken. Das kam Ford äußerst merkwürdig vor. Langsam und gespannt ging er auf den Ersten zu. Der Mann lag beruhigend still da, während er sich ihm näherte. Und er lag auch immer noch beruhigend still da, als er bei ihm angekommen war und seinen Fuß auf die Kilo-Zep-Pistole setzte, die von seinen schlappen Fingern baumelte. Er bückte sich und hob sie auf. Der Polizist wehrte sich nicht. Er war eindeutig tot. Ein rascher Blick zeigte ihm, dass der Mann von Blagolo und Kappa kam. Er gehörte einer methanabhängigen Bioform an und war zum Überleben in der dünnen Sauerstoffatmosphäre Makrateas auf seinen Raumanzug angewiesen. Der winzige Computer des Versorgungssystems in seinem Rucksack schien ganz unerwartet explodiert zu sein. Ford betrachtete sich ihn erstaunt von allen Seiten. Diese Miniaturcomputer wurden normalerweise vom Hauptcomputer im Raumschiff gesteuert, mit dem sie über einen Sub-Ither direkt verbunden waren. So ein System war in allen Situationen pannensicher, es sei denn, es gab eine totale Rückkopplung, wovon man aber noch nie was gehört hatte. Er flitzte rüber zu dem anderen am Boden liegenden Mann und entdeckte, dass ihm genau dasselbe Unvorstellbare zugestoßen war. Wahrscheinlich genau zur gleichen Zeit. Er rief die anderen, die genauso verblüfft waren wie er, nur nicht so neugierig. Bloß schnell raus hier, sagte Zafott. Falls es das hier gibt, wonach ich angeblich suche, ich will's nicht haben. Er schnappte sich die zweite Kilo selbst, streckte damit einen absolut harmlosen Rechencomputer nieder und eilte gefolgt von den anderen hinaus auf den Korridor. Um ein Haar hätte er gleich auch noch ein Luftauto aus dem Weg geräumt, das ein paar Meter weiter auf sie wartete. Das Luftauto war leer, aber Afer erkannte es als das von Slati Bartfass wieder. An einer Ecke des kümmerlichen Armaturenbretts klemmte ein Zettel von ihm. Darauf war ein Pfeil gemalt, der auf einen der Schalter zeigte. Unter diesem Pfeil stand, dieser Knopf hier ist wahrscheinlich der empfehlenswerteste. Kapitel 34 Das Luftauto schoss sie mit seiner Geschwindigkeit von über 17 R durch die Stahltunnel raus auf die entsetzliche Oberfläche des Planeten, der im Augenblick schon wieder von diesem trostlosen Morgenswielicht beschienen wurde. Ein widerliches graues Licht gefror über dem Land. R ist eine Geschwindigkeitseinheit, die sich aus der vernünftigen Reisegeschwindigkeit errechnet, die der Gesundheit und dem geistigen Wohlbefinden zuträglich ist und den Reisenden nicht mehr als sagen wir mal 5 Minuten zu spät kommen lässt. Es handelt sich also eindeutig um eine je nach den Umständen fast beliebig veränderliche Zahl, da die ersten beiden Faktoren sich nicht nur mit der Geschwindigkeit als Absolutum ändern, sondern auch mit der Erkenntnis des dritten Faktors. Wenn man hierbei nicht mit äußerster Gelassenheit vorgeht, kann diese Gleichung zu erheblichem Stress, zum Magenbeschwüren, ja zum Tode führen. 17 R ist keine bestimmte Geschwindigkeit, aber sie ist auf alle Fälle viel zu hoch. Das Luftauto raste also mit 17 R und schneller durch die Luft, setzte unsere Freunde neben der Herz aus Gold ab, die starr wie ein gebleichter Knochen auf dem gefrorenen Boden lag und sauste Hals über Kopf wieder zurück in die Richtung, aus der es eben gekommen war. Wahrscheinlich wegen einer dringenden Privatangelegenheit. Schlotternd standen die vier da und sahen sich der Raumschiff an. Daneben stand noch eins. Es war das Polizeiraumschiff aus Blagolung Kappa, eine knollige, haifischförmige Angelegenheit, schiefer Grün gespritzt und mit schwarzen Schablonbuchstaben unter unterschiedlicher Größe und Feindseligkeit über und über bedeckt. Die Buchstaben klärten jeden, der sich die Mühe machte, sie zu lesen, darüber auf, woher das Raumschiff kam, zu welcher Polizeiabteilung es gehörte und wo die Stromzuführungen anzuschließen waren. Es wirkte irgendwie ganz unnatürlich dunkel und still, selbst für ein Raumschiff, dessen zweiköpfige Besatzung im Augenblick mehrere Kilometer unter der Oberfläche des Planeten erstickt in einem qualmigen Raum rumlag. Es ist eines von diesen merkwürdigen Dingen, die man unmöglich erklären oder definieren kann, aber man kann es spüren, wenn ein Raumschiff vollkommen tot ist. Ford spürte es und fand das äußerst rätselhaft. Ein Raumschiff und zwei Polizisten waren offenbar ohne erkennbaren Grund gestorben. Seiner Erfahrung nach funktionierte das Universum einfach nicht auf diese Weise. Auch die anderen drei spürten es, aber die Kälte spürten sie noch mehr. Und so beeilten sie sich in einem akuten Anfall von Interesselosigkeit in ihrem mollig warmen Herz aus Gold. Ford blieb, um sich das plagolonische Raumschiff näher anzusehen. Er wäre fast über eine reglose Stahlgestalt gefallen, die mit dem Gesicht im kalten Staub lag. Marvin, rief er, was machst du denn hier? Hab bitte bloß nicht das Gefühl, du musstest irgendwelche Notiz von mir nehmen, kam ein dumpfes Gebrumme von unten. Wie geht's dir denn, Blechbauch? Ich bin sehr deprimiert. Was ist denn los, was nicht angebunden ist, sagte Marvin. Warum? sagte Ford und kauerte sich wibbernd neben ihn. Liegst du denn mit dem Gesicht im Dreck? So fühlt man sich am allerjämmerlichsten, sagte Marvin. Tu bloß nicht so, als wolltest du mit mir reden. Ich weiß, du hasst mich. Nein, das stimmt nicht. Doch, du hasst mich. Jeder tut das. So ist das Universum konstruiert. Ich brauche nur irgendjemanden anzusprechen und schon hasst er mich. Selbst Roboter hassen mich. Wenn du mich einfach übersehst, mache ich mich gleich dünner. Er hievte sich hoch und blickte entschlossen von Ford weg in die andere Richtung. Das Raumschiff da hat mich gehasst, sagte er niedergeschlagen und zeigte auf das Polizeischiff. Das Raumschiff dort, fragte Ford plötzlich ganz aufgeregt. Was ist denn mit ihm passiert, weißt du das? Es hasste mich, weil ich mit ihm gesprochen habe. Du hast mit ihm gesprochen, rief Ford. Und was willst du damit sagen? Ganz einfach. Ich habe mich furchtbar gelangweilt und war entsetzlich deprimiert. Darum ging ich rüber und stöpselte mich in seine äußere Computer-Zuleitung ein. Ich habe lang und breit mit seinem Computer geredet und ihm meine Ansichten über das Universum dargelegt, sagte Marvin. Und was geschah dann? Drängelte Ford. Es beging Selbstmord, sagte Marvin und stachste zurück zu Herz aus Gold. Kapitel 35 Als an diesem Abend die Herz aus Gold damit beschäftigt war, ein paar Lichtjahre zwischen sich und dem Pferdekopfnebel zu bringen, flähte sich sofort im Kontrollzentrum unter einer kleinen Palme und versuchte seine Gehirne mit ein paar gehörigen pangalaktischen Donnergurklern wieder in Form zu schmettern. Ford und Trillian saßen in einer Ecke und redeten über das Leben und die Umstände, die sich daraus ergaben. Und Arthur ging ins Bett, um noch ein bisschen in Fords Reiseführer per Anheiter durch die Galaxis zu schmökern. Da er ja nun mal an diesem Ort leben müsse, argumentierte er, mache er sich am besten gleich daran, etwas darüber zu lernen. Er stieß auf die folgende Eintragung. Sie lautete, Die Geschichte jeder bedeutenderen galaktischen Zivilisation macht drei klar und deutlich voneinander getrennte Phasen durch. Das wahre Überleben, die Wissensgier und die letzte Verfeinerung. Allgemein auch als die Wie, Warum und Wo Phasen bekannt. Die erste Phase zum Beispiel ist durch die Frage gekennzeichnet, wie kriegen wir was zu essen? Die zweite durch die Frage, warum essen wir? Und die dritte durch die Frage, wo kriegen wir die besten Wiener Schnitzel? Er kam nicht weiter, denn die Bordsprechanlage des Raumschiffs trat summend in Aktion. Hallo, Erdling? Hast du nicht Hunger, Kleiner? sagte Zerfotts Stimme. Äh, naja, ich könnte wohl ein bisschen was vertragen, sagte Arthur. Okay, Baby, halt dich fest, sagte Zerfotts. Wir essen schnell ein kleines Häppchen im Restaurant am Ende des Universums.